Ja und wir sitzen hier sozusagen im Rücken der Abgeordnete. 709. sollen es ja sein, wenn alle heute wirklich da sind. Und es ist schon relativ voll, meine Damen und Herren, wie Sie sehen. Was allerdings gar nicht voll ist, hier werden auch die ersten Selfies gemacht. Was also nicht voll ist, ist selbstverständlich die Regierungsbank, denn die muss ja gähnend leer sein. Schließlich wird die Bundeskanzlerin ja heute gewählt und anschließend werden dann die Minister ernannt und vereidigt. Das Ganze wird ein ziemliches Hin und Her sein. Es ist also eine relative Bewegung in diesem Tag drin, weil nach der Wahl muss die Bundeskanzlerin, die dann zwar gewählt ist, aber noch nicht ernannt ist, vom Bundespräsidenten im Schloss Bellevue ernannt werden. Dann fährt sie wieder zurück in den Bundestag, dann wird sie vereidigt, dann fährt sie wiederum zurück in das Schloss Bellevue und stellt dem Bundespräsidenten dann das Kabinett vor, das dann auch ernannt wird und dann hier wiederum vereidigt wird. So läuft das ab, schnell zusammengerafft, Herr Leithäuser. Es wird langsamer gehen, als Sie es jetzt erzählt haben, aber das ist das Prozedere. Und tatsächlich hat man den Bundestag selten so voll gesehen wie bei einem dieser Ereignisse. Angela Merkel ist inzwischen da, heute mit weißer Jacke. Wir haben sie eben in den Rückblicken ja mit einem schwarzen Outfit gesehen. Das ist ja immer eine Frage, welche Farbe hat der Blazer genau? Das ist eine Farbe und die andere Frage ist, ob Herr Sauer auch dabei ist. Beim ersten Mal saß er ja nicht auf der Besuchertribüne. Das stimmt, das war ein Ereignis, das die erste Kanzlerwahl ein bisschen überschattet hat. Die Frage, warum der Gatte nicht zugesehen hat. Sie hat dann später gesagt, er habe ihr einfach den Tag überlassen wollen und keine eigene Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und hat dann aber selbst ironisch auch gesagt, das hat prima funktioniert. Denn alle Leute haben sich diese Frage gestellt, wo er Professor Sauer war. Da sehen wir jetzt Martin Schulz. Der hat gesagt, er wählt sie auch. Die SPD wird ja auch gerade auf ihrer Fraktionssitzung nochmal die Parole ausgegeben haben, dass alle Stimmen da sein müssen. 44 Stimmen hat die Große Koalition mehr als für die Kanzlermehrheit notwendig wären. Und das sind gar nicht so sehr viele. Ja, was heißt das denn? Man sagt ja immer so, etwas knappere Mehrheiten werden disziplinieren. Was ist denn Ihre Schätzung? Wie wird es ausgehen? Ja, so richtig knapp ist es eben auch nicht. Das heißt, wenn es drei oder vier Stimmen mehr wären, dann müsste jeder, der dagegen stimmen will, schon wahnsinnig prüfen, ob er das riskieren will, diese Regierung. Und da muss man auch sehr, sehr krank anreisen. Zur Fall zu bringen, eben das ist jetzt nicht so. Und das wird vielleicht doch einige ermuntern, da wieder den Stachel zu löcken. Dass sie alle 44 Stimmen bekommt, die sie über die Kanzlermehrheit braucht, das wäre sehr erstaunlich, weil das noch bei keiner Kanzlerwahl in dieser Republik funktioniert hat. Also gibt es denn, wollen Sie eine Schätzung abgeben? Wie wird es ausgehen? Wie viele Stimmen kriegt sie mehr? Also 344 ist die Mehrheit, die sie braucht. Da sitzt übrigens Professor Sauer. Ja, da ist er, ja. Wunderbar, damit hätten wir die Frage schon mal geklärt. Und neben ihm sitzt Charlotte Knobloch, die frühere Zentralratsvorsitzende des Zentralrats der deutschen Juden. Ursula von der Leyen ist da auch gerade schon gewesen. Ja, genau. Und Frau Giffey ist das, glaube ich, von hinten im Blau. Ja, genau. Die künftigen Minister herzen sich und machen sich bekannt. Und die Grünen sind auch dabei. So, jetzt gongt es. Neun Uhr, alle erheben sich. Wir sehen das von hier immer ein Müh, eher als Sie, meine Damen und Herren, im Fernsehen. Und jetzt wird die Sitzung ganz offiziell eröffnet. Und der Bundestagspräsident Volker Schäuble kommt und wird uns das Prozedere des Tages und die Tagesordnung erläutern. Und so werden wir dann ihm auch lauschen und noch einmal genau hören, wie diese Wahl der Bundeskanzlerin heute dann ablaufen soll. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich dem Kollegen Dr. Karl-Heinz Brunner sehr herzlich zu seinem heutigen 65. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, Wahl der Bundeskanzlerin. Der Herr Bundespräsident hat mir mitgeteilt, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem Deutschen Bundestag vor, Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen. Ich bitte jetzt um Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Wahlverfahren. Nach unserer Geschäftsordnung wird die Bundeskanzlerin mit verdeckten Stimmkarten also geheim gewählt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestags, also mindestens 355 Stimmen, erhält. Sie benötigen für diese Wahl Ihren Wahlausweis aus Ihrem Stimmkartenfach in der Lobby. Bitte kontrollieren Sie, ob der Wahlausweis Ihren Namen trägt. Die Stimmkarte und den amtlichen Wahlumschlag erhalten Sie nach Aufruf Ihres Namens von den Schriftführerinnen und Schriftführern an den Ausgabetischen hier oben neben den Wahlkabinen. Nachdem Sie die Stimmkarte in einer Wahlkabine gekennzeichnet und dort in den Wahlumschlag gelegt haben, gehen Sie bitte zu den Wahlurnen hier vor dem Rednerpult. Sie dürfen Ihre Stimmkarte nur in der Wahlkabine ankreuzen. Und Sie müssen Ihre Stimmkarte ebenfalls noch in der Wahlkabine in den Umschlag legen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind verpflichtet, jeden, der seine Stimmkarte außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder in den Umschlag legt, zurückzuweisen. Die Stimmabgabe kann aber in einem solchen Fall vorschriftsmäßig wiederholt werden. Gültig sind nur Stimmkarten mit einem Kreuz bei Ja, Nein oder Enthalte mich. Ungültig sind Stimmen auf nichtamtlichen Stimmkarten, sowie Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, kein Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten. Bevor Sie den Umschlag mit der Stimmkarte in eine der Wahlurnen werfen, übergeben Sie bitte Ihren Wahlausweis einer der Schriftführerinnen oder einem der Schriftführer an der Wahlurne. Der Nachweis der Teilnahme an der Wahl kann nur durch die Abgabe des Wahlausweises erbracht werden. Jetzt bitte ich die eingeteilten Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Die beiden Schriftführer neben mir werden nun ihre Namen in alphabetischer Reihenfolge aufrufen. Ich bitte Sie, den Namensaufruf zu verfolgen. Und ich bitte Sie, erst nach dem Aufruf Ihres Namens zur Entgegennahme der Stimmkarte zu den Ausgabetischen vor den Wahlkabinen zu begeben. Haben alle Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze eingenommen? So, jetzt. Rechts oben. Rechts. Rechts oben. Wir brauchen noch Schriftführerinnen und Schriftführer. Rechts oben. 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 Zürich ihre Plätze eingenommen haben. Und damit eröffne ich die Wahl und bitte mit dem Aufruf der Namen zu beginnen. Dr. Michael Aberkron, Doris Achelwilm, Gregorius Agelidis, Gökay Akbulut, Stefan Albani, Renata Alt, Norbert Maria Altenkamp, Peter Altmaier, Philipp Amthor, Luise Amtsberg, Kerstin André, Nils Annen, Ingrid Arndt-Brauer, Christine Aschenberg-Dugnus, Arthur Auernhammer, Peter Aumer, Lisa Badum, Heike Behrens, Annalena Baerbock, So, jetzt werden alle 709 Abgeordneten mit dem Namen aufgerufen. Das dauert jetzt so seine Zeit, circa eine Viertelstunde ungefähr. Mindestens wird es dauern und jeder gibt in seine Stämme ab. Wolfgang Schäuble hat ja das Prozedere genauestens erklärt. Wir haben geschaut, wer im Plenum ist, Herr Leithäuser, und wer oben sitzt auf den Tribünen. Natürlich diejenigen, die Minister werden sollen oder vielleicht auch ein anderes Interesse haben. Wäre es Ihnen ganz besonders noch aufgefallen? Also mir sind vor allen Dingen im Saal aufgefallen diejenigen, die keine Minister mehr werden im neuen Kabinett. Wir haben hier Thomas Demersier gesehen, den früheren Innenminister, der sich einen Platz auf einer der hinteren Bänke gesucht hat, eben zur Eröffnung der Sitzung. Und auch nicht besonders glücklich ausgesehen hat. Und ich glaube, dem fällt der Abschied aus dem Amt schwer. Und das ist umso mehr der Fall, als er von Horst Seehofer ersetzt wird. Horst Seehofer habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe Herrn Dobrindt gesehen, der hat sich mit Angela Merkel unterhalten. Also vorne in der ersten Reihe saßen die beiden ja auch. Dann gibt es noch einige, die auf der Bundesratsbank Platz genommen haben. Daniel Günther aus Schleswig-Holstein ist da und Rainer Haseloff, Sachsen-Einhalt. Ja, das ist heute ein bisschen ein verkehrtes Bild, denn bei den normalen Bundestagssitzungen, da ist die Regierungsbank eigentlich diejenige, die gut gefüllt ist. Also die vom Präsidenten aus rechts neben dem Präsidenten. Und die Bundesratsbank, wo die Vertreter der Länder sitzen können, ist meistens gehend leer. Da sitzt höchstens mal irgendein Repräsentant eines Bundeslandes, wenn es um Dinge geht, die dieses Land besonders betreffen. Heute aber gesteckt, voll. Und einige Ministerpräsidenten sind, wie Sie schon gesagt haben, persönlich gekommen. Andere haben mindestens Minister geschickt. Ilse Aigner ist da, aus Bayern. Horst Seehofer ist ja gestern zurückgetreten als bayerische Ministerpräsident. Könnte also protokollarisch dort gar nicht mehr sitzen. Und auch andere Vertreter aus den Ländern. Und auch ansonsten schauen wir noch einmal hier in die Reihen hinein. Das geht alles sehr ruhig und sehr geordnet ab. Es ist ja auch schon die 23. Bundeskanzler- oder Bundeskanzlerinnenwahl. Wenn auch hier in Berlin, noch nicht ganz so häufig passiert wie damals in Bonn. Die allererste war ja ganz besonders spannend, weil da nämlich Konrad Adenauer nur Bundeskanzler geworden ist, weil er sich selber gewählt hat. Er hatte genau diese eine Stimme Mehrheit. Das stimmt. Also wenn man der Aussage, die er selber gemacht hat, vertraut. Denn auch diese Wahl war ja eine geheime Wahl. Aber es war tatsächlich so, dass er brauchte damals für die Kanzlermehrheit 202 Stimmen. Und es wurden 202 Ja-Stimmen abgegeben. Es gab auch sieben Gegenstimmen. Das heißt, das wäre damals auch beinahe schief gegangen. Das war ja auch alles andere als in trockenen Tücher gewickelt, dass es da am Anfang diese Koalition gibt. Denn nach den Zahlen hätte das auch sehr schöne große Koalition werden können. Bei der allerallerersten Bundeskanzlerwahl. Das stimmt, aber das wollte Adenauer auf keinen Fall. Und man muss sagen, der Erfolg hat ihm recht gegeben. Vier Jahre später war er unbestritten unangefochten. Und seine Partei hat unglaubliche Zuwächse erfahren. Die Verhältnisse sind in der Berliner Republik deutlich anders gewesen in den letzten 10 oder 15 Jahren. Das ist jetzt schon die dritte große Koalition mit einer Unterbrechung von Unionsparteien und FDP. Und es gibt ja berechtigte Zweifel, ob das auf Dauer für unser demokratisches Gemeinwesen eine praktische Form ist. Wobei man ja wirklich, wenn wir nochmal auf diese Wahlergebniszahlen schauen, ist es, wie groß die große Koalition ist, diese hier jetzt, die sich jetzt zusammenfindet, auch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen ist. Denn die Zahlen sind ja nun nicht so groß, wie denn eigentlich dieser Name insinuiert. Das stimmt, ja. Also gerade verglichen mit der Vorgängerregierung fällt natürlich der Vergleich besonders krass aus. Die große Koalition vorher hatte rund drei Viertel der Stimmen. Es gab zwei kleine Oppositionsparteien, die Grünen und die Linke. Das Bild hat sich dramatisch gewandelt nach der Bundestagswahl im letzten September. Jetzt haben wir hier sechs Fraktionen, vier Oppositionsfraktionen und die große Koalition ist ziemlich klein geworden. Die ist klein geworden und wie das parlamentarische Leben sich abspielt, davon haben wir ja schon mal einen kleinen Einblick bekommen, weil der Bundestag arbeitet ja schon. Wir machen hier an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt und geben zurück an Erhard Schärfer, an Z, draußen in den Führern, denn er hat einen Gast. Vielen Dank. Ja, Riemann Batsch ist bei uns, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken und der vermute ich mal, weil er das in früheren Interviews auch schon so gemacht hat, kein gutes Haar an diesem Koalitionsvertrag lassen wird. Oder überraschen Sie uns mit ein paar lobenden Erwähnungen? Wenn Sie es unbedingt wollen, kann ich auch wenige Dinge erwähnen, die vernünftig sind. Das ist ja gar keine Frage. Das wäre ja auch schlimm, wenn ein so langer Koalitionsvertrag wirklich nur schlecht wäre. Ich kritisiere aber, dass die beiden grundlegenden Fragen, die in Deutschland anstehen, nicht angegangen werden. Das eine ist die soziale Schieflage. Da geht man an keiner Stelle wirklich an die Wurzeln, sondern man stellt Schräubchen. Und das finde ich ist nicht akzeptabel, wenn wir wissen, dass auf der einen Seite die Zahl der Milliardäre zunimmt und auf der anderen Seite 2,5 Millionen Kinder in Armut leben. Da muss man mehr tun. Aber wenn ich jetzt mal loben soll, ja, es ist vernünftig. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil Sie schon wieder dabei waren, Ihre eigene Agenda abzuspulen. Aber ich will Ihnen die Chance gerne geben. Ich nenne mal einige positive Dinge. Ja, dass die Parität wiederhergestellt wird bei den Kassen der Gesundheit. Das ist vernünftig. Ja, es ist vernünftig, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen sollen. Und so gibt es einige wenige, eine weitere Punkte, so zum Beispiel ein Milliardenpaket für Familien ist richtig. Und trotzdem bleibt es. Man muss wirklich an die Wurzeln gehen und systemische Veränderungen durchführen, weil ansonsten trifft die Überschrift halt leider zu, dass verwaltet wird und nicht gestaltet. Und wenn Sie auf das Kabinett schauen, wo es ja viele neue Gesichter und viele neue Köpfe gibt, wie bewerten Sie das? Also ich will die Minister an den Taten messen und ich will nicht schon Urteile abgeben über Frau Giffey, die ist ganz neu. Mal schauen, was sie dann im Kabinett bewegt. Aber Fakt ist, der Koalitionsvertrag ist die Grundlage. Es sind viele Vertreterinnen und Vertreter, die für genau diese Politik stehen, dass sie fortgesetzt wird. Und da habe ich Skepsis. Das Entscheidende aber ist, jeder weiß, es ist die letzte Legislaturperiode von Angela Merkel. Und ich erinnere mich noch gut an die letzte Legislatur von Helmut Kohl. Und dann noch der aus München abgeschobene Horst Seehofer. Das ist kein guter Start für diese kleine, große Koalition. Sagt Dietmar Bartsch, Sie haben eben auch gesprochen von systemischen Veränderungen, die nötig sind aus Ihrer Sicht. Die Frage ist natürlich, wie wollen Sie die erreichen, wenn Sie die möglichen Optionen, in denen Sie mehr Änderungen erreichen könnten als jetzt als Oppositionspartei, ist ja beispielsweise Rot-Rot-Grün, wird aber von Teilen Ihrer Partei als eine tote Option erklärt. Also wie wollen Sie das, was Sie wollen, überhaupt jemals durchsetzen? Na, es ist für diese Legislaturperiode tot. Das muss man schlicht feststellen, weil es numerisch keine Mehrheit gibt. Und es gibt auch substanziell keine Mehrheit, weil die Grünen immer stärker Richtung Schwarz-Grün gehen. Aber wir müssen daran arbeiten, dass Mitte-Links möglich wird. Und unsere Aufgabe ist ganz einfach, die Linke stark machen. Das ist eine Voraussetzung. Ein kluger Mensch hat gesagt, dreimal 17 sind auch 51. Also damit ist unsere Aufgabe beschrieben. Können Sie erklären, warum Sie die Missstände, die Sie beschreiben und die Sie auch ändern wollen als Partei, warum das bei den Wählerinnen und Wählern nicht fruchtet, wenn wir beispielsweise auf das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 gucken, wo Sie ja auch nicht besonders doller abgeschnitten haben mit knapp über 9 Prozent? Dem will ich deutlich widersprechen. Wenn wir heute in Umfragen bei 10 sind, bei der Bundestagswahl eine halbe Million Stimmen gewonnen haben, das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte haben, das auch in den europäischen Maßstab einordnen, dann stehen wir als Linke vergleichsweise gut da. Ich kann mich gut erinnern, wo wir über viele Legislaturperioden tapfer um 5 Prozent gekämpft haben. Das ist vorbei. Aber Sie haben recht. Es ist Luft nach oben. Es gibt viele Gründe, die wir selbst verändern können. Da müssen wir ran. Und da will ich entschlossen, einen Beitrag zu leisten. Wie wollen Sie diesen Beitrag leisten in der Zeit, in den nächsten dreieinhalb Jahren als Oppositionspartei hier im Bundestag? Das Entscheidende wird sein, dass wir deutlich machen, dass es eine andere Entwicklungslinie geben kann. Wir können eine andere Außenpolitik machen, die wirklich Fluchtursachen bekämpft, die nicht Soldaten und Waffen in alle Welt schickt. Wir können mit unseren Angeboten, ich nehme das Thema Kinderarmut, Wir haben dort ein Konzept, was das wirklich in Konsequenz angehen würde. Da müssen wir in die Öffentlichkeit kommen. Da müssen wir die Auseinandersetzung mit Schwarz-Rot führen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Und dazu kommt, ja, wir müssen den Weg über die Kommunen und Länder gehen. Da gibt es gute Chancen, dass wir auf kommunaler Ebene Mitte-Links-Bündnisse auch unter Führung der Linken vorantreiben. Das ist eine Chance. Aber hier kommt es darauf an, im Bundestag Schwarz-Rot zu stellen. Nichtsdestotrotz scheinen Sie da ein generelles Problem zu haben. Jedenfalls, wenn ich Ihrem ersten parlamentarischen Geschäftsführer Jan Korte folge, der sagt, wir erreichen die Herzen und den Bauch unserer Wählerinnen und Wähler nicht mehr. Also, was macht die Linke falsch an dieser Stelle? Die Beschreibung von Jan Korte ist richtig. Wir erreichen sie nicht zureichend. Und da müssen wir dran arbeiten. Das ist auch Auftrag an uns alle. Wenn ich jetzt die Lösung hätte, dann hätte ich das schon lange gemacht. Wir müssen daran arbeiten und da besser werden. Aber ich glaube, dass da eine alte Tugend der Linken wieder zum Tragen kommen könnte. Dass wir die Partei sind, die sich kümmert. Im Konkreten, um den Rentenantrag, um denjenigen, der zurückfinden will, denjenigen, der pflegt und so weiter. Das muss unser Job sein. Näher bei den Menschen, weniger im Parlament und im Raumschiff Berlin. Wenn das so ist, wie Sie das beschreiben, und Sie ja offenkundig dann doch eine Antwort haben, warum machen Sie es dann nicht? Also, erstens machen wir das. Ich will nochmal beschreiben, wir waren damit erfolgreich. Sonst hätten wir nicht das zweitbeste Wahlergebnis in der Geschichte gehabt. Wir hätten nicht fünf Abgeordnete mehr. Und wir hätten nicht diese 9,2 Prozent. Ja, das ist ausbaufähig. Und wir müssen dort in Konsequenz ran. Unser Problem ist, dass wir in den vergangenen Wochen in der Außendarstellung nicht immer das beste Bild abgegeben haben. Das ist doch ein Defizit, was jeder gesehen hat. Und eine Partei, die selbst miteinander streitet, da haben die Bürger das Gefühl, beendet erstmal euren Streit und dann kümmert euch um uns. Das müssen wir verbessern. Aber ich bin da zuversichtlich. Vielen Dank, Dietmar Bartsch, für dieses Gespräch hier an dem Tag der Gewalt der Kanzlerin. Und es ist übrigens, das hätten wir vielleicht in das Gespräch auch noch einwirken können, es ist ein Jubiläumstag. Nämlich heute vor 15 Jahren hat Gerhard Schröder hier seine Agenda-Rede gehalten im Deutschen Bundestag. Bei uns geht es weiter in der Off-Kabine mit Johannes Leithäuser und Konstanze Abratzky. Ja, und wir sind hier damit beschäftigt zu schauen, wer wirklich mit wem sich unterhält. Also es gab, Sie haben es vielleicht auch in den Bildern gesehen, es gab einige interessante Begegnungen. Ganz schön und auch mit einer vielleicht leichten Wehmut hatte Angela Merkel mit Sigmar Gabriel. Das stimmt, ja. Inzwischen steht sie in der Schlange und hat sich ihre eigene Stimmkarte geholt, was ja nochmal die Frage stellt, wie wird sie wohl abstimmen bei dieser Kanzlerwahl? Naja, wenn sie an die Koalition glaubt, müssten sie ja eigentlich auch dafür stimmen. Das wäre zumindest eine Begründung. Das wäre eine Lesart, genau. Der Gatte hat seinen Laptop mitgebracht auf die Tribüne. Ja, also es war ein wirklich minutenlanges Gespräch von Sigmar Gabriel mit Angela Merkel. Und ich glaube, dass es ihr tatsächlich auch leid tut, dass er nicht mehr... Sie haben sich gut verstanden oder Sie konnten gut miteinander? Ist das richtig so oder sagt man das jetzt mit dem Abstand, wo diese Ära Gabriel zu Ende ist? Nein, ich habe schon das Gefühl, dass sie auch ihn für einen guten Parteivorsitzenden gehalten hat. Und als Außenminister war er sogar ein Überraschungserfolg, würde ich sagen. Das muss der Nachfolger erst mal wieder einholen, was Gabriel da vorgelegt hat. Ja, wir verabschieden uns schon wieder. Erhard Schärfer hat einen Gast am Set. Ja, so ist das. Und dem habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Gerd Joachim, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, kennen Sie Kurt Schmücker nicht? Das ist der letzte Wirtschaftsminister, den die CDU gestellt hat. Und eigentlich auch der erste. Jetzt werden Sie sich wundern, denn Ludwig Erhard ist natürlich jedem im Gedächtnis. Aber wenn man es ganz genau nimmt, war er zu seiner Zeit als Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland gar kein Parteimitglied. Er war parteilos. Das ist bei seinem Nach-Nach-Nachfolger nicht der Fall. Und der erste, der seit 1966 dieses Amt ab heute Mittag wieder bekleiden wird, ist jetzt bei mir, Peter Altmaier. Herr Altmaier, die Kanzlerin hat gesagt, Sie sollen der neue Ludwig Erhard werden. Das sind große Fußstapfen. Ja, das sind große Fußstapfen. Ich glaube auch, dass es gar nicht darum geht, es sich mit Ludwig Erhard zu vergleichen. Der ist unerreichbar. Der hat die Grundlage für unseren Wohlstand gelegt. Aber unsere Aufgabe ist es, den Wohlstand zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die jungen Leute von heute auch in 20, in 30 Jahren noch sichere Arbeitsplätze haben. Das ist die große Herausforderung. Dafür brauchen wir mehr Marktwirtschaft. Dafür brauchen wir mehr Menschen, die zu Selbstständigkeit und Unternehmertum bereit sind. Dafür brauchen wir ein Klima, was investitionsfreundlich ist. Und das alles muss in den nächsten Jahren vorbereitet und gemacht werden. Denn wir haben große Veränderungen weltweit durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung. Darauf müssen wir reagieren, durch eine kluge Politik. Und das will ich vorantreiben, nicht nur für meine eigene Partei, sondern selbstverständlich für dieses Land. Wie wichtig der Finanzminister ist, das haben wir ja gesehen. Unter anderem vor vier Jahren, als Angela Merkel massiv dafür gekämpft hat, dass Wolfgang Schäuble Finanzminister bleibt. Eines der wichtigsten Ziele der Union ist die schwarze Null. Jetzt musste man dieses Amt hergeben. Viele in der Union waren alles andere als glücklich damit. Und Angela Merkel hat gesagt, ach, papp, papp, wir haben jetzt das Wirtschaftsministerium endlich mal wieder. Und das wird jetzt das neue Kraftzentrum mit Ihnen an der Spitze. Was wird da die Kraft ausmachen? Erst einmal ist es so, dass wir alle wichtigen Errungenschaften von Wolfgang Schäuble aus der letzten Wahlperiode im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Es wird keine neuen Schulden geben. Es wird keine Steuererhöhungen für die Bürgerinnen und Bürger geben. Wir werden den Soli für 90 Prozent der Bürger abschaffen. Und zweitens ist es so, dass im Wirtschaftsministerium vieles zu gestalten ist. Und da müssen wir eben unsere Interessen weltweit vertreten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Unternehmen davon überzeugen, nach Deutschland zu kommen, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir genügend qualifizierte Fachkräfte für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Das hat die Bundeskanzlerin gemeint, als sie sagte, im Bundeswirtschaftsministerium werden viele wichtige Weichen gestellt. Nicht alles wird durch Gesetze erreicht, sondern es wird vieles auch davon abhängen, wie wir Deutschland nach außen darstellen, repräsentieren. Darauf freue ich mich. Ich verstehe mich künftig, wenn ich dann Wirtschaftsminister bin, als der erste Botschafter Deutschlands, wenn es darum geht, auch die positiven Seiten unseres Landes deutlich zu machen. Es gab ja schon mal ruhigere Zeiten für einen Wirtschaftsminister. Ab heute Mittag werden Sie sich damit rumschlagen müssen, unter anderem mit Herrn Trump und dem Handelsstreit. Wie soll Europa, wie soll Deutschland darauf reagieren? Wir müssen darauf selbstbewusst reagieren. Aber als Exportland müssen wir dann zum Zweiten deutlich machen, dass wir einen freien Handel wollen. Wir wollen keine Zölle. Wenn Zölle erhöht werden oder neu eingeführt werden, dann schadet es den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Waren kaufen, weil es die Produkte verteuert, den Wettbewerb reduziert und damit auch die Innovation verlangsamt. Und deshalb werde ich mit meinen Kollegen in den USA, aber auch in Kanada, in China, in Großbritannien und in vielen anderen Ländern darüber reden, wie wir die Errungenschaften des freien Welthandels bewahren können. Denn ich bin fest davon überzeugt, es ist im Interesse aller, auch der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Bisher handelt es sich um Stahl, gesetzt im Fall, Herr Trump weitet das aus, zum Beispiel auf die Autoindustrie. Soll man denn immer nur zuschauen oder muss man dann nicht auch mal selber handeln? Wir sollten vor allen Dingen nicht spekulieren, vor allen Dingen nicht bevor der neue Minister die Chance hatte, sein Amt anzutreten. Aber das ist eine der großen Herausforderungen. Ich werde auch mit meinen Kollegen in Brüssel, die Kommissarinnen und Kommissare, darüber diskutieren, wie wir eine gemeinsame europäische Haltung vertreten. Denn nur gemeinsam können wir unsere Länder in diesen internationalen Diskussionen auch gut aufstellen. Das ist die große Herausforderung. Ich werde selbstverständlich das Gespräch mit allen suchen und ganz eng in Deutschland mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das heißt mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Denn wir haben ein gemeinsames Interesse, dass der deutsche Export auch in Zukunft floriert. Es gibt ja eine neu losgetretene Armutsdebatte in Deutschland. Diese Bundesregierung will, wie die davor, auch die Vollbeschäftigung erreichen. In der Tat wäre das ja eine Möglichkeit, diese Armutsdebatte zu beenden. Also Sie brauchen Arbeitsplätze. Wo wollen Sie die herholen? Wir haben im letzten Jahr 700.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. In Deutschland im Jahr davor waren es 500.000. Die Arbeitslosigkeit ist in jedem Jahr deutlich gesunken. Alleine im letzten Jahr um fast ein Prozent. Das ist eine gute Ausgangslage. Und deshalb müssen wir jetzt dafür sorgen, dass unsere jungen Leute die Bildungsmöglichkeiten haben, die sie brauchen. Denn wir sehen, dass vor allen Dingen qualifizierte Arbeitskräfte gesucht werden. Da können wir noch sehr viel tun. Deshalb werde ich als Wirtschaftsminister nicht nur mit dem Kollegen Heil im Bundesarbeitsministerium, sondern auch mit der Bildungsministerin, mit den Bundesländern sehr eng zusammenarbeiten. Es wird eine große Nachfrage geben nach Arbeitsplätzen in den neuen Berufsfeldern, die durch die Digitalisierung geschaffen werden. Und ich möchte, dass wir unseren jungen Menschen die besten Chancen bieten, damit sie dort auch Arbeit finden. Ich weiß, dass Sie keine Zigarren rauchen. Ludwig Erhard hat nicht besonders gern gekocht. Aber gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden? Ja, also Zigarren rauche ich nicht so gerne. Aber das Gewicht stimmt schon mal. Im Übrigen habe ich als Kind 1966 bei einem Besuch Ludwigs Erhards im Saarland am Straßenrand gestanden, mit einem Fähnchen und gewunken. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich eines Tages in dem Ministerium bin, wo er seine politische Laufbahn begonnen hat. Noch einmal, Ludwig Erhard ist unübertreffbar. Er bleibt ein leuchtendes Symbol der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, vor allem weltweit. Aber wir müssen nun zeigen, dass wir gelernt haben von ihm und dass wir unsere Hausaufgaben so machen, wie er sie zu seiner Zeit gemacht hat. Peter Altmaier, vielen Dank. Den Weg zum Bundespräsidenten, den finden Sie alleine, den kennen Sie auch schon sehr gut. Toi, toi, toi im neuen Amt. Ja, meine Damen und Herren, das sind doch die besten Voraussetzungen für einen Wirtschaftsminister. Er hat schon mal Ludwig Erhard als Kind mit einem Fähnchen gewunken. Jetzt muss er sehen, dass er den Laden da ans Laufen kriegt. Denn dieses Wirtschaftsministerium, das hat Angela Merkel gesagt, das soll das neue Kraftzentrum der CDU im Kabinett sein. Und damit weiter mit Erhard Schäfer. Ja, meine Damen und Herren, wir haben weitere Stimmen für Sie. Die beiden bisherigen und zukünftigen Koalitionsfraktionen haben sich heute hier auch zu Fraktionssitzungen getroffen. Bei der SPD beispielsweise gab es einen Zählappell. Da wollte man einfach wissen, wer denn alles da ist heute. Es wurde nicht gecheckt, wer wohl für wen stimmen wird, beziehungsweise ob jemand für die Kanzlerin stimmt oder nicht. Und wie gesagt, auch bei der Union hat es eine Fraktionssitzung gegeben, hier auf der Fraktionsebene des Bundestages. Und auch danach gab es ein paar wenige Stimmen. Wir zeigen Ihnen Alexander Dobrindt, den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, und Julia Klöckner, die designierte Landwirtschaftsministerin. Aufgeregt? Ein bisschen aufgeregt natürlich, aber es ist eine besondere Aufgabe. Ich freue mich sehr auf das Haus. Landwirtschaft und Ernährung ist ja das Lebensministerium. Und es wird auch Zeit, dass wir eine Regierung bekommen. Ich glaube, so lange haben wir noch nie drauf gewartet. Und ich glaube, die Bürger wollen es jetzt auch endlich, dass es losgeht. Nach acht Jahren zurück in Berlin, wieder quasi ein alter Wirkungsstätte. Wie ist das so? Ach, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin mit Leib und Seele Rheinland-Pfälzerin, verabschiede mich da aus der Landtagsfraktion. Aber hier viele bekannte und liebgewonnene Gesichter und eine tolle Aufgabe. Alle da. Jetzt müssen nur noch alle ins Plenum gehen. Und alle für die Kanzler? Davon gehe ich aus. Ja, die Stimmung ist gut. Nach sechs Monaten intensiver Verhandlungen, da hat es ja Höhen und Tiefen gegeben. Die haben aber auch sehr dazu beigetragen, dass man näher zusammengekommen ist. Und dass viele Debatten, die wir ja auch gerade vor der Bundestagswahl hatten, auch zwischen CDU und CSU, die ja schon auch wirklich ernsten Charakter hatten, dass die im Laufe dieser Verhandlungen erst mit den Grünen, der FDP und dann mit der SPD inhaltlich, aber auch persönlich bereinigt werden konnten. Und ich glaube, wir haben heute eine wirklich gute Aufstellung. Und von daher, ich freue mich darauf, dass wir jetzt wieder in eine gute Regierung mit Angela Merkel gehen. Und da haben beide Seiten, auch bei CDU und CSU sozusagen, sich aufeinander zubewegt? Also auch die Kanzlerin sich auf die CSU zubewegt? Ja, wir haben ja bei den ganzen Themen der Migration mit unserem Regelwerk zur Migration zwischen CDU und CSU gezeigt, dass wir uns verständigen können. Und zwar in dem Sinne, wie es auch die CSU ja maßgeblich schon immer gefordert hat. Und wir haben jetzt Schlüsselstellungen erreichen können in den Verhandlungen. Und das Innenministerium, das Bundesinnenministerium, das wir jetzt besetzen, ist natürlich eine der zentralen Stellen, wenn es darum geht, diese Herausforderungen im Bereich Migration, dauerhafte Begrenzung der Zuwanderung, auch dann ja in unserem Sinne zu lösen. Alexander Dobrindt und Julia Klöckner unmittelbar vor Beginn dieser heutigen Plenarsitzung des Deutschen Bundestages, in der die Kanzlerin gewählt wird und diesen Minuten und in der dann auch im weiteren Verlauf nicht nur die Kanzlerin vereidigt wird, sondern auch die Bundesminister des neuen schwarz-roten Kabinetts. Jetzt haben wir Ihnen schon viele Gesichter und Köpfe gezeigt, die Sie mutmaßlich kennen, wenn Sie regelmäßig Politik-Sendungen verfolgen oder sich überhaupt für dieses Thema interessieren. Aber der Bundestag besteht ja insgesamt aus 709 Abgeordneten. Da sind auch viele Unbekannte dabei, selbst für uns. Und da sind vor allem auch viele Junge dabei. Und deren Erwartungen an die heutige Wahl der Bundeskanzlerin und die Vereidigung des Kabinetts, die hat Katharina Kühn abgefragt. Natürlich ist es spannend für mich, ein Teil dieses Prozesses zu sein, dabei sein zu dürfen. Und ja, also jetzt wird die Kanzlerin gewählt. Man hat sich entschieden, mit der Union zu koalieren und das ist jetzt der Akt, der dazugehört. Ich werde natürlich diese GroKo ablehnen, so wie sie ist, weil das große Problem besteht darin, dass es das, was gerade korportiert wird, dass es ja kein einfaches Weiter-so ist, sondern dass es weiter in eine gesellschaftliche Spaltung geht, in eine soziale Spaltung in diesem Land. Das erste Mal im Bundestag zu sein war aufregend. Die Konstituierung der Sitzung war aufregend. Das erste Mal in den Ausschüssen. Und das ist jetzt wieder so ein erstes Mal. Und ja, das ist etwas, das macht man eben nur einmal in der Legislatur. Und das ist schon was Besonderes und deswegen freue ich mich einfach darauf. Die letzten Kanzlerwahlen, die habe ich tatsächlich über den Phoenix-Livestream verfolgt. Und 2005 wurde ja Kanzlerin Merkel das erste Mal gewählt. Und da war ich irgendwie 15. Da hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass ich tatsächlich jetzt ein paar Jahre später selbst daran beteiligt sein darf, die Kanzlerin zu wählen oder bei dem formalen Akt dabei zu sein. Für mich ist das eine aufregende Situation. Vor vier Jahren, als Merkel das letzte Mal vereidigt wurde, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich eines Tages selber mal im Bundestag sitzen würde, um hier eine Entscheidung zu treffen. In dem Fall auch eine Nicht-Entscheidung zu treffen. Es hat auch eine historische Bedeutung für mich, denn ich denke, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass Merkel hier ihren Eid ablegt. Denn wir als AfD werden alles daran setzen, dass Merkel nicht wieder in diesen Bundestag kommt. Also ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig aufregender Augenblick. Ich kann mich noch erinnern, als ich, nachdem ich 18 geworden bin, das erste Mal wählen durfte. Und das war für mich schon, das war eine Kommunalwahl und irgendwie toll, dass man da aktiv praktisch in so eine Demokratie dann auch eingreifen kann. Und jetzt ist es natürlich nochmal, das hätte ich mir damals nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal in der Situation bin, dann auch eine Kanzlerin zu wählen. Insofern ist es natürlich wahnsinnig aufregend. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich schon erstmal was Besonderes, dass man darüber mit abstimmen darf. Und dann musste ich mich an den Gedanken, jetzt Angela Merkel zu wählen, doch ganz schön gewöhnen, weil ich ja gegen die Große Koalition gestimmt habe. Und darum musste ich mich dann doch damit, ja, nach diesem Mitgliederentscheid erstmal anfreunden, dass wir in die Koalition gehen, wo dann dazu gehört, dass ich Angela Merkel heute meine Stimme gebe. Also für mich wird Demokratie damit greifbar, weil bisher als Bürgerin war Angela Merkel für mich eine sehr abstrakte Figur. Und auch als Abgeordnete habe ich sie bisher jetzt nicht oft gesehen. Und jetzt wird sie also gewählt und ich und damit indirekt auch meine Wählerinnen und Wähler sind da mit dabei. Naja, die Wahl der Bundeskanzlerin ist natürlich was ganz Besonderes. Das ist einer der Hochmomente hier im Deutschen Bundestag. Deswegen, ja, bedeutet mir das auch viel. Aber ich bin natürlich auch voller Tatendrang. Denn es ist kein Geheimnis, ich hätte mir wie viele in der Fraktion und wie auch Angela Merkel selbst sicher gewünscht, dass das alles schon früher vonstatten gegangen wäre. Und wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag, der sehr viele Aufgaben enthält, der sehr viel Positives enthält, was wir jetzt aber auch umsetzen müssen. Und dass wir jetzt so richtig loslegen können, dann mit einer neuen Regierung, mit einem starken Parlament, darauf freuen wir uns. Und deswegen ist das heute eine Mischung aus Stolz und Vorfreude, aber auch Tatendrang. Ja, und soweit die Sicht der Dinge von jüngeren Bundestagsabgeordneten hier des Deutschen Bundestags. Sie sehen sie eher selten. Und deswegen ein Grund mehr für uns an dieser Stelle, auch mal diese Stimmen für Sie einzufangen. Wir machen weiter mit Gerd Joachim von Fallohr. Ja, vielen Dank. Und bei mir ist Alexander Gauland, der Fraktions- und Parteivorsitzende der AfD. Herr Gauland, 171 Tage haben wir jetzt alle warten müssen. Sie sind ja hier neu in den Bundestag mit Ihrer Fraktion eingezogen. Auch Sie haben warten müssen. Wäre Ihnen eigentlich zwischendurch lieber gewesen, das Ganze wäre gescheitert und es hätte Neuwahlen gegeben? Ich weiß nicht, ob Neuwahlen ein sehr viel anderes Ergebnis gebracht hätten. Deswegen kann man nicht sagen, das eine oder das andere wäre besser gewesen. Diese Regierung ist falsch, die Politik ist falsch. Aber ich bin nicht sicher, dass Neuwahlen zu einem anderen und für uns besseren Ergebnis geführt hätten. Sie haben ja am Wahlabend gesagt, wir werden Sie jagen. Wenn man jetzt mal zusammenzählt die Aktivitäten der AfD hier im Deutschen Bundestag, dann ist man bei den Anträgen ganz weit hinten. Nur bei den aktuellen Stundenbeantragungen, da sind Sie weit vorne. Das ist noch Einarbeitungsproblematik oder woran liegt es? Das hat nicht viel mit Einarbeitungsproblematik zu tun. Da wir keine Regierung haben, kann man eine Regierung auch nicht im symbolischen Sinne jagen. Das gab ja bis jetzt überhaupt keine Politik. Das heißt, das Ganze wird sich jetzt erst einrenken, indem die Regierung Vorschläge macht, die wir dann heftig zu kritisieren haben. Das Ganze war also quasi vorgeplänkelt. Wir haben es auch so ähnlich empfunden. Klar kann ein Parlament eigentlich erst richtig funktionieren, wenn die Regierung da ist. Das wird ja dann ab heute Nachmittag der Fall sein. Sie haben ja noch nicht alle Funktionen besetzt bekommen, die Sie eigentlich hier besetzen dürfen. Zum Beispiel den Parlamentsvize. Wann wird das der Fall sein? Wir haben ja einen Vorschlag gemacht. Die anderen wollen unseren Parlamentsvizepräsidenten nicht. Wir sehen uns nicht in der Lage, jemanden anders vorzuschlagen. Denn das, was Herr Klaser über den Islam gesagt hat, das vertreten wir alle. Ich wüsste also niemanden, den ich vorschlagen könnte, der eine andere Meinung hat. Sie sind da ja nicht die Einzigen, denen das so gegangen ist. Die Grünen haben von 1983 bis 1994 gar keinen Vizepräsidenten gestellt. Und dennoch ist das für eine Fraktion im Deutschen Bundestag natürlich eine Schwächung, dieses wichtige Amt nicht zu bekleiden. Meinen Sie nicht, dass, wenn Sie uns ja Ihren Abgeordneten mal suchen, dass Sie den einen oder anderen vielleicht auch Jüngeren finden, der bei dieser Frage dann doch eine andere Meinung hat? Das hat nicht mit Jung und Nicht-Jung zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir zum Islam die Meinung haben, die Herr Klaser ausgedrückt hat. Und diese Meinung haben auch Jüngere in unserer Fraktion, da wir in der Fraktion das diskutiert haben. Von daher ist das kein Ausweg, den Sie mir da vorschlagen. Wenn Sie auf das neue Kabinett gucken, wer interessiert Sie da am meisten? Horst Seehofer, der bereits gesagt hat, er will stärker durchgreifen bei den Ausländern, bei den Zuwanderern, pardon? Ich glaube, dass Horst Seehofer das macht, was er die ganze Zeit gemacht hat, nämlich eine harte Politik ins Schaufenster stellen, aber nichts machen. Die CSU kämpft um die absolute Mehrheit in Bayern. Das ist für sie das Entscheidende. Die Bundesrepublik ist gar nicht das Entscheidende. Und wir wissen ja, dass aus Obergrenze nichts geworden ist, dass aus Horst Seehofers Ankündigung das Unrecht zu beenden nichts geworden ist. Es wird auch aus einem Heimatministerium nichts in puncto Abschiebung. Alexander Gerland, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt geht es weiter mit meinem Kollegen Erhard Schaffer. Aber nicht besonders lange, denn wir wollen wissen, wie es im Moment im Plenarsaal zugeht, wie weit fortgeschritten der Namensaufruf ist und wie weit fortgeschritten also die gesamte Wahl der Bundeskanzlerin ist. Und das wissen verlässlich und präzise Johannes Leithäuser und Konstanze Abratzky. Und wir können vermelden, wir sind durch. Um 9.34 Uhr hat Wolfgang Schäuble die Wahl geschlossen und dann auch die Sitzung unterbrochen. Denn jetzt wird ausgezählt. Das dauert so circa plus oder minus 30 Minuten. Dazu werden die Wahlurnen, in die wir haben das eben nachfragen lassen, in die Präsenzbibliothek getragen. Das ist hier nicht weit weg. Und werden unter wachsamen Augen dann die Stimmen tatsächlich eins zu eins ausgezählt. Das machen die Schriftführer. Das heißt also, die Parlamentarier haben selber ein Auge drauf, dass das Ergebnis nachher korrekt ist. Es ist sehr interessant, die meisten Abgeordneten haben ja, nachdem sie ihre Stimme eingeworfen haben in die Urne, hier nicht viel zu tun. Und es hat sich hier so eine Art informelle Regierungsbildung vollzogen in den letzten Minuten. Die Minister haben sich mit der Bundeskanzlerin der künftigen, falls sie denn eine Mehrheit der Stimmen bekommen. Da wird auch gerade schon an uns vorbei ein Blumenstrauß hineingetragen. Unterhalten. Das ist Eckhardt Rehberg. Das ist der, der den Blumenstrauß trägt. Das ist der Sprecher des Haushaltsausschusses, der Unionsfraktion. Ein wichtiger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, uralter Vertrauter von Angela Merkel. Womöglich ist der für Sie, der Blumenstrauß. Wer weiß, vielleicht hat ja auch noch heimlich jemand Geburtstag. Ja, Sie haben gesagt, es gab so eine informelle Regierungsbildung. Ja, da haben wir gesehen, wie Staatssekretäre mit ihren Ministern reden. Also alles den künftigen, sagen wir immer noch, weil noch sind sie es ja nicht. Genau. Herrn Tauber haben wir gesehen, den ehemaligen Generalsekretär. Der als parlamentarischer Staatssekretär ins Verteidigungsministerium wechseln soll. Und man muss ja tatsächlich sagen, es gibt ganz schön viele parlamentarische Staatssekretäre inzwischen. 51 Mitglieder hat die Bundesregierung, wenn man die alle mitzählt. Und das ist außergewöhnlich? Das ist so eine schleichende Inflation. Es werden immer mehr. Und es ist ein privates Mittel, um Kritiker oder die, die sich zu kurz gekommen fühlen als Abgeordnete, mit einem Geschenk zu versehen, indem man sie als parlamentarischen Staatssekretär in ein Ministerium schickt, wo sie dann, je nach Ministerium, mehr oder weniger sinnvolle Dinge tun. Ja, jetzt haben Sie schon das Wort Kritiker in den Mund genommen. Angela Merkel hat sich ja mit ihrer Kabinettsbildung, so hieß es, so eine Art Befreiungsschlag gegeben. Jens Spahn, den sehen wir jetzt ja auch gerade. Das ist richtig. Im Sinne, der sitzt jetzt am Kabinettstisch. Der ist jetzt Gesundheitsminister, wenn es dann alles so kommt. Und wir haben vorhin gesehen, wie er seinem Vorgänger begegnet ist, Hermann Gröhe. Das war der knappeste Handschlag aller Handschläge, die man sich vorstellen kann. Denn da herrscht auch kein Frieden. Da sind die Grünen und warten. Mit den Grünen hat sich Angela Merkel auch immer wieder hier zwischendurch recht intensiv unterhalten. Das stimmt, ja. Und da muss man sagen, da spürt man tatsächlich auch Sympathie. Das würde ich auf jeden Fall annehmen. Und ich glaube auch, dass Frau Merkel eine Koalition mit den Grünen und der FDP lieber gewesen wäre, als das Bündnis, das sie jetzt geschlossen hat. Es wäre ja auch in der Tat der Zauber gewesen, dem was Neues inneliegt oder das Neue, den mit Zauber inneliegen könnte. Jetzt haben wir eine Wiederholung und wir hatten diese sich wirklich endlos lang hinschleppende Regierungsbildung. Dann letztendlich ja auch noch durch die SPD-Mitgliederentscheidung dann noch ein bisschen länger in die Zeitschleife gezogen. Was so ein bisschen fehlte jetzt Anfang der Woche, Sie waren ja auch dabei, als der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde und dann präsentiert wurde, da fehlte allen so der Esprit, da war das böse Wort von jede Sparkassenfiliale wird irgendwie enthusiastischer eingeweiht. Stimmt das so? Das stimmt, wobei man sagen muss, dass Frau Merkel natürlich auch niemand ist, der zum Überschwank neigt. Ich kann mich noch gut erinnern, als sie ganz knapp die erste Wahl gewonnen hatte, 2005, gegen Gerhard Schröder. Da gab es eine Pressekonferenz und eine Kollegin von mir, Judy Dempsey, fragte Frau Merkel, wie fühlen Sie sich? Jetzt müssen Sie sich doch freuen. Und die damals auch künftige Bundeskanzlerin rang sich den Satz ab, mir geht es gut. Das war der Gipfel des Überschwankens. Ein emotionaler Ausbruch. Genau, fächer. Ja, wobei bei Angela Merkel es ja immer heißt, dass das öffentliche Bild mit ihrem Bild auseinanderfällt, was sie wohl im kleineren Kreise. Und wir kennen es manchmal dann ja auch von Hintergrundgesprächen, wo sie dann durchaus viel mehr an Emotionalität und Persönlichkeit aufblitzt. Sie ist auf jeden Fall zu einem sehr schönen, lakonischen Humor fähig, das stimmt sicher. Frau Künast hat sich irgendwas am Fuß getan, wie wir gerade sehen können. Das ist wieder die Bundesratsbank und da unterhält sich mit der Bayerischen Wirtschaftsminister. Mit Frau Aigner, genau, und daneben sitzt. Herr Daniel Günther. Wir haben auch gesehen, dass Horst Seehofer da ist. Er sitzt auf der Besuchertribüne. Er ist jetzt natürlich, wie es so heißt, so schön großer Fernsehfehler nicht im Bild, aber wir reden trotzdem darüber, weil er ist ja eine wichtige Gestalt. Jens Spahn hatten wir ja eben kurz angesprochen als einen der Kritiker, der am Kabinettstisch sitzt, mit Horst Seehofer am Kabinettstisch. Da könnte es auch nicht immer so spaßig für Angela Merkel werden. Ja, das stimmt und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also alle haben die letzten Irrationalitäten der CSU immer mit der Bayerischen Landtagswahl verknüpft. Aber die ist ja bald wieder vorbei. 14. Oktober stattfindet. So lange wird es also raues Fahrwasser sein mit der CSU. Und Seehofer hat ein doppeltes Problem, da sein Nachfolger in Bayern schon zum Ministerpräsident gewählt werden wird. Und er sich also auch in dieser, er muss sich in Berlin beweisen und er muss sich Söders erwehren, das ist nicht sehr komfortabel. Also das heißt, Sie erwarten eher, dass jetzt diese ersten, also andersrum formuliert, angekündigt war ja, dass die Regierung, wenn sie denn heute tatsächlich etabliert wird, vereitigt wird, dass sie sofort losliegt. Um 17 Uhr soll es ja die erste Kabinettssitzung dann auch geben und eine Rangliste an Arbeiten wollte Angela Merkel gar nicht aufstellen, sondern hat gesagt, eigentlich ist alles wichtig. Das stimmt. Und es ist insofern tatsächlich auch so, dass das Dringendste jetzt ist, einen Bundeshaushalt aufzustellen, den es ja seit Anfang des Jahres eigentlich schon hätte geben müssen. Und da steht natürlich, da wird das Geld für alle Vorhaben und Ausgaben irgendwie bewilligt oder zugeteilt werden müssen. Das heißt, also wenn der Haushalt Ende April müsste ja aufgestellt sein, um noch vor der Sommerpause verabschiedet zu werden. Wenn der Haushalt da ist, dann werden wir tatsächlich sehen, was von dem Programm, das in diesem Koalitionsvertrag steht, auch am Anfang wirklich so viel Bedeutung hat, dass es gleich angepackt werden soll. Und das wird dann auch die erste große Aufgabe für Olaf Scholz werden, den designierten Finanzminister. Da kann man sich schon ein paar Schweißperlen auf seiner Stirn vorstellen. Das wird ihn jetzt in den nächsten Wochen massiv beschäftigen, wenn, wie gesagt, die ewige Einschränkung, die Wahl, die jetzt gerade ausgezählt wird, eine Mehrheit der Mitglieder des Hauses ergibt für die Wahl der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die jetzt gerade wieder in den Saal kommt. Ja, sie war einmal kurz rausgegangen. Sie läuft ja auch immer, also es ist ja nicht so, dass sie nicht in Kontakt sucht hier mit den anderen Menschen im Parlament. Also nicht nur, dass diejenigen zu ihr kommen, sondern sie geht dann eben auch herum und unterhält sich mit allen, die sie kennt und weniger kennt. Also das ist durchaus jetzt hier auch immer sehr, sehr interessant oder auch spannend und, glaube ich, auch wichtig sozusagen für das parlamentarische Geschehen, dass es eben so einen Austausch gibt. Stimmt und man muss auch sagen, sie hat tatsächlich so einen kleinen Erledigungskalender im Kopf. Also sie kann auch auf informelle Art und Weise permanent im Gespräch regieren. Jetzt sehen wir sie gerade wieder im Gespräch. So, wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause und gehen noch einmal zurück nach draußen auf die Flure, denn da tut sich jetzt ja auch einiges. Da sind auch viele Parlamentarier. Und da halten wir uns gar nicht lange an dieser Stelle auf, sondern schauen direkt weiter zu Gerd Joachim von Falloa mit dem nächsten Gesprächspartner. Ja, meine Damen und Herren und weil Johannes Leithäuser gerade Christian Lindner, äh, pardon, nicht Christian Lindner, der ist jetzt mein Gast, nein, jetzt habe ich mich verpannst, Renate Künast angesprochen hat mit ihrem Fuß, wollte ich nochmal nachtragen. Sie ist vor mehreren Wochen in ihrem Ferienhaus die Treppe runtergefallen, hat sich den Fuß gebrochen. Und, äh, das ist jetzt wirklich schon viele Wochen her, aber Sie wissen es vielleicht, so ein Fußbruch, das dauert und insofern hat sie noch zwei Krücken. Und jetzt begrüße ich Christian Lindner, den Partei- und Fraktionschef, äh, der FDP. Herr Lindner, Sie sind gut zu Fuß heute. Sie sind gut zu Fuß. Äh, Sie haben auch schon viele Interviews gegeben, aber fangen wir mal mit einem Interview an, was ich interessant fand, was Sie direkt nach dem Koalitionsvertrag gegeben haben. Da haben Sie gesagt, ja, da sind Teile in diesem Koalitionsvertrag, ähm, der jetzt abgeschlossen wurde, die sind sogar besser als das, was wir bei Jamaika ausverhandelt haben. Was wäre denn das gewesen? Ja, das gehört ja zu einer ehrlichen Opposition dazu, dass sie sagt, wo Dinge gut sind. Äh, es gibt eine, äh, Reform des Bildungsföderalismus, äh, nur ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung. Äh, der Bund darf jetzt Kommunen unterstützen bei der Modernisierung von Schulen. Das war im Grundgesetz vorher so nicht möglich. Bei Jamaika ist das noch gescheitert am Widerstand des, äh, Grünen-Ministerpräsidenten Kretschmann. Und bei der Klimapolitik gibt es mehr Realismus. Die 2020-Ziele, ich meine, wir sind 2018, sind physikalisch nicht erreichbar. Die Grünen wollten das auf Biegen und Brechen, die CDU war dazu bereit. Jetzt gibt es bei der CDU neuen Realismus, das kann man begrüßen. Wir sind noch damals in die Nähe von Donald Trump gerückt worden, so ändert sich die Zeit. Was da aber fehlt, ist der innovative Weg, wenigstens die 2030-Klimaziele zu erreichen. Da hören wir nur Fahrverbote, Subventionen, Quoten. Besser wäre es, einen Marktmechanismus einzurichten. CO2 bekommt einen Preis. Und, äh, dann haben die Betriebe, haben die Bürger einen Anreiz, CO2 einzusparen. Und zwar in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist günstiger, effektiver. Das hebt auch, äh, Technologien an, äh, die wir sonst vielleicht in der Politik nicht auf dem Radarschirm hätten. Also das wäre der innovativere Weg. Wäre es nicht sinnvoller, das am Verhandlungstisch mit den Grünen und der Union ausgefochten zu haben? Sie haben gerade gesagt, das wollte der grüne Ministerpräsident nicht. Dafür hätten Sie ja was anderes fordern können. Ich verstehe immer nicht ganz, wie diese Mechanismen bei Jamaika gelaufen sind. Sie tun immer so, als wenn Frau Merkel und die Grünen immer gemeinsame Sache gemacht hätten und die FDP hätte nichts durchsetzen können. Warum eigentlich nicht? Tja, weil, ähm, äh, eine linke Partei, die Grünen und die FDP auf der anderen Seite, äh, an einem Tisch saßen. Die Grünen wollen die Bürger erziehen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger befreien. Und dazwischen saß Frau Merkel. Und die hatte keine echte Position. Und die hat dann entschieden, okay, einer muss sein Gesicht verlieren. Das soll die FDP sein. Und, äh, darauf hatten wir, äh, wenig Lust. Und deshalb sind diese Jamaika-Gespräche, kurz gesagt, gescheitert. Ähm, wir hätten gerne regiert, wenn der Soli abgeschafft worden wäre, wenn es eine Reform des Bildungsföderalismus gegeben hätte, mindestens so wie jetzt bei der Großen Koalition, realistische Klimapolitik, moderne Einwanderungspolitik, Tempo bei der Digitalisierung, ja, dann wäre ich auch gerne selbst Minister geworden. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist es erforderlich, in der Opposition zumindest Druck auf eine Regierung auszuüben. Und da hat Franz Münteferhin gesagt, Opposition ist Mist. Sie haben gesagt, lieber nicht regieren, als gar nicht regieren. Das ist eine große Geringschätzung der parlamentarischen Demokratie. Zu sagen, Opposition ist Mist. Aber Sie bringen in dieser, oder, ich glaube, in dieser Woche bringen Sie eine andere Einstreichung des Solis. Den können Sie gerne einbringen, passiert nichts. Wenn Sie in der Regierung wären, hätten Sie wenigstens Teilerfolge zeitigen können. Ja, ich merke schon, ähm, dass Sie total auf, äh, GroKo-Linie sind. Aber vertrauen Sie mir. Äh, die 10 Milliarden Euro, die jetzt die GroKo beim Solidaritätszuschlag einsparen will, oder den Bürgern geben will, mehr war bei Jamaika auch nicht drin. Das können Sie mir glauben oder nicht. Bürgerinnen und Bürger haben jedenfalls durch die aktuellen Umfragen zum Ausdruck gebracht, sie sehen eher unsere Position. Es war nicht möglich. Und, äh, 80 Milliarden Euro beim Solidaritätszuschlag zahlen die Bürger in den nächsten vier Jahren mindestens noch. Und wir sagen, nein, 2019 muss das letzte Jahr sein. Das war bei Jamaika nicht möglich. Bei der GroKo gibt es dasselbe wie bei Jamaika. Also muss das Richtige im Parlament vorgetragen werden, damit die Bürgerinnen und Bürger sehen, zumindestens auf der Oppositionsbank. Gibt es eine Partei, die ihre Interessen vertritt? Vielen Dank, Herr Lindner. Ich bin nicht auf GroKo-Kurs, sondern, äh, ich habe das zum Beispiel vor vier Jahren bei den Grünen mitgemacht. Die Grünen haben damals gesagt, wir gehen nicht in die Regierung und haben vier relativ freudlose und effektionslose, äh, äh, wenig effektive, so rum, pardon, äh, Jahre in der Opposition, äh, verbracht. Insofern ist dieses Schicksal bei der FDP durchaus auch möglich. Sie müssen ja auch immer an Ihre Wähler denken, die etwas durchgesetzt haben wollten. Ja, aber die Wähler wollten, die Wähler wollten das Richtige durchgesetzt haben. Und, mein, jeder kann es ja im Internet sehen. Sie sind natürlich ein kleiner Partner in so einem Viererbündnis, da müssen wir auch was abgeben. Ja, klar. Aber wissen Sie, Herr von Fallower, letztes Jahr haben wir in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mit CDU und Grünen Regierungen gebildet. Jamaika in Kiel mit der CDU in Düsseldorf. Dass wir kompromissfähig sind, das haben wir unter Beweis gestellt. Aber als Elf-Prozent-Partei kann man nur dann Politik machen, wenn die anderen einem auch Räume geben. Und das war nicht der Fall. Wir lassen uns jedenfalls von anderen nicht veräppeln. Darauf können die Bürger sich verlassen. Vielen Dank. Christian Lindner, die FDP wird eine kraftvolle Oppositionspartei sein. Und damit zurück zu Erdscheifer. Danke sehr. Und wir schauen wieder zurück von der Oppositions-, von den Oppositionsbänken in die Regierungsbank, beziehungsweise in die Regierungsfraktion. Bei uns ist die Chef, die Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Kriege ich überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Andrea Nahles, schön, dass Sie da sind. 171 Tage seit der Bundestagswahl. Was bedeutet Ihnen dieser Tag heute, an dem die Kanzlerin gewählt wird und auch das Kabinett vereidigt werden wird? Was bedeutet Ihnen dieser Tag auch persönlich? Ja, ich bin einfach erstmal super erleichtert. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich sehr schnell in eine stabile Regierung kommen. Dafür haben wir die Voraussetzungen geschaffen. Jeder hat so seine Umwege genommen. Die Union über Jamaika. Wir hatten noch ein Mitgliedervotum. Also jetzt am Ende kann man aber sagen, steht alles. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass Frau Merkel gewählt wurde. Die Ausstellung läuft gerade. Ja, ich fühle mich heute gut. Ich bin erleichtert und ich bin froh, dass es losgeht. Sie haben das Umwege genannt, aber eigentlich war es eine richtig mächtige Buckelpiste. Und wenn wir es mal bei Licht betrachten, sind Sie auch noch nicht am Ziel. Nein, wir sind es am Ziel, wenn wir es schaffen, das, was jetzt auf dem Papier steht, auch mit Leben zu füllen. Wenn wir wirklich in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren es schaffen, Gutes für unser Land zu bewirken, dann sind wir am Ziel, nicht einen Tag vorher. Was ist der Geist dieser Koalition? Was ist der Geist dieses Koalitionsvertrags? Ja, wir brauchen eigentlich eine starke deutsche Stimme in Europa. Wir werden hier auf der ganzen Welt, die in Unordnung geraten ist, herausgefordert. Und wir brauchen neue Dynamik für Deutschland und mehr Zusammenhalt in unserem Land. Dafür haben wir die Grundlage gelegt in den Verabredungen konkreter Politik, die wir anpacken. Und insoweit hoffe ich, dass wir auch ein gutes Miteinander finden. Ich glaube, nachdem wir ganz schön weit auseinander weg waren, jetzt durch Jamaika auch bedingt, sind wir in den letzten Monaten auch wieder zusammengerückt. Und ich glaube, das kann was Gutes werden. Wie sieht das dann aus? Wie sieht dieser Zusammenhalt, von dem Sie eben auch gesprochen haben, der ja auch auf dem Koalitionsvertrag außen drauf steht, einer der Titel dieses Koalitionsvertrags ist? Wie sieht dieser neue Zusammenhalt dann aus in dreieinhalb Jahren? Ja, wir wollen einfach, dass die Leute merken, wir kümmern uns wirklich um die Alltagssorgen. Bei der Pflege beispielsweise, beim Rententhema, dass die Leute Angst vor Altersarmut haben. Da können wir ja was dagegen unternehmen. Und das heißt, dass wir da wirklich in dem Leben der Menschen Gutes bewirken. Und das muss unser Ziel sein. Oder beispielsweise das Thema Mieten und Wohnen. Mittlerweile frisst ja die Mietesteigerung, die Lohnerhöhung locker auf. Viele werden verdrängt aus ihrer Heimat in den Stadtquartieren, wo sie seit Jahrzehnten leben, weil die Mieten so stark steigen. Das sind Themen, die den Menschen unter den Fingernägeln brennen. Und jetzt muss ich, glaube ich, rein, damit ich das Ergebnis mitbekomme. Ganz genau so ist das, wollte ich Ihnen gerade sagen. Wolfgang Schäupele hat nämlich die Sitzung schon wieder eröffnet. Es sitzen auch die Abgeordneten alle schon. Gleich wird Frau Nahles noch an uns vorbeieilen, damit sie also auch dann da vorne in die ersten Reihe Platz nehmen kann. Wenn Sie Platz genommen haben, würde ich gerne die Sitzung wieder eröffnen. Also ich war eine Sekunde zu schnell. Ich konnte es nicht genau hören. Ich hörte Ihnen nur reden. Also die Sitzung wird dann eröffnet, wenn tatsächlich alle sitzen. Das heißt, diese Kanzlerinnenwahl, die ist wirklich ziemlich speedy. Also es geht relativ rasch. Obwohl es die meisten Abgeordneten sind, die der Bundestag je hatte. So, jetzt eröffnet er wieder. Die unterbrochene Sitzung wieder. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Abgegebene Stimmen 692. Ungültige Stimmen 4. Gültige Stimmen 688. Mit Ja haben gestimmt 364. Mit Nein haben gestimmt 315. Enthaltungen 9. Frau Dr. Angela Merkel hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erhalten. Und ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zur Bundeskanzlerin gewählt. Ich frage Sie. Vielen Dank. Ich frage Sie. 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 Frau Bundeskanzlerin. Ich frage Sie. 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 Und das ist ein Mann. Ich frage Sie. Ich frage Sie. Ich frage Sie. Koalitionskur dort eben lang ist. Das ist Karl Lammers, Abgeordneter des Heidelberg. Nein, man muss auch sagen, sie hat bei einer Sommerpressekonferenz mal gesagt, sie habe ja Spaß am Problemlösen. Das ist sozusagen ihr Credo. Keine große Weltveränderungsmottos, sondern das tun, was ansteht und auf dem Zettel steht. Und das, glaube ich, macht ihr auch tatsächlich Freude. Ja, mit den Bildern hier von Peter Altmaier, Jürgen Trittin und ist das Norbert Röttgen da von hinten? Ja, genau. Mit denen werden wir uns jetzt mal wieder kurz aus dem Plenum verabschieden und hinausschalten zu Erhard Schäfer. Jawohl. Und wir wollen den Blick noch ein klein wenig weiten, denn Sie wissen, bei Phoenix bekommen Sie das ganze Bild und das Bild über diesen Plenarsaal hinaus ja sowieso. Ich habe Ihnen eingangs schon gesagt, falls Sie da schon dabei gewesen sind, 126 Redaktionen sind hier vertreten, auch ziemlich viele Medienvertreterinnen und Vertreter aus dem Ausland, aus Griechenland, aus der Türkei, Spanien, Italien, Japan und sogar aus den USA haben wir gehört, die heute hier auf diese Wahl der Bundeskanzlerin geguckt haben, kann man ja jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen. Aber auch in Europa insbesondere wird diese Wahl mit sehr großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wir haben die Stimmen der Auslandskorrespondenten von ARD und ZDF eingeholt zu dieser langen Regierungsbildung, zu dieser außergewöhnlich langen Regierungsbildung für die Bundesrepublik Deutschland und haben einige davon zusammengefasst jetzt im folgenden Beitrag. Und es beginnt aus Brüssel. Anne Gelinek. Erleichterung auch in Brüssel. Endlich wieder eine handlungsfähige deutsche Regierung. Die Kanzlerin heißt Angela Merkel. Sie ist immer noch die dienstälteste und erfahrenste Regierungschefin in Europa. Doch der Glanz ihrer Krone ist nicht mehr ganz so hell wie früher, denn inzwischen hat ein neuer Shootingstar, Emmanuel Macron, die europäische Bühne betreten. Mit seinen Vorschlägen zur Vertiefung der Eurozone und Europas insgesamt treibt er die anderen Staats- und Regierungschefs vor sich her. Angela Merkel wird in dieser Debatte eher bremsen als Gas geben. Auch beim zweiten großen Thema in Europa, der Flüchtlingspolitik, ist es fraglich, ob Merkel sich durchsetzen kann. Es ist inzwischen Konsens, dass Europa seine Grenzen schließen und abschotten will und Flüchtlinge zurückgeführt werden sollen. Die Debatte über die Quote, über die Verteilung von Flüchtlingen bewegt sich seit Monaten keinen Zentimeter von der Stelle. Merkel wird in den nächsten Monaten alle Kraft aufwenden müssen, um das Europa, das in Nord und Süd und Ost und West zerstritten ist, zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Wenn ihr das gelingt, dann ist die Überschrift über dem Koalitionsvertrag ein Aufbruch für Europa tatsächlich berechtigt. Emmanuel Macron wirkt derzeit wie ein Arzt, der dem Patienten mit Namen Eurozone ein Rezept gegen künftige Krankheiten ausgestellt hat und dem jetzt nach monatelanger Verzögerung die Berliner Koalitionskrankenkasse zu sagen scheint. Die verschriebenen Mittel überzeugen uns nicht in ihrer Heilkraft und zu teuer sind uns einige davon auch. Viele von Macrons Reformvorstellungen stehen in Berlin im Verdacht einer Vergemeinschaftung der Risiken. Auf dem kommenden EU-Gipfel soll offensichtlich noch kein gemeinsamer Plan vorgestellt werden. Mit Spannung wird hier in Paris auch erwartet, wie raumgreifend sich die Kanzlerin auf der Weltbühne zurückmelden wird. Macron konnte während der monatelangen deutschen Abwesenheit die europäische Hauptrolle glanzvoll besetzen. Jetzt muss aus dem brillanten Vortänzer ein deutsch-französischer Paartänzer werden. Er braucht die Berliner Partnerin, aber sicher auch weiterhin besonders viel Scheinwerferlicht. Staatspräsident Erdogan geht fest davon aus, dass sich die neue Bundesregierung und vor allem Angela Merkel in Kürze mit vielen freundschaftlichen Gesten auf ihn zubewegen. Zum einen, weil nach türkischer Lesart zum größten Teil der vermeintlich antitürkische Wahlkampf in Deutschland für die vielen Misstöne zwischen Ankara und Berlin ausschlaggebend war. Zum anderen, weil der Journalist Denis Yücel, wie von Berlin immer wieder gefordert, jetzt frei ist. Deshalb glauben Erdogan und seine Regierung, man könnte nun ganz schnell zur Normalität zurückkehren. Folglich sollte Berlin bei den rechtsstaatlichen Problemen in der Türkei am besten beide Augen zudrücken, also nach den vielen tausend inhaftierten Andersdenkenden und sogenannten Terrorverdächtigen gar nicht groß fragen. Konkret wünscht sich Ankara von Berlin Unterstützung bei Rüstungsprojekten und eine schnelle Änderung der verschärften Reisehinweise für das Urlaubsland Türkei. Da die türkische Militäroffensive in Nordsyrien noch läuft und immer noch vier deutsche Staatsbürger hierzulande in Urhaft sitzen, könnte es jedoch bei der türkischen Wunschliste zu Enttäuschungen kommen. Hier in Washington war die Verwunderung groß über den langen Prozess der Regierungsbildung im sonst so effektiven Deutschland. Umso erleichterter reagierten Transatlantiker darauf, dass Angela Merkel mit ihrer vertrauten politischen Handschrift wieder als Kanzlerin regiert. Präsident Trump selbst hat keine eindeutige Haltung zur Kanzlerin. Mal kritisiert er sie scharf für ihre Flüchtlingspolitik, dann wiederum lobt er sie als seine besondere Freundin. Die US-Medien aber haben sie zur Wortführerin der westlichen Welt ausgerufen. Tatsächlich hat Angela Merkel auch in einer aktuellen Studie hier in den USA gute Umfragewerte. Sie gilt als die zentrale Figur für ein starkes Europa. Doch auch hier ist aufgefallen, dass die Große Koalition, Zitat, die wackeligste Regierung seit Jahrzehnten in Deutschland ist und die Kanzlerin geschwächt. Politische Eliten schärfen schon ihren Blick. Wer kommt nach Angela Merkel als treibende Kraft in einem derzeit unruhigen Europa? In ihrem Fokus am ehesten der französische Ministerpräsident Macron. Das Ende der Hängepartie im politischen Berlin ist kein großes Thema in Russland. Es wird vermeldet, allerdings ohne Wertung in die eine oder die andere Richtung. Die Neuauflage der Großen Koalition ist für Moskau ein Stück Kontinuität im Verhältnis zu Berlin. Die Hauptakteurin, Bundeskanzlerin Merkel, meint man zu kennen. Sie ist mittlerweile ja auch so etwas wie ein Dauergegenüber des ewigen Putin geworden. Man kennt sich, man weiß sich einzuschätzen. Man kennt Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegenübers auch aus vielen Gesprächen und Verhandlungsrunden anlässlich der Beilegung der Ukraine-Krise. Hier in Südafrika sieht man Angela Merkel vor allem als die Kanzlerin eines Landes, das einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Südafrikas ist. Viele deutsche Firmen produzieren hier am Kap und schaffen Arbeitsplätze für Südafrikaner. Auf dem Kontinent ist Südafrika eines der wirtschaftsstärksten Länder, ein Land auf der Schwelle zur Industrienation. Die klassische Entwicklungshilfe spielt hier deshalb keine so große Rolle wie in ärmeren afrikanischen Ländern. Erst kürzlich hat Angela Merkel ihre Afrika-Entwicklungspolitik neu justiert. Merkel will in Afrika künftig stärker dort tätige Unternehmen fördern, so mehr Arbeitsplätze schaffen und damit indirekt den Armen helfen. In manchen ärmeren Ländern wurde das kritisiert. Für das industrialisierte Südafrika aber ist das eher eine gute Nachricht und die Wiederwahl Merkels damit vermutlich auch. Informationen und Einschätzungen der Auslandskorrespondenten von ARD und ZDF aus Südafrika, aus den USA, aus Russland und natürlich auch aus Europa. Reaktionen und Einschätzungen zur Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zum vierten Mal ist sie ja vor wenigen Minuten zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Neun Stimmen mehr als möglich waren in der schwarz-roten Koalition, die nun dreieinhalb Jahre arbeiten kann. Und einer aus dieser Koalition hat in den vergangenen Tagen schon mächtig Schlagzeilen gemacht, obwohl er noch gar nicht vereidigt ist. Und er ist jetzt bei Gerd Joachim von Falloha. Ja, so ist es. Ich begrüße bei mir Jens Spahn, den designierten Gesundheitsminister. Herr Spahn, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, jetzt Angela Merkel. Alle CDU, diese CDU-Kanzler zumindest sind viermal gewählt worden zum Kanzler. Da scheint es irgendwie ein Dauergehen zu geben. Was zeichnet denn Angela Merkel Ihrer Meinung nach aus? Na, Angela Merkel hat eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Nicht zuletzt auch durch ihre gelassene Art in Krisen. Und wir hatten viele Krisen in den letzten Jahren zu agieren, überlegt zu agieren, unprätentiös Deutschland in der Welt zu vertreten. Wir kommen ja auch in eine neue Rolle in Europa und in der Welt hinein. Und da hat die Kanzlerin es in den letzten zwölf Jahren geschafft, zu hohem Ansehen von Deutschland beizutragen. Und das werden wir jetzt fortsetzen. Und die Kanzlerin war, als sie das erste Mal Ministerin wurde, 36. Sie sind jetzt 37, der Daniel Bahr war ein bisschen jünger, 34. Es gab Claudia Nolde mit 28 Jahren. Aber Sie sind sicherlich einer der jüngsten Minister überhaupt, zumindest der jüngste Minister jetzt hier an dem Kabinettstisch. Woran liegt das wohl Ihrer Meinung nach, dass Sie jetzt diesen Aufstieg machen können? War der Druck des konservativen Flügels so stark auf die Kanzlerin? Zuerst einmal ist Jungsein für sich noch kein Qualitätsmerkmal. Es geht auch darum, was wir vorhaben, dann auch gemeinsam im Team, was wir umsetzen wollen. Und ich finde, wir sind jetzt ein starkes Team in der Union mit Angela Merkel an der Spitze, mit unterschiedlichen Profilen, auch unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Aufgaben, auch im Kabinett. Aber das bildet eben die ganze Breite der Union wieder. Und jetzt geht es vor allem darum, ja auch Vertrauen zurückzugewinnen. Wir dürfen nie vergessen, da war eine Bundestagswahl am 24. September. Die hat dazu geführt, dass wir so lange brauchten, bis wir jetzt auch überhaupt eine Kanzlerwahl durchführen konnten. Und da haben wir alle drei Parteien, die da jetzt regieren wollen, zusammen viel Vertrauen verloren, Millionen Wählerstimmen verloren. Und das ist unser Auftrag im Team, in der Union mit Profil, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Mit 37 werden Sie jetzt also Chef im Gesundheitsministerium. Ich mache diesen Job schon sehr, sehr lange. Ich finde Gesundheitspolitik mit am kompliziertesten, weil es da zu viele Mitplayer gibt. Aber Sie sind überhaupt kein Novize, Sie waren ja lange gesundheitspolitischer Sprecher. Deswegen Hand aufs Herz an den neuen Minister. Die Wartezeiten, die regen alle Menschen auf. Hermann Gröhe hat es ja versucht, aber hat es nicht geschafft. Was wollen Sie anders machen? Wir haben in vielen Teilen ein sehr gutes Gesundheitswesen. Aber ja, wir erleben alle im Alltag auch, es gibt Probleme. Und ein Problem ist, dass der Eindruck, der nicht falsche Eindruck da ist, dass Privatversicherte schneller einen Termin haben beim Facharzt, zum Teil im ländlichen Raum, auch beim Hausarzt. Als gesetzlich Versicherte. Das ist einer der größten Aufreger, die wir haben in unserem Gesundheitswesen. Und da müssen wir mit der Ärzteschaft mal schauen, wie wir mehr auch offene Sprechstunden anbieten können. Das ist im Koalitionsvertrag vereinbart, pro Woche von 20 auf 25 Stunden. Wie wir auch die Hilfe über Termin-Service-Stellen für Patienten ausbauen können, dass man schnell an einen Termin auch in erreichbarer Nähe kommt. Ich finde, das ist eine Frage, wo sich auch die Qualität unseres Gesundheitswesens entscheidet. Nicht nur emotional, sondern auch faktisch. Und die möchte ich als eine der Ersten mit angehen. Es wird aber nicht leicht, weil wir am Ende eben auch in der Fläche die Ärzte brauchen. Es gibt halt ländliche Regionen, da sind nicht so viele Ärzte im Moment, wo wir die dann erstmal auch wieder attraktiver machen müssen, dass sie da hingehen. Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung ein absolutes Top-Thema ist natürlich die Pflege. Da gibt es jetzt 8.000 neue Stellen. Das ist sehr schön. Aber es gibt alleine 13.000 Einrichtungen in Deutschland. Das wird nicht reichen. Und zwar auch schon in dieser Legislaturperiode nicht. Wo kann man neue Kräfte her sammeln? Wo werden Sie betteln gehen? Beim Finanzminister? Oder wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? Das Problem ist ja erstmal eins andersrum. Schon die 8.000 Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt ausgebildet zu finden, wird sehr schwierig werden, weil wir viel, viel weniger zur Verfügung stehende ausgebildete Pflegekräfte haben, als wir brauchen. Insofern ist die Zahl das eine. Jetzt geht es erstmal darum, mehr auszubilden. Die Ausbildung wird ja auch gerade umstrukturiert, Alten- und Krankenpflege, den Beruf insgesamt attraktiver zu machen. Bezahlung, Arbeitsbedingungen, auch Ansehen in der Gesellschaft. Das braucht also ein Gesamtpaket. Und dann wird es schon sehr mühsam sein, 10.000 Stellen zu füllen. Ich möchte jedenfalls so viele neue Pflegekräfte wie möglich im Krankenhaus, wie in der Altenpflege tatsächlich auch möglich machen. Weil da spüren wir auch hier alle als Patienten oder ich auch als Enkelkind bei meiner pflegebedürftigen Oma. Ich habe es mitbekommen. Es kommt natürlich vor allem auf die Pflegekräfte an in der Frage, wie geht es den Patienten, den Pflegebedürftigen, dann auch den ganzen Tag über, auch emotional. Wie wohl fühlen die sich? Also das wird ein ganz schwieriger Job und viele hoffen, dass sie damit so beschäftigt sind, dass sie nicht weiter mit dem Flügel schlagen, mit dem konservativen Flügel, muss ich sagen. Aber ich glaube, da kennen diese Menschen sie nicht so gut. Sie haben ja jetzt auch wieder aufhorchen lassen durch die Hartz-IV-Debatte. Es gibt eine neue Armutsdebatte in Deutschland. Sind Sie eigentlich überrascht über die Reaktionen auf Ihre Äußerungen? Ich bin insofern überrascht, als dass ich ja eigentlich nur die Rechtslage beschrieben habe. Grundsicherung, Hartz IV, das ist ja unsere Antwort als Gesellschaft auf Armut. Da wird umverteilt durch den Steuerzahler von denjenigen, die es besser haben, an diejenigen, die es schwerer haben. Und natürlich muss das Ziel sein, ist doch auch selbstverständlich, dass wir es möglichst vielen Menschen möglich machen, rauszukommen und auf eigenen Füßen zu stehen und eigenverantwortlich für sich und ihre Familie sorgen zu können. Dass wir vor allem bei den Kindern, den Jungs und Mädels eine faire Chance geben, eine gute Entwicklung nehmen zu können, ist auch eine Bildungsfrage und eine Frage des Angebotes etwa im Ganztag. Das stelle ich ja alles gar nicht in Frage. Und trotzdem ist im Grundsicherung ein System, das es nicht in vielen Ländern auf der Welt gibt und mit dem wir ein Angebot machen als Staat, eine staatliche Leistung mit Anspruch, um Armut zu bekämpfen. Das ist das Ziel. Und da habe ich übrigens auch keinen Sozialdemokraten gesehen, der das bezweifelt. Und die haben es ja selber eingeführt. Also wer Hartz IV bekommt, um es klar zu sagen, der ist arm, aber er hat das, was er braucht. Das war Ihre Aussage. Dennoch sagen jetzt viele, also das reicht wirklich nicht. Die brauchen mehr Geld. Wäre das eine Lösung, dass die Hartz-IV-Sätze massiv angepasst werden? Sie müssen sehen, jemand, ein Paar mit zwei Kindern im Hartz-IV-Bezug mit Kosten der Unterkunft sind im Schnitt 2000 Euro. Die braucht man auch, keine Frage. Aber ich kenne auch viele, die arbeiten gehen, die netto nicht viel mehr als 2000 Euro haben, die noch Miete zahlen müssen davon, die damit ihre Familie ernähren. Also ich finde, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass es noch einen Unterschied macht, ob man arbeiten geht oder nicht. Das ist für die Grundsicherung. Die Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Es sind keine großen Sprünge, ohne Zweifel. Aber es geht ja vor allem darum, auch eine Perspektive rauszuzeigen aus Hartz-IV. Und auch immer mal zu schauen, wie geht es auch denjenigen, die das über ihre Steuern mitfinanzieren. Das muss ja auch in der Balance sein. Ja, und dann ist gleichzeitig in Ihrem Bereich die Parität, die jetzt wieder eingeführt wird. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen wieder. Das haben viele gefordert. Hat aber der Nachteil, dass in Deutschland die Arbeitskosten wieder steigen werden? Eigentlich bräuchten Sie ja gerade in dieser Armutsdebatte das Gegenteil. Das Beste gegen Armut ist ein Arbeitsplatz. Das stimmt. Deswegen geht es vor allem auch darum, eine Wirtschaftspolitik miteinander zu machen, die das Wachstum weiter anhalten lässt. Wir haben ja so viele Beschäftigte in Deutschland wie noch nie. Und das ist die beste Bekämpfung von Armut, die wir haben. Die Schere geht ja auch wieder zuschrittweise zwischen Arm und Reich in Deutschland, seitdem die Arbeitslosigkeit sinkt. Und deswegen muss das der Hauptfokus dieser Regierung insgesamt sein. Nicht nur in der Sozialpolitik. Wirtschaftswachstum, damit Arbeitsplätze entstehen, damit Löhne steigen können, damit dann auch Renten steigen können in der Folge. Es muss erst erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann. Das ist ein total banaler Satz. Genauso banal, aber wichtig ist der Satz, wenn es dem Unternehmen gut geht, soll es auch den Beschäftigten gut gehen. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Und dem müssen wir zur Geltung verhelfen. Vielen Dank, Jens Spahn. Nachher zum Bundespräsidenten. Danach sind Sie dann Minister, Bundesgesundheitsminister. Ein großer Schritt für Sie. Und man wird sicherlich auch in anderen Bereichen weiter von Ihnen hören, nehme ich mal an. Und damit sitzen wir eher schärfer. Danke, Gerd. Ja, von einem designierten Bundesminister zu einer designierten Bundesministerin. Franziska Giffey ist bei uns. Schön, dass Sie da sind. Sie wirken jetzt ganz locker und entspannt. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, was in Ihrem Leben passiert ist in der vergangenen Woche oder vielleicht auch ein bisschen länger. Wie ist das, wenn man Bundesministerin werden soll? Wer meldet sich da wann und fragt da vorsichtig an? Was können Sie uns sagen? Naja, es ist eine absolut außergewöhnliche Situation, das muss man schon sagen. Und ich hatte ja nicht viel Zeit zu überlegen. Wie viel Zeit hatten Sie denn? Naja, so richtig fest habe ich es letzten Donnerstag dann erfahren, abends. Und dann war ja Freitag schon die Vorstellung und das ging alles sehr, sehr schnell. Natürlich war vorher ja schon immer die Überlegung, aber das war ja alles noch nicht fest. Und jetzt ist es so und jetzt freue ich mich auch darüber. Wie stellt man sich auf so eine Situation ein? Sie sprechen mit Ihrer Familie, wahrscheinlich mit Freunden, möglicherweise mit Kollegen im Bezirksamt. Wie geht das dann? Natürlich gibt es Gespräche, es gibt viele Überlegungen. Es gibt natürlich auch die Frage, kann ich das verantworten? Und was ist verantwortungsvoll in so einer Situation? Ich habe ja einen großen Bezirk geführt, über 300.000 Menschen, 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist natürlich eine Situation, wo man nicht so leichtfertig sagt, na, ich mache das jetzt mal. Sondern verantwortlich zu handeln heißt ja, beides gut, dann auch das eine abzuschließen, das andere gut zu beginnen. Und ich habe aber die Entscheidung getroffen aus der Verantwortung für Deutschland und auch natürlich für die SPD. Hat man da mal so Zweifel und fragt sich, schaffe ich das? Also wissen Sie, ich bin ja schon öfter in Situationen geraten, wo es nicht einfach war. Und ich habe ein gutes Zutrauen zu mir selbst. Ich habe Respekt vor dieser großen Aufgabe, das ist ganz klar. Es ist eine ganz andere Ebene. Aber das Familienministerium ist ja ein Lebensministerium. Und es hat Themen zum Schwerpunkt, mit denen ich mich seit 16 Jahren in Neukölln befasst habe. In den ärmsten und schwierigsten Gebieten Deutschlands. Und ich werde vieles mitnehmen können, glaube ich, aus der Erfahrung und das auch anwenden. Und deshalb ist mir da gar nicht so bange. Außerdem nehme ich irgendwie keine Zweifel. Sie haben Schwerpunkte angesprochen in diesem Ministerium. Welche Schwerpunkte, welche Akzente wollen Sie denn setzen? Für mich ist es von großer Bedeutung, dass wir uns um die Städte und Gemeinden kümmern, in denen die Kinderarmut besonders groß ist. Dass wir wirklich in die schwierigsten Kieze gehen, dort ansetzen und schauen, wie können wir das unterstützen. Wie können wir bildungsferne Schichten, wie können wir Menschen, die in ganz schwierigen Lagen sind, daraus herausbringen. Nicht nur versorgen, sondern auch befähigen. Und da geht es um frühkindliche Förderung. Es geht um die Stärkung von Erzieherinnen und Erziehern. Es geht darum, wie wir es schaffen, auch die älteren Menschen in der Gesellschaft mitzunehmen, ein aktives Altern zu ermöglichen, Engagement zu fördern und natürlich etwas für die Frauen zu tun. Ganz besonders für die, die von Gewalt und Zwangsheirat bedroht sind. Was Sie beschreiben und was Sie auch in früheren Interviews schon immer mal angedeutet haben, oder was Sie da zeigen, ist, dass man weiß, was man da eigentlich macht und für wen man das macht und wo da die tatsächlichen Probleme liegen. Kann man daraus rückfolgern, dass es vielleicht durchaus angebracht wäre, wenn auch andere Ressortinhaber eigentlich sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen sollten, für wen Sie da eigentlich Ihre Politik machen, als das bisher der Fall gewesen ist? Also ich finde immer, es gilt ein alter Grundsatz. Gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Natürlich muss man rausgehen. Man muss zuhören, was die Leute einem sagen und daraus politisches Handeln ableiten. Und die Neuköllnerinnen und Neuköllner haben mir gestern gesagt, bitte vergessen Sie uns nicht. Und das habe ich versprochen. Und ich werde das nicht vergessen. Und es gibt viele Neuköllns in Deutschland, viele Situationen, die ähnlich sind. Und es ist wichtig, dass die große Politik nicht das vergisst, was die Menschen vor Ort an Sorgen und Nöten haben. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen darauf reagieren. Und wenn mir Menschen sagen, wir haben ein Problem, dann ist es die Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern und das zu lösen. Sie betonen beim Thema Migration und Integration Werte oder Punkte oder Aspekte, die nicht zwingend die vordergründigen gewesen sind in den vergangenen Jahren bei der SPD. Da hat man auf andere Punkte geguckt, auf Gerechtigkeit. Sie sagen, Sicherheit ist ein ganz wichtiger Faktor. Haben Sie schon Diskussionen zu spüren bekommen innerhalb Ihrer Partei zu diesem Thema, was die Schwerpunktausrichtung in diesem Bereich bei Ihnen angeht? Die Diskussionen, die sind ja nicht neu. Also das gibt natürlich immer unterschiedliche Positionen dazu. Ich glaube auch nicht, dass man sich für einen Weg entscheiden muss, sondern es geht um die Balance. Es geht darum, dass wir Integration und Dialog und Bildung in den Vordergrund stellen und ganz klar sagen, Menschen, egal welcher Herkunft sie sind, müssen gefördert werden. Aber es geht auch darum, dass wir ganz klar sagen, es gibt Regeln in unserem Land und die müssen berücksichtigt werden. Und ich erlebe vor Ort, dass es ein großes Bedürfnis nach Sicherheit gibt. Und das müssen wir auch aufnehmen. Wenn Regeln durchgesetzt eingehalten werden sollen, beziehungsweise darauf geguckt werden sollen, dass diese Regeln eingehalten werden, braucht es Personal. Und zwar an vielen verschiedenen Stellen. Auch insbesondere beim Thema Integration, was Sie angesprochen haben. Sie brauchen mehr Lehrer, Sie brauchen möglicherweise mehr Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Polizei. Erheblich mehr, wenn man das durchsetzen will. Wie realistisch sehen Sie vor diesem Hintergrund, dass Sie Ihre Pläne, die Sie haben und Ihre Ideen auch tatsächlich in den nächsten dreieinhalb Jahren ansatzweise umsetzen können? Ich glaube, man muss sich natürlich konzentrieren. Man wird nicht jedes Thema in drei Jahren lösen können. Aber das, was das Familienministerium angeht, ist natürlich besonders die frühkindliche Förderung. Wir müssen es schaffen, die Kleinsten unserer Gesellschaft in die Lage zu versetzen, gut vorbereitet in die Schulbildung zu gehen. Es muss eine Stärkung der frühkindlichen Bildung geben. Ein gutes Kita-Platzangebot für diejenigen, die den Bedarf haben, das reicht nicht. Und es liegt daran, dass wir nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher haben. Es liegt daran, dass sie nicht ausreichend gut bezahlt sind. Und das sind Themen, da würde ich gerne einen Schwerpunkt setzen, dass wir es wirklich schaffen, dass die Kita-Plätze, die benötigt werden, wo es den Bedarf gibt, auch geschaffen werden. Und auch in der Grundschule eben das Ganztagsangebot ein ganz wichtiger Schwerpunkt ist. Das ist die Basis für die Zukunft des Landes, dass unsere Kinder nicht nach der Schule in die soziale Bedürftigkeit gehen, sondern in ein selbstbestimmtes Leben. Aber auch in den anderen Bereichen, die wir angesprochen haben oder die Sie auch nennen, muss natürlich einiges passieren. Auf diesem Koalitionsvertrag steht ein neuer Zusammenhalt für unser Land, wenn alles gut läuft in den nächsten dreieinhalb Jahren. Wie sieht dieser neue Zusammenhalt dann aus? Ich hoffe, dass wir es schaffen, immer wieder zu sagen, das, was ich auch viele Jahre in Neukölln immer gesagt habe, wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Und wir müssen darauf achten, dass Menschen, die aus unterschiedlichster Herkunft in unserem Land leben, hier ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen können auf der Basis unseres Grundgesetzes und dass Menschen eben befähigt werden, für sich selbst zu sorgen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich wünsche mir, dass es mehr Kinder auch schaffen, in der Zukunft unser Land zu tragen und dass eben mehr Menschen auch tatsächlich ein aktiver Teil der Gesellschaft sein können, von jung bis alt. Und wir werden Ihre Aktivitäten rund um dieses Bemühen in den nächsten dreieinhalb Jahren intensiv beobachten, so gut es geht. Franziska Giffey, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind, noch vor der Vereidigung als Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Ein ganz schön großes Feld, wie Sie gesagt haben, ein Lebensministerium, wenn wir so wollen. Und wir haben Ihnen gesagt, wir versprechen Ihnen das ganze Bild und dieses ganze Bild wollen wir um ein weiteres Mosaiksteinchen erweitern und schauen auf Abgeordnete des Deutschen Bundestages mit deren Erwartungen an diesen Koalitionsvertrag und vor allem auch an die kommende, jetzt ja schon längst begonnene Legislaturperiode. Katharina Kühn hat noch ein paar Stimmen eingefangen. Ich hoffe mir von Angela Merkel, dass sie sich ihre Neugier bewahrt. Neugier auf das, wie sich unser Land verändern muss, dass wir dieses Land gestalten, dass wir neue Dinge anpacken und vor allem, dass sie die generationengerechte Politik im Auge hat. Das, was wir in der Vergangenheit gut gemacht haben, keine neuen Schulden, dass nicht wir heute Dinge versprechen, die in Zukunft junge Menschen bezahlen müssen. Wenn das so bleibt und wir dieses Land gestalten, dann bin ich sehr zufrieden. Zunächst wünsche ich mir, dass sie den Koalitionsvertrag, in dem sehr viele SPD-Inhalte sind, treu umsetzt. Dass wir dort also die Unterstützung von ihr bekommen, die wir benötigen. Sonst wird also die GroKo nicht funktionieren können. Das würden wir dann auch nicht mittragen können. Und ansonsten wünsche ich ihr Glück. Das wird sie brauchen. Es gibt ja also in allen Parteien derzeit sehr viel Unruhe. Und ich hoffe, dass sie die Unruhe im eigenen Laden in den Griff bekommt. Ich erwarte von Angela Merkel, dass sie jetzt ganz schnell von Stand-by in den Aktivitätsmodus umschaltet. Ich wünsche mir wirklich eine richtige, echte Aufbruchsstimmung in Deutschland. Wir müssen nämlich heute schon die Weichen stellen, damit uns auch morgen noch gut geht. Das heißt natürlich ganz konkret, wir müssen unser Bildungssystem fit machen. Wir müssen bei der Digitalisierung vorangehen. Wir müssen die Bürger entlasten, Bürokratie abbauen. Das sind die großen, wichtigen Themen. Und da muss Angela Merkel jetzt richtig Gas geben. Eigentlich sind zwölf Merkel-Jahre ja deutlich genug. Also die falsche Euro-Rettungspolitik, die über Nacht Energiewende, die überhaupt nicht funktioniert. Die falsche Einwanderungspolitik, Unterbrechung aller Regeln. Also für mich ist das einzig Gute der neuen Merkel-Regierung, dass die AfD Oppositionsführer ist. Naja, ich erwarte von der Bundeskanzlerin und von dieser Bundesregierung, dass die großen, wichtigen, globalen Herausforderungen angenommen werden. Dass man nicht glaubt, man könnte Politik darauf reduzieren, große Verträge zu unterschreiben, wie zum Beispiel das Klimaabkommen von Paris oder die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und eine Unterschrift reicht aus und ansonsten schreddere ich die Ziele, die ich gerade noch eben unterschrieben habe. Wir haben keinen Auftrag an Frau Merkel, aber wir Oppositionspartei sind. Wir haben sie zu kontrollieren, nach Wissen und Gewissen. Und ich glaube, dass, ja, wenn wir ein Auftrag an Frau Merkel geben würden, wird sie komplett gleich aus, trotz, das Gegenteil tun. So wie alle unsere Anträge von der CDU und von Frau Merkel abgelehnt werden, selbst wenn die dann später mit dem selben Wortlaut, mit dem CDU-Zeichen dann wiederkommen. Das ist ein bisschen widersinnig, aber das ist so. Aber natürlich haben wir die Hoffnung, dass die großen Konzerne, die an Altersarmut profitiert haben, an Rüstungsexporten und Krieg profitieren und die Konzerne, die an der Umweltzerstörung profitieren, durch einen außerparlamentarischen Druck auch in der Merkel-Ära zurückgedrängt werden, in ihrem Profitstreben, was unsere Probleme vermehrt. Ich erhoffe mir von Angela Merkel, dass die Interessen und die Anliegen junger Menschen nicht weiter zu kurz kommen. Es ist so, dass wir massiven Bedarf haben im Bereich Bildung und Digitalisierung voranzukommen und stattdessen wird bei der Mütterrente noch ein Paket draufgepackt. Das ist schlecht für die junge Generation, das ist nicht im Interesse der jungen Menschen und deswegen bin ich sehr skeptisch, was die Zukunftsgewandtheit dieser großen Koalition angeht. Es ist der Tag der Kanzlerinwahl, der Vereidigung des neuen Bundeskabinetts. Die Sitzung des Deutschen Bundestages, in dem das Ganze alles stattfindet, ist unterbrochen. Die Kanzlerin auf dem Weg ins Schloss Bellevue. Aber wir haben zum Glück noch Gesprächspartner hier und das Ganze nicht zu knapp. Und der nächste ist bei Gerd Joachim von Fallower. Danke, Erhard. So ist es. Ich begrüße Wolfgang Kubicki, den Bundestagsvizepräsidenten von der FDP. Frau Merkel jetzt das vierte Mal zur Kanzlerin gewählt. Was sagen Sie zum Ergebnis? Knapper, als ich das gedacht und vermutet habe. Und das ist für Sie kein guter Start, denn es zeigt ja deutlich, dass eine Reihe von Abgeordneten sowohl aus Ihrer Fraktion als auch bei den Sozialdemokraten mit der Politik nicht einverstanden sind, mit ihr möglicherweise nicht einverstanden sind und dass es problematisch werden wird, insbesondere für die Sozialdemokraten, wenn es eine Mehrheit jenseits der Union gibt, kann den Sachfragen doch mit der Union zustimmen. Dabei steht das im Vertrag drin, dass man nur gemeinsam abstimmen kann. Und bei § 219a, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, hat man sich ja jetzt gerade geeinigt, dass man das gemeinsam erledigen will. Also die Hoffnung von Ihnen, dass hier wechselnde Mehrheiten aufkommen, die teile ich noch nicht. Zunächst einmal haben die Sozialdemokraten den Antrag hier eingebracht, im Kenntnis der Tatsache, dass sie in die Koalition mit der Union eingehen. Und im Koalitionsvertrag selbst ist dazu nichts gesagt worden. Man wollte das offen halten. Die Sozialdemokraten wollten in der Sache abstimmen. Dann einen Tag vor dieser Abstimmung zu erklären, wir nehmen das wieder zurück, ist nun kein Zeichen von Profilierung der Sozialdemokratie. Und dass sich da was ändern wird, hat Frau Klöckner bereits ausgeschlossen. Sie hat öffentlich erklärt, mit der Union wird es keine Änderung von § 219a StGB geben. Das heißt, Sozialdemokraten, die darauf hoffen, dass man mit der Union sich da einigen wird, werden enttäuscht werden. Aber nochmal, es wird spannend werden. Die Kanzlerin hat gespürt, dass ihre Mehrheit, die ja eine kleine Mehrheit ist, nicht so sicher ist, dass sie in jeder Sachfrage auch Überzeugungsarbeit leisten muss. Nicht nur bei sich, sondern auch bei den Sozialdemokraten. Es wird eine spannende Zeit, auch für die Opposition. Und es ist auch spannend im Bundestag. Da haben Sie jetzt den ersten Ordnungsruf als Bundestagsvizepräsident verteilt an die AfD. Sehr folgerichtig. Da ging es nämlich wieder um das Mahnmal der Schande. Wie einfach oder wie schwierig ist es eigentlich, in diesen doch hitzigen Debatten der letzten Wochen den Vorsitz zu haben? Das ist ambitioniert, denn man muss immer aufpassen, dass man den Grundsatz der Meinungsfreiheit nicht verletzt. Wir müssen auch Aussagen ertragen, die uns nicht gefallen, denn Meinungsfreiheit hat Verfassungsrang. Und im Parlament muss man diese Meinung austauschen können. Man muss auch aufpassen, dass es keine Grenzverschiebung gibt, dass nicht mit Begrifflichkeiten aus der NS-Zeit versucht wird, die Debattenkultur etwas zu verändern. Das ist ein schmaler Grad. Aber ich glaube, dass das Präsidium des Bundestages das bisher gut gemeistert hat. Und die AfD wird auch ruhiger langsam. Das heißt, diese rüppelhafte Benehmen, am Anfang dieses halbstarke Benehmen, reduziert sich jetzt. Wir gehen in die sachliche Arbeit, in den Ausschüssen, arbeiten die Abgeordneten einigermaßen vernünftig mit. Und auch im Plenum werden sich der Sprache, die wir hier pflegen, anpassen. Als lang gedienter Parlamentskorrespondent kann ich das sagen, nie war es so schwierig wie in dieser Legislaturperiode, den Vorsitz hier im Plenum zu haben. Das hat auch Petra Pau gespürt. Die hatte den Vorsitz bei dem Antrag der AfD Deutsch als Fremdsprache. Da hat ja Cem Özdemir die AfD als Rassisten bezeichnet. Da war hier fast aufständische Stimmung im Parlament. Da hat sie das einzig Richtige gemacht und erst mal keinen Ordnungsruf verteilt, sondern erst mal einen längeren Zwischenbemerkung ihrerseits dort mitgeteilt. Da ging es unter anderem um die Frage, dass das Ganze aufgearbeitet werden soll im Präsidium des Deutschen Bundestages. Wie oft sitzen Sie denn da in Sondersitzungen zusammen, um was aufzuarbeiten? Wir sitzen nicht in Sondersitzungen zusammen, sondern in jeder Sitzungswoche gibt es eine Sitzung des Präsidiums. Und die Aussage hat Cem Özdemir so nicht getan. Wir haben das Protokoll nachgelesen. Er hat nicht gesagt, in der AfD, das seien Rassisten, sondern er hat klassifiziert, dass es rassistische Aussagen gebe von Mitgliedern der AfD. Immer dann, wenn die Beleidigungsgrenze überschritten wird, schreiten wir ein. Nur manchmal ist die Geschwindigkeit, in der andere Menschen etwas wahrnehmen und hören, nicht identisch mit dem, was die Protokollanten aufnehmen. Und entscheidend für uns ist immer, was steht im Protokoll. Denn wir wissen das selbst aus eigener Erfahrung. Manchmal hören wir Dinge, die so gar nicht gesagt worden sind, weil wir sie hören wollen. Wir haben uns darauf verständigt, und zwar einmütig, dass wir die Grenzüberschreitung nicht zulassen. Wenn Beleidigungen, persönliche Beleidigungen im Raum stehen, gibt es Ordnungsrufe oder andere Maßnahmen. Aber wenn man erklärt, beispielsweise wie Herr Curio, der Doppelpass sei entartet, dann wissen wir genau, dass es eine Grenzüberschreitung sein kann. Aber immer noch im Bereich der Meinungsfreiheit. Das können Sie nicht rügen. Obwohl es sinnvoller wäre, ich versuche das dann auch menschlich anders rüber zu bringen, sinnvoller wäre, auf diese Form der Provokation zu verzichten. Jetzt haben Sie einen ganz spannenden und interessanten Job, den haben wir besprochen. Wie spannend werden denn die nächsten vier Jahre für Sie als FDP, als Oppositionspartei? Trauern Sie nicht manchmal noch der verpassten Gelegenheit nach, hier mitzuregieren? Nein, ich hätte gerne eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene gehabt. Aber wenn man feststellt, es funktioniert nicht, dann sollte man es auch lassen. Man kann das wie folgt klassifizieren. Wir sind gemeinsam auf einen Dampfer gegangen. Die einen wollten zum Nordkap, die anderen nach Sizilien. Und die Kapitänin hat gesagt, gut, dann bleiben wir am Hafen liegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir auch wieder aussteigen. Also wenn man nicht zusammenkommt, ist es auch in Ordnung, das festzustellen. Das muss man dann nicht mit einem Bein in den Auge sehen. Wir werden die Oppositionsrolle annehmen. Wir werden laut, aber nicht schrill sein. Wir werden witzig sein. Wir werden versuchen, die Dissonanzen in der Großen Koalition offen zu legen. Und wir werden eigene Vorschläge unterbreiten, wie wir glauben, dass Deutschland vorangebracht werden kann im Bereich Bildung, im Bereich Digitalisierung. Es wird auch für uns eine spannende Zeit werden. Und dann stellen wir uns auf dafür, beim nächsten Mal es besser zu machen als beim letzten Mal. Interessant ist ja, die drei Landesregierungen, die Sie stellen. Einmal in Nordrhein-Westfalen mit der CDU, dann das Jamaika-Bündnis bei Ihnen in Schleswig-Holstein und dann die Ampel in Rheinland-Pfalz. Das sind ja sehr unterschiedliche Konstellationen. Und vor allen Dingen regieren Sie da zweimal mit der SPD und der CDU zusammen. Also grundsätzliche Probleme mit diesen Parteien scheint es ja nicht zu geben. Ja, auf Landesebene ist es auch einfacher als auf Bundesebene, weil es viele Fragestellungen gar nicht gibt. Keine Außenpolitik, keine Sicherheitspolitik. Die Steuerpolitik wird überwiegend auch im Bund gemacht. Also da gibt es eben Möglichkeiten, sich auf die Landesthemen zu konzentrieren. Aber es zeigt eben, die Freien Demokraten sind nicht grundsätzlich Regierungsverweigerer. Und dort, wo es vernünftig ist, regieren wir vernünftig zusammen. Alle drei Koalitionen sind bisher erfolgreich. Ich kann es auch Schleswig-Holstein sagen. Wir freuen uns auch mit den Grünen gemeinsam darüber, wie gut wir tatsächlich das Land jetzt reformieren und voranbringen. Und ich höre aus Rheinland-Pfalz, aus der Ampel-Koalition Gleiches. Also man kann pragmatisch praktisch zusammenarbeiten, trotz Unterschieden in der Sache oder in der ideologischen Grundausrichtung. In Berlin war es leider nicht möglich. Wir werden daran arbeiten, die Differenzen zwischen uns und den Grünen etwas zu minimieren, weil wir auf Dauer nicht dazu beitragen wollen, dass es nur große Koalitionen geben kann. Wenn ich mir mal das Drei-Königstreffen wieder in Erinnerung rufe und viele Interviews von Christian Lindner der letzten Wochen und Monate und dann Äußerungen von Ihnen, dann scheint es doch einen Unterschied zu geben in der Betrachtungsweise der Person von Angela Merkel. Zwischen Christian Lindner und Angela Merkel, da scheint überhaupt nichts zu gehen. Das ist eine ziemlich persönliche Sache, oder? Das sehe ich so nicht. Aber im Gegensatz zu Christian Lindner, der ja noch jungdynamisch voranstürmt ist, bin ich schon etwas Altersmilde. Das heißt, ich kann mit einigen Dingen der Kanzlerin besser umgehen. Aber in der Sache sind wir uns einig. Wir sind beide der Überzeugung, dass die Kanzlerin Jamaika eigentlich gar nicht wollte. Wir waren zu viele Menschen auf dem Spielfeld. Das war für sie zu unübersichtlich. Ihr Ziel war immer die große Koalition. Die hat sie jetzt. Denn sie hat am Wahlamt schon nicht verstanden, warum die Sozialdemokraten gesagt haben, wir regieren nicht weiter, obwohl es die Mehrheit gab, die jetzt ja auch vorhanden ist. Also sie hat ihr Ziel, große Koalition, erreicht. Ob das für sie selbst gut ist und für das Land gut ist, wage ich zu bezweifeln. Aber das werden wir sehen. Wir wünschen dieser Regierung jetzt erstmal alles Gute im Interesse unseres Landes. Und wenn wir feststellen, es funktioniert nicht, dann werden wir die Stimme auch erheben. Es gibt eine Untersuchung, dass die FDP gemeinsam mit der AfD bisher die wenigsten Anträge vorgelegt hat hier im Parlament in den letzten Monaten. Woran liegt es? Zunächst einmal ist Quantität kein Maßstab. Das könnten wir auch. Wir könnten auch jeden Tag 100 Anträge rausblasen. Entscheidend ist aber, dass im Gegensatz zu der AfD und zu uns die anderen über funktionierende Strukturen der Fraktionen verfügen. Wir bauen ja die Fraktionen erst auf. Wir sind noch nicht mal komplett bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht alle unsere Abgeordneten haben bereits ein eigenes Büro. Das wird sich entwickeln. Also Gemach, Gemach. Noch einmal, für uns zählt Qualität und nicht Quantität. Und wir werden uns am Ende der vier Jahre wiedersehen. Und dann werden wir feststellen, die FDP hat gute Arbeit geleistet. Gut, Wolfgang Kubicki war das. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und damit geht es weiter mit Erhard Schaffer. Tatsächlich, so ist das. Und bei uns ist eine Ministerin, die noch, naja, vielleicht zwei Stunden geschäftsführende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist. Und auch noch Bundesministerin für Arbeit und Soziales, auch geschäftsführend. Und dann, obwohl sie erst im September 2013 in den Bundestag gekommen sind, alles schon ziemlich viel mitgemacht hat. Dann wieder das Ressort wechselt und dann Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz wird Katharina Bale. Schön, dass Sie da sind. Und wie ist das, wenn man innerhalb so kurzer Zeit so häufig die Ressorts wechselt und jetzt wieder vor einer völlig neuen Aufgabe steht? Ich glaube, das war die längste Anmoderation, die ich je erlebt habe. Ja, das stimmt, das sind viele Ämter. Das waren ja Situationen, die dazu geführt haben, dass ich diese zwei Ministerien übernommen habe. Einmal die Krankheit von Erwin Sellering in Mecklenburg-Vorpommern und den Wechsel von Manuela Schwesig. Und dann, dass Andrea Nahles Fraktionsvorsitzende wurde. Insofern wurde ich da in diese Ämter quasi von 0 auf 100 reingeworfen. Das ist, ja, das passiert im Leben. Familie ist mein Thema, Frauen, schon ganz lange. Deswegen war das für mich sozusagen das natürliche Ressort. Arbeit und Soziales hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber ich bin natürlich von meinem beruflichen Hintergrund her Juristin. Ich habe viele Jahre im rheinland-pfälzischen Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gearbeitet. Also das ist sozusagen back to the roots für mich, zurück zu meinem zivilen, gelernten Beruf. Wie ist das, wenn man sich da jetzt wieder neu drauf einstellen muss? Also Sie hatten ziemlich viel zu tun die letzten Monate auch. Sie hatten da vorher ziemlich viel zu tun als Generalsekretärin auch. Und jetzt wieder, wie gesagt, ein neues Ressort. Wie ist das, wenn man diese Nachricht bekommt, du wechselst eben jetzt in dieses Amt. Was passiert da auch im Kopf, auch emotional? Also es ist natürlich viel Abschiedsschmerz dabei jetzt. Morgen werde ich drei Übergabezeremonien haben. Zweimal gebe ich ab. Einmal erhalte ich ja von Heiko Maas die Verantwortung für das Justizministerium. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen einem sehr ans Herz. Die Themen natürlich auch. Aber das Schöne an dem Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist, dass man praktisch in allen Feldern irgendwo mit beteiligt ist, weil eben den rechtlichen Sachverstand eigentlich alle brauchen. Und man hat viele wichtige originäre Themen, aber zum Beispiel den Verbraucherschutz oder auch Dinge wie Kinderrecht ins Grund besetzt. Das ist jetzt meine Verantwortung. Das habe ich als Familienministerin angeschoben. Viele, viele andere Dinge. Aber man ist fast überall beteiligt und es ist sehr breit. Horst Seehofer hat am Montag bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gesagt, jetzt machen wir Tempo. Wie macht man Tempo, wenn man neu in ein Amt kommt? Auch wenn man schon mal ein Amt geführt hat. Und auch wenn man sich thematisch in dem Neuen, das einem da bevorsteht, durchaus auskennt. Aber wie wollen Sie persönlich jetzt beispielsweise Tempo machen? Wie gehen Sie es an, diese Amtszeit als Justizministerin? Die Ministerien sind ja sehr gut organisiert und in der Vergangenheit auch gut geführt worden. Und diese Themen kommen ja nicht von 0 auf 100. Also ich nehme jetzt mal den Bereich Verbraucherschutz, der wirklich eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Da sind ja ganz viele Vorhaben schon vorbereitet. Da haben wir auch viel Zeitdruck. Ich nehme mal den Bereich Musterfeststellungsklage, also quasi die Klage einer für alle. Wir wissen seit der Dieselaffäre spätestens, dass da viel im Argen liegt. Wir haben im Koalitionsvertrag sogar ein Datum stehen, bis wann das in Kraft sein muss. Und da sind natürlich schon viele Vorarbeiten da. Und dann beruft man als allererstes mal die zuständigen Mitarbeiter ein. Und dann geht das auch sehr schnell los. Und hier haben Sie gleich irgendwie wahrscheinlich eine neue Baustelle schon dabei, die auch innerhalb der Partei, innerhalb der SPD für Diskussionen sorgen wirkt, beziehungsweise auch schon Diskussionen ausgelöst hat. Nämlich das ist das Werbeverbot für Abschreibung im Zusammenhang mit dem Paragrafen 219a. Da sollte eigentlich eine Initiative der SPD gestartet werden, dieses Werbeverbot aufzuheben. Die Union wollte das nicht. Jetzt gibt es Diskussionen in der SPD, dass die SPD-Fraktion sich darauf eingelassen hat, diesen Antrag erstmal nicht zu stellen und zu verweisen eben an das Bundesjustizministerium. Und da sagen viele in der SPD, ist das der Anfang, den wir eigentlich machen wollten in dieser neuen Großen Koalition, um unser eigenes Profil zu schärfen, indem wir gleich zu Beginn schon mal ein Vorhaben, das wir hatten und haben, gleich wieder zurückziehen. Wie reagieren Sie da drauf? Also die Darstellung ist nicht richtig. Der Antrag der SPD-Fraktion ist eingebracht worden und er wird auch nicht zurückgezogen. Sondern es ist so, dass jetzt die Regierung eingesetzt wird und dann auch das normale Regierungshandeln beginnt. Und das heißt eben, dass so ein Gesetzentwurf auch im Ministerium erstellt werden kann. Ja, die Rolle der FDP war da eben so ein bisschen unglücklich. Also in der Zeit, wo noch keine Regierungsbildung absehbar war, da hat sie sich verweigert, mit den anderen Parteien, auch mit uns was zusammen zu machen. Dann hat sie sich bei der Union angedient. Und jetzt, wo klar wird, dass die Union auf uns zugegangen ist, da will sie jetzt auf einmal wieder mit uns zusammen sein. Also die wabern da so ein bisschen hin und her. Das ist kein verlässlicher Partner. Der verlässliche Partner ist die Koalition. Und die Union hat den Schritt auf uns zugemacht und hat gesagt, wir werden eine Regelung treffen. Und das ist jetzt mein Job, dafür einen guten Entwurf vorzulegen. Gleichwohl sagen viele Parteimitglieder, das ist nicht das, was wir uns eigentlich ausgedacht haben, wenn wir wollen, dass die SPD in dieser nächsten großen Koalition mehr Profil zeigt. Dieses Vorgehen, diese Vorgehensweise akzeptieren viele SPD-Mitglieder nicht als das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Was sagen Sie denen? Wir sind unterschiedliche Parteien in dieser Koalition. Drei sehr unterschiedliche Parteien. Deswegen sind wir auch in, wir haben unterschiedliche politische Ansichten. Und das wird auch deutlich werden. Aber in einer Regierung ist der erste Schritt, dass man als Regierung einen Vorschlag macht. Wir haben unterschiedliche Ausgangspositionen. Und die Kunst besteht jetzt darin, daraus einen guten Gesetzentwurf zu machen. Im Interesse der Frauen, im Interesse der Ärztinnen und Ärzte, die Rechtssicherheit brauchen. Da war übrigens auch die Bundeskanzlerin mit uns einer Meinung. Sie war gestern bei uns in der Fraktion und hat uns das auch zugesichert, dass es einen solchen Gesetzentwurf auch von Seiten der Union geben wird. Und darauf verlassen wir uns auch. Katharina Bade, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier, heute Mittag bei uns gewesen sind. Wir werden weiter beobachten, wie Sie nachher auch vereidigt werden im Deutschen Bundestag. Und wir haben, meine Damen und Herren, Bilder gerade gesehen, die ich nicht so richtig eindeutig zuordnen kann, weil ich sie tatsächlich nämlich nur mit einem Auge gesehen habe. Und wo ich zwar gesehen habe, dass die Bundeskanzlerin das Reichstagsgebäude verlassen hat, aber viel mehr auch gar nicht dazu sagen kann, weil ich das Bild einfach nicht richtig sehen konnte und schlussendlich auch nicht richtig verstanden habe. Wir werden das auflösen innerhalb der nächsten Zeit, denke ich. Und wir werden jetzt aber erst noch mal schauen auf die Verkündung des Ergebnisses. Für die Bundeskanzlerin werden uns dann vorübergehend hier aus dem Reichstagsgebäude verabschieden und sind dann aber rechtzeitig, sobald hier es weitergeht, auch wieder für Sie da. Zunächst noch mal ein Blick auf das Wahlergebnis 2018 für die Bundeskanzlerin. Frau Dr. Angela Merkel hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erhalten und ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zur Bundeskanzlerin gewählt. Ich frage Sie! Applaus Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Applaus Frau Bundeskanzlerin, ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, von Herzen Kraft und Erfolg und Gottes Segen bei der Bewältigung Ihrer großen Aufgabe. Das war die Wahl der Kanzlerin vor ungefähr einer Stunde. Angela Merkel hat den Reichstag mittlerweile verlassen, als sie nach draußen gegangen ist. Da gab es einen kleinen Zwischenfall. Es gab jemanden, der gestört hat, so formuliere ich das jetzt mal. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Derjenige ist überwältigt worden, lag auf dem Boden. Sobald es da neue Infos gibt, melden wir uns und nehmen dazu noch mal Stellung. Hier sehen wir auch schon, wie sich die Limousinen dem Schloss Bellevue nähern. Und darüber möchte ich sprechen mit Marianne Kneuer, Professor Marianne Kneuer, Politikwissenschaftlerin an der Uni in Hildesheim. Herzlich willkommen hier bei uns. Danke. Schön, dass Sie da sind. Schauen wir noch mal auf die Wahl von Angela Merkel. 35 Stimmen weniger, als sie hätte haben können. 9 Stimmen im Plus sozusagen. Hätte besser laufen können, oder? Oh ja, also ich denke, die Kanzlerin wird nicht übermäßig glücklich sein über dieses relativ knappe Ergebnis. Man hätte es... Da sehen wir sie übrigens. Sie tritt ins Schloss Bellevue gleich. Erst mal ist sie auf den Treppen. Schauen Sie mal, da alles sehen. Das sind jetzt... Da geht sie hinein, wird von Bundespräsident Steinmeier gleich empfangen. Dort wird sie zur Bundeskanzlerin ernannt. Sie haben selber mal im Schloss Bellevue im Bundespräsidialamt gearbeitet unter Roman Herzog. Das Ganze ist jetzt ein wirklich rein formaler, relativ trockener Akt, oder? Ja, genau. Also das ist ein formaler Akt. Der Bundespräsident ernennt die Bundeskanzlerin. Also da ist jetzt nicht viel, sage ich jetzt, Mythos oder Glanz dabei. Allerdings muss man natürlich schon sagen, dass es vielleicht bei dieser Ernennung doch noch einmal einen zusätzlichen Aspekt gibt. Denn letztendlich ist es schon der Bundespräsident gewesen, dem man ja doch einen Teil zuschreiben kann, dass diese Koalition in dieser Form zustande gekommen ist und dass Frau Merkel jetzt wieder als Bundeskanzlerin ernannt und vereidigt werden kann. Der Bundespräsident, Herr Steinmeier, hat eine sehr starke steuernde Rolle gehabt, wie wir uns erinnern, nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Und er hat sich eine stabile Regierung gewünscht, hat damit auch gleichzeitig Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung ausgeschlossen. Und insofern ist dieser Akt heute sicherlich noch mal oder hat eine besondere Bedeutung auch in dieser Konstellation. Denn es ist mehr als nur der normale, formale Akt. Es ist hier schon ein Mittun des Bundespräsidenten ganz klar dabei. Über die Rolle des Bundespräsidenten haben wir gleich noch Gelegenheit zu sprechen. Ich wollte ganz kurz noch auf die Wahl von Angela Merkel zurückkommen. Sie hat 35 Stimmen weniger bekommen, als sie hätte bekommen können. Hatten wir gerade schon angesprochen. Dann kamen die Bilder aus dem Schloss Bellevue. Da sehen wir übrigens im Hintergrund wieder unser Live-Bild. Können Sie uns sagen, was das jetzt für ein Raum ist dort? Ja, das ist einer der großen Säle. Es gibt also in diesem Saal zwei sehr plakative Bilder. Das ist einmal dieses Violette, auf der anderen Seite ein eher gelb gehaltenes Bild. Das sind zwei großflächige Bilder, die eben diesen Saal begrenzen auf jeder Seite. Und dort wird eben normalerweise, sage ich mal, seit es eben das Schloss Bellevue als Sitz des Bundespräsidenten gibt, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin ernannt. Und da dürfte dann auch gleich Angela Merkel erscheinen, sobald es soweit ist, werden wir auch darüber sprechen. Wir können auch ganz kurz darüber sprechen, wir sind ja zweimal angefangen, über die Situation, dass Frau Merkel 35 Stimmen weniger bekommen hätte, als sie hätte kriegen sollen. Ist sie dadurch geschwächt? Nein, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Denn letztendlich ist diese Wahl der Startschuss für die Arbeit, die jetzt die Koalition aufnehmen möchte. Es ist ja vor zwei Tagen bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages auch von allen Seiten sehr deutlich gesagt worden, man möchte jetzt anfangen mit der Arbeit, man möchte Tempo vorlegen. Also die Koalition scharrt mit den Hufen sozusagen. Und ich denke, man wird sich jetzt umgehend diesen Aufgaben zuwenden. Und die Kanzlerin, Pragmatikerin, die sie ist, wird das jetzt als Ziel erreicht empfinden. Und das ist ja auch so. Und wie gesagt, ich denke, für alle ist das jetzt der Startschuss für die Arbeit. Ganz genau, ja, die Kanzlerin ist gewählt. Die Stimmung ist trotz des moderaten Ergebnisses eigentlich gelöst. Und ganz ähnlich sah das schon am Montag aus, als Angela Merkel, Olaf Scholz und Horst Seehofer den Koalitionsvertrag vorgestellt und dann unterschrieben haben. Nach langen Verhandlungen einer gescheiterten Jamaika-Koalition und einer SPD-Mitgliederbefragung zu GroKo waren dann doch die meisten erleichtert, dass eine neue Regierung zustande gekommen ist. So eine gelöste Stimmung gab es lange nicht im politischen Berlin. Friede, Freude, Wiener Würstchen. Nach den Turbulenzen der letzten Monate soll nun alles harmonisch aussehen. Ideales Regieren geht jetzt so. Wenn da noch eine Portion Freude dazukommen könnte am Gestalten, dann kann das eine gute Regierungsarbeit werden. Es ist ihr vierter Koalitionsvertrag, 177 Seiten dick. Er sichert ihr die Kanzlerschaft, aber es soll kein weiter so sein. Die Unterschrift besiegelt für viele einen persönlichen Neuanfang. Viele neue Minister, einige sind aber auch ganz raus. Doch einen Aufbruch, die FDP sieht ihn nicht. Gerade für die Mitte der Gesellschaft fehlten Entlastungen. Dieser ganze Koalitionsvertrag atmet den Geist einer absoluten Staatsfixierung. Von den Bürgerinnen und Bürgern wird eigentlich nur gesprochen als von den Bedürftigen, von den Schwachen, von den Patienten, um die man sich kümmern muss. Am Mittag bahnen sich die Koalitionäre ihren Weg. Es geht darum, den Koalitionsvertrag als Erfolg zu präsentieren. Alle drei Partner müssen sich profilieren, erlitten sie doch bei der Bundestagswahl schwere Verluste. Einige Punkte im Vertrag lesen sich wie eine Reaktion auf die AfD, die nun größte Oppositionspartei. Der künftige Innenminister Seehofer tritt als Hardliner auf. In jeder Richtung. Null Toleranz gegenüber Straftaten und Gewalt. Ob diese Gewalt gegen Flüchtlingsheime, die absolut zu verurteilen sind, stattfindet oder der Wohnungseinbruch. Für die AfD sind das reine Lippenbekenntnisse. Was er alles ins Schaufenster der CSU jetzt stellt, was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Die CSU war ununterbrochen in der Regierung. Wer was bewirkt, wer was will, das soll sichtbarer werden. Ideales Regieren heißt von nun an auch streiten. Eine gute Debattenkultur ist eigentlich das, was mir vorschwebt. Und damit werden dann auch Wege sichtbar, wie ein Resultat entsteht. Ich wusste jeden Abend genau, warum ich mit 17 in die SPD eingetreten bin. Nie war mir das so klar wie während der Koalitionsverhandlungen. Es gibt reale Unterschiede. Reale Unterschiede, zusammengeführt in einem Koalitionsvertrag. Aber alle drei versichern, sie wollen gemeinsam bis zum Herbst 2021 regieren. Die Frage ist nur, wie lange hält der Friede? Marianne Kneuer, ja wie lange hält der Frieden? Und wie stark ist Angela Merkel eigentlich noch in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin und als Parteivorsitzende? Die Kanzlerin-Dämmerung war ein Stichwort, das man in den letzten Wochen, Monaten, ja sogar im letzten Jahr öfter gehört hat. Ist die tatsächlich eingetreten oder hat Angela Merkel dadurch, dass sie jetzt eine neue Regierung zustande gebracht hat, wieder an Autorität gewonnen? Nun, die Kanzlerin ist ja nicht nur in den letzten sechs Monaten, sondern auch schon früher öfters mal weggeschrieben oder abgeschrieben worden. Also erinnern wir uns an die Situation nach der Flüchtlingskrise oder während der Flüchtlingskrise, wo Kritik ja von allen Seiten auch auf sie einprasselten. Und auch in den letzten sechs Monaten natürlich, wir haben es ja nun noch vor Augen, das waren Aufs und Abs. Ich, es ist unübersehbar, das ist ganz klar, dass in der Partei natürlich sehr viele sich jetzt aufgemacht haben und aufmachen eben auch über die Zukunft nach Angela Merkel nachzudenken. Und es gibt natürlich auch Kritiker. Ich denke, wir haben das ja jetzt in allen Parteien gesehen, dass nicht nur in der CDU, sondern auch in der SPD und auch in den kleineren Parteien, dass sehr viel Nachdenken jetzt aufgekommen ist, sehr viel zurechtruckeln, sehr viel ist das Wort Erneuerung in den Mund genommen worden. Das trifft für die CDU natürlich ganz genauso zu. Und gleichzeitig hat man auch gesehen in den letzten Wochen, dass Angela Merkel ihre Position wieder gestärkt hat, nämlich durch bestimmte Schritte, die sie getan hat, auch personelle Schritte. Denken wir an die Ernennung von Frau Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin, was in der Partei sehr gut angekommen ist. Oder denken wir auch an die Inklusion von Jens Spahn ins Kabinett, der ja als konservativer Kritiker bekannt ist. Das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, sie hat hier Schritte getan, mit der sie auch in die Partei hinein Signale gesetzt hat. Und mit diesen Schritten hat sie sich dann auch innerhalb der Partei, soweit man das erkennen kann, erst mal auch wieder gestärkt. Also insofern ist die Autorität jetzt auch in Bezug auf die Mannschaft in der Koalition, also ihre eigene Mannschaft, jetzt im Moment, würde ich nicht sagen, sehr angekratzt. Also sie ist jetzt wieder, sie hat das Heft in der Hand, zumindest jetzt mit ihrer Koalitionsmannschaft. Und sie signalisiert ganz klar, sie will jetzt arbeiten, sie will Ergebnisse hervorbringen. Und damit, das noch vielleicht zum Schluss, signalisiert sie natürlich auch an ihre Minister, auch die müssen liefern. Vorher muss Angela Merkel allerdings noch zur Bundeskanzlerin ernannt werden, ganz formell von Bundespräsident Steinmeier. Und dort vor Ort ist meine Kollegin Jeannette Clark. Jeannette, ja, gleich erwarten wir die Bundeskanzlerin im Bellevue. Sie ist eigentlich schon da, gleich erwarten wir sie in dem Raum, in dem sie zur Kanzlerin ernannt wird. Wie genau wird das ablaufen? Ja, in der Tat, Sie sagen es, die Bundeskanzlerin, wir hatten das ja auch im Bild eingefangen, ist hier vor ungefähr zehn Minuten schon am Schloss Bellevue angekommen, dem offiziellen Amtssitz des Bundespräsidenten. Der Weg hier vom Reichstag zum Schloss Bellevue, das sind ja nur zwei Kilometer, also die Bundeskanzlerin hat da keinen weiten Weg zurückzulegen. Allerdings, sie muss heute zweimal hierher kommen. Die Regierungslimousinen, die werden also diesen Weg zwischen Schloss Bellevue und Reichstag heute häufiger zurücklegen. Zunächst jetzt hier gleich um 11 Uhr zu ihrer eigenen Ernennung und dann kommt sie um 12.30 Uhr ja mit der gesamten Kabinettsriege noch einmal mit ihren 15 Ministerinnen und Ministern, die eben dann vom Bundespräsidenten ernannt werden. Aber eins nach dem anderen, jetzt in der Tat gleich in wenigen Minuten die Ernennung durch den Bundespräsidenten in diesem großen Saal, den Sie hier schon gesehen haben in der Vorschau im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Kanzlerin werden hier gleich vor die Kameras treten. Dann wird der Bundespräsident die Ernennungsurkunde verlesen, wonach er sie nach Artikel 63 des Grundgesetzes zur Bundeskanzlerin ernennt. Dann gibt es Händeschütteln und Glückwünsche. Ja, und das war es schon eigentlich. In der Tat wirklich ein sehr protokollarisch, sehr knapp und kurz gehaltener Akt. Das hat in der Tat vor vier Jahren lediglich eine Minute gedauert. Nun muss man sagen, die Bundeskanzlerin, die kennt ja das Prozedere. Schließlich macht sie es zum vierten Mal mit. Und müsste es sogar besser kennen eigentlich als der Bundespräsident. Denn die Bundespräsidenten, die haben ja während ihrer Amtszeit durchaus gewechselt. 2005 und 2009 wurde die Bundeskanzlerin vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ernannt. 2013 von Bundespräsident Joachim Gauck und heute eben von Frank-Walter Steinmeier. Und den hat sie ja in der Tat während dieser Regierungsbildung hier schon häufiger im Schloss Bellevue treffen müssen. Heute, das kann man wohl sagen, aus Sicht der Kanzlerin, ohne viel zu spekulieren, sicher der erfreulichste Termin. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, die Bundeskanzlerin war während der Regierungsbildung häufiger im Schloss Bellevue als üblicherweise. Ja, vor allem als die Jamaika-Sondierungen gescheitert waren. Welche Rolle hat denn der Bundespräsident aus Ihrer Sicht in den vergangenen Monaten gespielt? Ja, als im November die Jamaika-Sondierungen gescheitert sind, da war der Bundespräsident sehr schnell in einer sehr zentralen Rolle. Und die Augen, die haben sich ja alle aufs Schloss Bellevue gerichtet. Denn es sah ja so aus, als sei die Bundesrepublik sozusagen in einer politischen Sackgasse. Keine Regierungskoalition nirgends. Die Jamaika-Partner haben gesagt, nein, wir können nicht miteinander. Die SPD hatte ja direkt bekanntermaßen nach der Wahl gesagt, nein, sie würde nicht an eine große Koalition gehen. Da war ein guter Rat teuer, aber darüber können wir vielleicht später sprechen. Wir sehen jetzt nämlich in der Vorschau den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin ist gewählt. Zur Ernennung verlese ich die folgende Urkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin Berlin, den 14. März 2018 der Bundespräsidenten. Herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Alles gut. Vielen Dank. Demnächst mehr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nämlich wenn die Bundeskanzlerin zurückkehrt hier um 12.30 Uhr mit ihrem gesamten Kabinett, dann wird es auch eine Ansprache des Bundespräsidenten geben von etwa fünf Minuten. Und dann erhalten die 15 Ministerinnen und Ministern entsprechend ihre Ernennungsurkunde. Aber vielleicht können wir noch einmal kurz zurückkommen auf die Rolle des Bundespräsidenten, die in der Tat ja in dieser Regierungsbildung eine sehr besondere war. Frank-Walter Steinmeier hat die Rolle als Krisenmanager, als oberster Krisenmanager, als Jamaika gescheitert war, sehr schnell angenommen. Nur wenige Stunden nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche, da trat er vor die Mikrofone und hat alle Parteien an ihre Verantwortung erinnert. Und hat gesagt, wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt und sie dann in den Händen hält, der dürfe sich dann auch entsprechend nicht drücken. Also das war ziemlich deutlich und vor Neuwahlen überhaupt keine Rede. Also da hat der Bundespräsident sofort das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat alle Parteichefs damals der im Bundestag vertretenen Parteien, nicht nur die Jamaika-Partner, die möglichen, hier ins Schloss Bellevue zitiert, kann man schon fast sagen. Es wurde natürlich zum Gespräch gebeten, Einzeltermine mit jedem der Parteichefs und einen Gesprächstermin beim Bundespräsidenten. Na, den kann man natürlich nicht absagen. Also fand sich hier einer nach dem anderen ein, gab sich quasi die Klinke in die Hand. Und der Bundespräsident, der wollte ganz genau wissen, warum hat das denn mit Jamaika nicht funktioniert. Er hat sogar die Protokolle der Sondierungen eingesehen. Also er hat hier wirklich den Parteien ins Gewissen gesprochen. Und dann musste er natürlich auch mit Martin Schulz, dem noch damaligen Parteichef der SPD sprechen, mit seiner eigenen Partei und ihm ins Gewissen reden, doch noch einmal zu überlegen, ob man nicht doch in eine große Koalition gehen würde. Und das führte schließlich dazu, dass ja nur zehn Tage nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche hier im Schloss Bellevue am 30. November die Parteichefs der großen Koalition, Horst Seehofer, Angela Merkel und damals eben noch Martin Schulz, zu einem vertraulichen Gespräch mit dem Bundespräsidenten zusammenkamen. Und dieses Gespräch, das hat zumindest den Anstoß gegeben, auch wenn natürlich der SPD-Parteitag dann noch grünes Licht für Sondierungen geben musste, dass sich die drei Partner, die eigentlich zuerst unmöglich schienen, wirklich zusammengesetzt haben. Also eine Lehre dieser Regierungsbildung in der Tat. Der Bundespräsident, der ist nicht nur Repräsentant, wenn er den Rahmen des Grundgesetzes nutzt, dass er Herr des Verfahrens sein kann und so entschlossen zugreift und eingreift und mahnt wie Frank-Walter Steinmeier, dann ist er eben mehr als ein Repräsentant. Wenn die Bundeskanzlerin dann am frühen Nachmittag mit dem gesamten Kabinett zur Ernennung der Minister wieder ins Bellevue zurückkehrt, dann wird es eine kurze Ansprache des Bundespräsidenten geben. Sie haben das eben schon erwähnt. Was konkret ist da zu erwarten? Ja, wenn man seine Äußerungen in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt hat, ich habe ja schon gesagt, er hat den Parteien ins Gewissen geredet und hat gesagt, man kann den Wählerwillen nicht entwerten, indem man eigentlich einfach Neuwahlen ausruft. Also das war für ihn immer die letztmögliche Option. Und als dann schließlich, dass die ganze Regierungsbildung sich dem Ende neigte und die SPD in diesem Mitgliederentscheid entschieden hatte, ja, wir werden in eine große Koalition gehen, da hat er gesagt, es ist sehr gut, dass die Zeit der Verunsicherung und der Unsicherheit vorbei sei. Und ich denke, er wird daran anknüpfen und wird höchstwahrscheinlich die neue Regierung mahnen, vor allem verlorenes Vertrauen vielleicht auch bei den Wählern wieder zurückzugewinnen. Und vor allem wird er auch Stabilität anmahnen. Diese Koalition, die sollte vier Jahre halten. In die Richtung hat er sich schon geäußert. Und einen kleinen Hinweis gab es auch schon gestern am Rande eines Besuches von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Da hat er schon an die neue Bundesregierung appelliert, eine bürgernahe Politik zu machen und Themen, die auf der Straße liegen, wirklich aufzugreifen. Also ich denke, er wird später in seiner Ansprache daran sicher anknüpfen werden. Gleich werden die Minister eintreffen im Schloss Bellevue. Wie genau läuft das ab? Ähnlich wie bei der Kanzlerin? Ja, in der Tat. Also das wird eine etwas längere Zeremonie. Ich habe gerade etwas im Augenwinkel, verzeihen Sie bitte, auf den Monitor hier geschaut, weil die Bundeskanzlerin schon wieder aus dem Schloss Bellevue herausgekommen ist. Ich habe hier den Chef des Präsidialamtes gesehen, den Staatssekretär Stefan Steinlein, der sie auch abgeholt hat, als sie vor ungefähr einer Viertelstunde hier ins Schloss Bellevue kam. Und der wird sie auch wohl wieder zu ihrer Limousine begleiten. Das war ja wirklich nur eine kurze Stippvisite in der Tat. Aber wie gesagt, wenn die Minister nachher kommen, wird es eine Ansprache geben. Wir haben darüber gesprochen. Und dann werden die Minister nacheinander ihre Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten erhalten. Die Bundeskanzlerin, die muss ja nach dem Grundgesetz dem Bundespräsidenten die Bundesminister vorschlagen, denn sie werden lediglich ernannt und eben nicht im Bundestag gewählt. Dann wird jeder Einzelne dieser 15 diese Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten bekommen. Dann wird es noch ein Gruppenbild geben. Und man muss sagen, das Kabinett, das Neue, das hat sich ja noch nicht allzu oft getroffen bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages am Montag. Da sah man den ein oder anderen schon zusammenstehen. Da wurde auch schon das ein oder andere Selfie gemacht. Und ich sehe jetzt in der Tat, jetzt fährt die Bundeskanzlerin hier, sehen Sie auch, wie gesagt, den Chef des Präsidialamtes, Stefan Steinlein, der sie verabschiedet. Eva Christiansen, ihre langjährige Mitarbeiterin, ist mit ihr dabei. Den Regierungssprecher, Steffen Seibert, habe ich auch gesehen. Genau, und jetzt fährt die Bundeskanzlerin wieder zurück zum Reichstag, weil da muss sie ja noch vereidigt werden. Das ist ja sozusagen der dritte Schritt nach Wahl, nach Ernennung, dann eben entsprechend die Vereidigung im Bundestag. Und das wird ja nicht allzu lange dauern, bis sie dann dort wieder ankommt wird. Ja, bis es soweit ist. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zur Ernennung. Wie ist denn da eigentlich die Atmosphäre in dieser Situation? Das ist ja ein relativ formeller und nüchterner Akt. Ja, ich denke später, wenn die Zeremonie etwas länger ist, dann muss man sagen, das ist ja meist hier in Bellevue durchaus ein, naja, ein heiter zeremonieller Ernst, würde ich sagen. Also natürlich ist das der Akt, den das Grundgesetz vorschreibt. Aber es gibt bestimmt auch ein großes Maß an Erleichterung, dass jetzt eben nach dieser wirklich sehr langen Phase der Regierungsbildung das Ganze geschafft ist. Und ich denke, es wird dann vielleicht nicht ganz so nüchtern sein wie am vergangenen Montag, als die drei Parteichefs vor die Bundespressekonferenz getreten sind. Und Olaf Scholz, der kommissarische SPD-Parteichef, gesagt hat, ja, es war keine Liebesheirat, diese Große Koalition. Und man sich betont nüchtern gab. Also heute wird man sicher auch etwas gelöstere und fröhlichere Gesichter sehen, wie man das auch vorhin bereits während der Wahl der Kanzlerin ja im Bundestag beobachten konnte. Janett Klar, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und diese Eindrücke. Und nach wie vor bei uns im Studio ist Professor Marianne Kneuer. Das war die Ernennung der Kanzlerin durch den Bundespräsidenten, der ja eine wichtige Rolle bei dieser Regierungsfindung gespielt hat. Wir haben es eben schon gehört. Hätten wir ohne Frank-Walter Steinmeier Neuwahlen bekommen? Das ist natürlich eine Spekulation, denn also ich denke, also kommt ja darauf an. Hängt von vielen Faktoren ab. Genau, und wenn es Frank-Walter Steinmeier nicht gewesen wäre, dann denke ich, also jeder andere Bundespräsident hätte, glaube ich, aber ähnlich agiert. Also der Punkt ist ja gewesen an diesem sozusagen Knackpunkt nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition, dass sich eben sehr schnell Martin Schulz nochmals geäußert hat in Bezug auf die Tatsache, dass er bzw. die SPD nicht zur Verfügung steht für... Direkt einen Tag, nachdem Christian Lindner die Absage erteilt hat. Ja, unmittelbar, unmittelbar. Also hat, genau, hat Martin Schulz das artikuliert, dass die SPD weiterhin also nicht zur Verfügung steht, so wie er es auch schon nach dem Ergebnis der Bundestagswahlen ebenfalls unmittelbar damals nach dem Ergebnis, ja, hat verlautbart. Das heißt, das war die Situation und in dieser Situation hat der Bundespräsident verfassungsrechtlich natürlich einen relativ großen Spielraum. Er hätte in dieser Situation insgesamt, sagen wir jetzt mal, drei Optionen gehabt. Die erste wären Neuwahlen gewesen. Die zweite wäre gewesen, die Mehrheitsführerin, also Frau Merkel, zu motivieren oder zu ermuntern, eine Minderheitsregierung anzuführen. Und die dritte Option war diejenige, die er gewählt hat. Und insofern hat sein Agieren doch eine hohe Bedeutung. Denn, wie gesagt, das war kein Automatismus, der auf diese Option und auf seine Option hingelaufen ist, sondern er hatte andere Möglichkeiten und er hat ganz bewusst diese Option gewählt. Und damit hat er letztendlich ein starkes Signal in Bezug auf stabile Regierungsfähigkeit gelegt. Das heißt also, er hat eine Minderheitsregierung letztendlich... Ganz kurz, muss ich Sie unterbrechen, Frau Merkel am Bundestag angelangt. Die Wege sind kurz in Berlin. Reden Sie gerne weiter. Sie geht wieder rein. Er hat die Minderheitsregierung damit ganz klar ausgeschlossen und er hat auch die Neuwahlen klar ausgeschlossen und hat nochmal ein starkes Signal gesetzt für stabile Regierungsmehrheiten, für eine stabile Regierungsfähigkeit. Und das ist ein, ja, ich würde fast sagen, modellbildendes Element. Denn wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass solche Situationen in Zukunft öfter auf uns zukommen. Wie viel moralisches Gewicht hat ein Bundespräsident in dieser Situation? Sehr viel. In dieser Situation sehr viel. Vor allen Dingen, weil diese Situation präzedenzlos war in der Bundesrepublik Deutschland. So eine Situation hatten wir noch nie. Und wir haben ja auch gesehen und gespürt, dass die politischen Akteure, genau wie die Bevölkerung, in eine gewisse Verunsicherung geraten sind. Denn nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen, bei denen ja jeder davon ausgegangen war, die meiste Zeit, dass es irgendwie hinhauen würde, dass es irgendwie funktionieren würde, dass das die neue Regierung sein würde. Nach diesem Scheitern, wie gesagt, war eine völlig neue Situation da. Eine nie dagewesene Situation. Und in dieser Situation kann dann, und das haben wir gesehen, dass es passiert ist, der Bundespräsident eine ungeheuer starke Rolle spielen. Eine starke moralische, aber eben auch eine starke verfassungsrechtliche, eine starke politische Rolle. Er muss also argumentativ auch gut gewesen sein. Denn Martin Schulz hatte sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, eben in eine neue große Koalition zu gehen. Und wie stellt man sowas an? Auch das ist ein wenig spekulativ. Was sagt man jemandem, der sich vorher so weit aus dem Fenster auch gelehnt hat? Also ich, für mich ist es ganz klar erkennbar, dass Frank-Walter Steinmeier sich vor allen Dingen eben an Martin Schulz gewendet hat. Auch mit seinen öffentlichen Botschaften natürlich sowieso. Aber ich gehe davon aus, dass er das auch bilateral, informell getan hat. Auch das ist natürlich ein ganz besonderes Element, dass der Bundespräsident solche Gespräche und solche Aktivitäten nicht öffentlich macht, dann wiederum, um eben da eine gewisse, wie soll ich sagen, seinen eigenen Spielraum zu erhalten. Und aber auch das Vertrauen und die Vertraulichkeit zu den politischen Akteuren natürlich zu erhalten. Aber ich gehe davon aus, dass da relativ klare Signale eben auch an die SPD beziehungsweise an Martin Schulz gerichtet worden sind. Jetzt ist auch deshalb die Situation von Bundespräsident Steinmeier sehr schwierig gewesen, weil er ja eigentlich SPD-Mitglied ist, lange Jahre dort in Funktionen tätig war. Seine Mitgliedschaft ruht gerade, während er Präsident ist. Aber nichtsdestotrotz musste er seiner Partei ja dann etwas verordnen, was die eigentlich überhaupt nicht wollte. Und was ihr vielleicht jetzt möglicherweise auch gar nicht so gut tut, das ist sicherlich hart, oder? Also der deutsche Bundespräsident, also ich spreche jetzt über die Rolle abstrakt, ja, also die deutschen Bundespräsidenten sind ja immer auch Parteimitglieder. Und es ist üblich, das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass die Bundespräsidenten, sobald sie dann ernennt waren, ihre Parteimitgliedschaft haben ruhen lassen. Also das ist für alle Parteimitglieder sozusagen, alle Bundespräsidenten so der Fall gewesen. Und auch das ist ein Spezifikum sicherlich. Die Bundespräsidenten in dem Moment, in dem sie in diesem Amt sind, spüren oder empfinden sich als wirklich überparteiliche Akteure. Und das wird eben auch, und das ist auch wichtig für die Bürger, wird in ihren Worten, in ihren Reden und in ihren Aktivitäten immer wieder deutlich. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch viele Beispiele gehabt, wo, da ist jetzt Frank-Walter Steinmeier nicht der Erste oder er wäre nicht der Erste, wo also Bundespräsidenten sogar sehr viel aufmöpfiger, in Anführungszeichen, sich gegen Bundeskanzler oder andere Akteure aus ihrer Partei gewendet hätten. Also denken wir an Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl zum Beispiel. Also das ist durchaus auch immer vorgekommen, weil, und nochmal, sich die Bundespräsidenten eben tatsächlich dann in ihrer Rolle als überparteilich, als unabhängig und in dieser Situation, in der Frank-Walter Steinmeier jetzt war, ganz besonders natürlich nochmal als Moderator, als Entscheider in einer schwierigen Situation empfunden haben. Die SPD war von der Empfehlung von Frank-Walter Steinmeier dann zunächst mal nicht so begeistert. Sie hatte zu kämpfen mit der Neuauflage der GroKo. Teile der Sozialdemokraten haben sich mit Händen und Füßen gegen eine Regierungsbildung mit der Union gewährt. Denn eigentlich wollte man sich in der Opposition regenerieren und wieder zu sich finden. Am Ende hat es dann aber doch geklappt. Viele SPD-Spitzenpolitiker haben Überzeugungsarbeit geleistet an der Basis, die am Ende dem Koalitionsvertrag zugestimmt hat. Vergangene Woche hat die SPD dann ihre neuen Minister vorgestellt und dabei gab es ein paar Überraschungen. Aufmarsch der künftigen SPD-Minister. Fast wirkt es wie ein Gang in die Schlacht. Mit diesen Gesichtern soll es aufwärts gehen für die SPD in der dritten Großen Koalition. Auch wenn manche daran noch zweifeln mögen. Einziger Name, der noch nicht durchgesickert war, Hubertus Heil. Er soll Minister für Arbeit und Soziales werden. Ich habe ihn erlebt in den Koalitionsverhandlungen. Und ich kann Ihnen sagen, er ist ein sehr guter Verhandler. Und als ehemalige Arbeitsministerin kann ich eins sagen. Wenn man die vielen guten Vorhaben in diesem Ressort umsetzen will, die wir im Koalitionsvertrag haben, dann muss man jeden Tag gut verhandeln. Neben den bekannten Gesichtern Heiko Maas, der Außenminister wird, Olaf Scholz oder Katharina Barley, auch ganz neue. Svenja Schulze aus Nordrhein-Westfalen übernimmt das Umweltressort. Ich habe viele Jahre in der Umweltpolitik gearbeitet. Ich habe ja auch als Forschungsministerin ganz viel in dem Bereich Klimaschutz, Umwelt gemacht. Und insofern schließt sich das eigentlich logisch an, jetzt auch dieses Thema wieder zu nehmen. Franziska Giffey wird Familienministerin. Ihr Karriereschritt ist wohl der steilste, von der Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln direkt ins Bundeskabinett. In Neukölln ist sie bekannt für ihre pragmatische Politik, als eine, die Probleme klar benennt. Und davon gibt es im sogenannten Problembezirk genug. Wer es hier schafft, so das Kalkül, schafft es auch auf der großen Berliner Bühne. Für mich ist es eigentlich als Neuköllner Bürgermeisterin immer wichtig gewesen zu sagen, es ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Und dafür müssen wir arbeiten, dass es eben nicht mehr den Unterschied macht, dass die Menschen, die in diesem Land leben, die gleichen Chancen haben. Für die SPD zählt aber sehr wohl, woher Giffey kommt, nämlich aus dem Osten. Damit wäre auch dieser Proporz gewahrt, neben der gleichen Anzahl von Männern und Frauen. Die SPD hat Angela Merkels vierte Kabinettsliste komplett gemacht. Insgesamt ein reines Proporzkabinett, das vor allem innerparteiliche Gegner in Union und SPD befrieden soll? Wenn man sich das Kabinett insgesamt anschaut, so sind da etliche Mitkabinettserfahrungen aus dem vergangenen Kabinett, Erfahrungen aus anderen Kabinetten oder eben zum Beispiel parlamentarische Staatssekretäre, die zumindest das Fachgebiet kennen, wenn sie vielleicht auch die Administration nicht so beherrschen. Die Zahl der wirklich Neuen ist gering. Man kann deshalb von einem Übergewicht an Professionalität mehr oder weniger entwickelter sprechen. Kritik am Kabinett kommt naturgemäß von der Opposition. Da kann man personell nichts erkennen, was auf eine geänderte Politik hindeuten würde. Es geht eindeutig um ein Weiter-So. Diese Kanzlerin Merkel möchte sich noch ein paar Jahre weiter so durchwurschteln. Es ist natürlich auch interessant, dass die drei Schlüsselressorts, und das ist ja nun ganz eindeutig, dass die von den Männern besetzt werden. Der neue Außenminister Heiko Maas verabschiedet sich schon als Chef der Saar-SPD in Saarbrücken. Ein schon länger geplanter Schritt. Ich finde, wir können zeigen damit, dass die Sozialdemokratie ebenso auch gutes Personal bringen kann und dementsprechend auch die SPD dort eigenständig wahrnehmbar wird. Wenn wir von Erneuerung reden, dann brauchen wir auch ein paar neue Namen. Ein Großteil der Erneuerung der SPD wird aber außerhalb der Regierung passieren müssen. Dafür soll Andrea Nahles sorgen, die als Fraktions- und wohlkünftige Parteichefin diesem Kabinett nicht angehören wird. Die SPD will besser zusammenarbeiten, koordinierter zusammenarbeiten, als Team zusammenarbeiten. Klappt das mit diesen Kabinettsmitgliedern, die uns da vorgestellt worden sind? Ja, die SPD hat ja einen schweren Weg hinter sich. Also in den letzten Wochen, die Partei selber hat vor einer Zerreißprobe gestanden, hat sich jetzt durch den Mitgliederentscheid, ist das zunächst mal jetzt erst gekittet, aber man muss davon ausgehen, dass natürlich die internen Diskussionen weitergehen und dass Frau Nahles sich jetzt eben als künftige Parteivorsitzende, noch ist sie es ja nicht, darum zu kümmern hat, um eben die Partei wieder zusammenzubinden und die Erneuerung, die ja nun von allen gewünscht und eingefordert wird, vor allen Dingen natürlich von der Anti-Groko-Strömung und den Jusos, dass sie die auch dann angeht und umsetzt, implementiert. Gleichzeitig muss natürlich die Mannschaft der SPD in der Regierung eben ihre Arbeit leisten und das gilt für die SPD genauso wie für die CDU, ja, liefern. Also beide Parteien sind da auf Erfolg eben verpflichtet. Sie müssen gegenüber ihrer Partei, gegenüber ihren Wählern und ja, müssen sie jetzt einfach Ergebnisse zeigen. Die SPD hat ja eine teilweise, auch genau wie die CDU, eine Mischung aus Altgedienten und Neulingen, Novizinnen und Novizen. Das ist eine interessante Mischung. Da muss man natürlich erst mal sehen, wie die Arbeiten werden, auch zusammenarbeiten werden. In der vorherigen Regierung war Sigmar Gabriel relativ dynamisch, sag ich jetzt mal so. Gibt es auch in diesem Kabinett Politiker, den Sie zutrauen, ja, sagen wir mal, ein bisschen als Querschläger zu agieren oder eher unberechenbar zu sein? Oder geht das eher gemeinsam in eine Linie? Das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, es gibt ja Neulinge, von denen man jetzt noch nicht genau absehen kann, wie sie sich einbringen werden. Querschläger weiß ich nicht. Also ich denke, es wird, das gilt aber für alle drei Parteien, gerade jetzt bei denjenigen, die neu in das Kabinettsgeschäft einsteigen sozusagen. Man merkt ja auch schon, wie sich da so das eine oder andere zusammenruckelt. Also etwas forsche Äußerungen, sage ich jetzt mal, von dem einen oder der anderen, die dann teilweise zurückgenommen werden wieder oder wo man erst mal lernen muss, also wie das Geschäft funktioniert. Also das sind ja solche Anfangseffekte, die wird man dann sicherlich bei dem einen oder anderen sehen. Ich würde vermuten, dass beide Parteien versuchen oder alle drei Parteien versuchen werden, ihre Mannschaften ganz gut zusammenzuhalten und eben eher solche Querschläger zu vermeiden. Aber wie gesagt, also manches kann auch einfach durch Unerfahrenheit passieren. In der Tat gibt es ein paar Novizinnen und Novizen, Sie hatten das eben erwähnt. Was war denn Ihre größte Überraschung? Mit wem hätten Sie so gar nicht gerechnet? Ja, also ich finde, Heiko Maas kann man sicherlich als Überraschung abbuchen. Aber auch natürlich, aber das gilt auch wieder für beide Parteien eigentlich, es sind neue Gesichter reingeholt worden, frische Gesichter auch, mit denen sich natürlich auch gewisse Erwartungen und vielleicht auch Programmatiken verbinden. Wie zum Beispiel Frau Griffe eben aus Berlin. Und insofern, wie gesagt, also steht dahinter sicherlich auch die Erwartung, dass damit neue Akzente gesetzt werden, auch vielleicht für die Partei. Das muss man jetzt abwarten. Jetzt gibt es einige steile Karriereschritte. Sie hatten Frau Griffe gerade schon erwähnt und Frau Karliczek. Die eine in der SPD, die andere in der CDU, eine ist Bildungsministerin, die andere wird Familienministerin. Die haben quasi, ja, bundespolitisch überhaupt keine Erfahrung. Frau Karliczek auch eigentlich nicht im Bereich Bildung. Ist das zielführend, so jemanden da reinzuheben? Teilweise, weil er ja den Parteiproporz erfüllt und die Tatsache, dass sie vielleicht irgendeine Frau ist oder bei Frau Griffe eben aus dem Osten kommt, dort geboren wurde? Oder, ja, sollte Politik anders handeln? Naja, das mit dem Sollte-sie-anders-handeln ist schwierig, weil wir können ja vieles auch nicht einsehen, was hinter den Kulissen passiert. Also vielleicht sollten wir auch davon ausgehen, dass die Parteivorsitzende Merkel und die künftige Parteivorsitzende Nahles und Olaf Scholz als derzeitiger Parteivorsitzender natürlich Leute auch im Blick haben, ja, und Leute in ihrer Entwicklung beobachten und parteiintern da, ja, wie gesagt, näher dran sind. Also insofern ist das jetzt unser Blick natürlich ein sehr von außen kommender Blick und die Parteiführer, Parteiführerinnen, Parteiführer werden da sicherlich einen anderen Blick drauf haben und möglicherweise eben auch ein Potenzial erkennen und wie gesagt, vielleicht neue Akzente, frische Akzente, die sie sich erwarten von diesen Personen. Genau, das ist das Stichwort neue Gesichter, die gibt es jetzt im Kabinett, aber die Regierungsparteien wollen sich nicht nur personell, sondern auch inhaltlich erneuern. Die SPD hätte das wohl lieber in der Opposition getan, jetzt regiert sie wieder und muss sich, genauso wie die CDU, fragen, in welche Richtung geht es, welche Werte vertreten wir in der Zukunft, was können wir anders und besser machen? Lasst uns die Zeit für diesen Erneuerungsprozess nehmen. Wir wollen es besser machen. Wir wollen noch interessanter werden. Uns modernisieren, neu aufstellen, kampagnenfähiger werden. Wenn etwas die großen Parteien gerade verbindet, dann dies, die tiefe Sehnsucht nach Erneuerung. Vieles soll anders werden, irgendwie neu, Hauptsache besser als bei der letzten Wahl. Wenn wir uns hinstellen und sagen, wir haben das 155 Jahre gut gemacht und wir müssen uns jetzt gar nicht verändern, dann wird es irgendwann bedrohlich. Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation. Wir merken, dass die Parteien unter Druck geraten sind und damit auch das gesamte politische System. Wo Konrad Adenauer, der erste CDU-Kanzler, oder später Willy Brandt für die SPD noch weit über 40 Prozent einfuhren, ziehen die großen Parteien heute längst nicht mehr so viele Menschen an, ob als Wähler oder als Mitglieder. Allein seit der Wiedervereinigung hat sich die Mitgliederzahl der im Bundestag vertretenen Parteien beinahe halbiert. Erneuerung unbedingt, da sind sich alle einig. Nur wie? Was man macht und machen kann, ist personelle Erneuerung. Aber alle weitergehenden Fragen werden zu Zerreißproben. Und das würde ich meinen, ist fast die eigentliche Krise. Die Hilflosigkeit und Ratlosigkeit der Parteien, die zwar Erneuerung sagen, aber nicht wissen, wie das gehen soll. Erneuerung, was heißt das nun für die christlich-konservative CDU oder für die einstige Arbeiterpartei SPD? Wer danach fragt, hört wenig Konkretes, nur so viel. Beide Parteien wollen jetzt übers Grundsätzliche debattieren. Währenddessen blicken andere neidisch nach Frankreich, wo Emmanuel Macron eine lose Bewegung, en marche, ganz um sich scharte und etablierte Parteien hinter sich ließ. Ein Modell für Deutschland? Seit Wochen trommelt Sarah Wagenknecht für eine linke Sammlungsbewegung abseits der Parteien. Wir brauchen erstmal überhaupt, dass etwas in Bewegung kommt, dass Menschen sich wieder engagieren. Da ist die Schwelle viel niedriger bei einer Bewegung, als wenn man in eine Partei eintreten muss. Und ich finde einfach, man sollte sich mit der jetzigen Situation nicht abfinden. Bewegung statt Partei? Davon hält der neue Grünen-Chef gar nichts. Nur Parteien sorgten für Stabilität. Die Bewegung, en marche, ist Macron. Und wenn der morgen sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, Politik macht keinen Spaß, dann bricht das alles in sich zusammen. Es muss übersetzt werden in die demokratisch etablierten Formen, die wir haben. Wir werden also modernere, neuere Parteien bekommen, aber nicht die Parteien überwinden. Neuere Parteien, noch gibt es vor allem neues Personal. Und die Sehnsucht nach Erneuerung, was immer das wirklich bedeuten mag. Neues Personal gibt es. Ist es denn in Deutschland auch denkbar, dass es eine neue Bewegung gibt, wie in Frankreich, en marche, oder wie Sebastian Kurz das in Österreich gelöst hat, eben, dass er die Partei in Liste Kurz umbenannt hat? Ist sowas in Deutschland denkbar, sinnvoll für die Parteien? Zunächst mal, der Grund oder das Problem, über das wir reden müssen, ist ja die anhaltende Politikverdrossenheit der Bürger. Der Vertrauensverlust der Parteien, vor allen Dingen der großen Parteien hier in Deutschland, der Volksparteien, aber in den anderen Ländern, in Frankreich war es genauso. In Italien sehen wir jetzt die Situation ebenso. Auch in Österreich und in vielen europäischen Ländern ist es überall ein ähnliches Phänomen. Das heißt also Politikverdrossenheit, die zunehmende Ferne zwischen Bürger und Staat, zwischen Bürger und Regierung und eben dieser Vertrauensverlust. Das heißt, dass hier die Parteien, und zwar alle Parteien, und auch nicht nur in Deutschland gefordert sind, Das ist inzwischen völlig klar und das steht dahin. Die Frage ist aber, auf welche Art und Weise die Parteien das tun können. Nun haben manche, wie Sie eben sagten, also in Österreich Kurz, Macron in Frankreich und so weiter, in Italien Pepe Grillo eben, oder die Cinque Stelle eben, den Weg gewählt einer Bewegung, den Weg von Verjüngung, den Weg von, ich sag jetzt mal, Personalisierung, also das Zuspitzen auf eine Person, Macron, Kurz. Und, das muss man auch sagen, gerade bei Kurz, das Annähern an populistischen Stil, an populistisches Agieren. Und das ist eben die eine Lösung, die man sehen kann, oder der eine Weg, sag ich jetzt mal, das eine Rezept, das man sehen kann. Aber ob dieses Rezept wirklich trägt, ob es tragfähig ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich meine Zweifel. Das frage ich mich auch, funktioniert dieser Personenkult, den es zum Beispiel um Macron, vielleicht auch ein bisschen um Sebastian Kurz gibt hier in Deutschland? Ich würde ja eher sagen, wenn, dann überhaupt nur sehr kurzfristig. Also Deutschland hat eine ganz andere politische Kultur, die sehr viel weniger eben auf Personalisierung ausgerichtet ist, ohnehin schon, also traditionell quasi. Und insofern muss man eben auch diese Unterschiede sehen einfach zwischen den politischen Kulturen. Andererseits ist es natürlich so, auch in Österreich wäre das vielleicht vor ein paar Jahren noch eher nicht so vorstellbar gewesen, wobei Haider und die FPÖ da schon das Terrain bereitet haben, so ein bisschen. Also für Deutschland ist es im Moment vielleicht auch eher unrealistisch, aber die Frage ist, geht schon tiefer, wie ich meine. Nämlich, will man das oder soll man das wollen? Also ist es wirklich oder kann es wirklich ein Rezept sein? Und es kann eben auch passieren, dass zum Beispiel im Falle Macrons, wenn man das jetzt sieht, dass seine Bewegung eben sozusagen die meisten Wählerstimmen und die meisten Sitze auf sich vereint hat. Und wenn man das jetzt mal weiter treibt und ein Szenario entwickelt, bei dem jetzt zum Beispiel, was wir alle nicht hoffen wollen, Macron nicht seine Versprechen umsetzen könnte und seine Programme, dann würde das bedeuten, dass nachdem alle anderen Parteien sozusagen völlig marginalisiert sind, ja, also die Mitte, die rechten Parteien, die linken Parteien, also die Sozialisten und so weiter, dann steht da ein riesiges Fragezeichen, wie dann die Parteienlandschaft sich in Frankreich zum Beispiel bei den nächsten Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen darstellen würde. Also das birgt einen hohen Faktor von Instabilität. Ja, in Deutschland haben wir das gerade eben nicht. Dafür haben wir eine dritte große Koalition unter Angela Merkel. In der Opposition sind dementsprechend vier sogenannte kleine Parteien, die Grünen, die FDP, die Linke und die AfD. Letztere ist die stärkste Fraktion und damit Oppositionsführer. Alle Parteien haben am Koalitionsvertrag was auszusetzen. Natürlich kann man da sagen, das gehört irgendwie zum Wesen der Politik. Trotzdem sind die Anmerkungen und Kritikpunkte natürlich spannend. Wir haben die für sie zusammengefasst und den Anfang macht die AfD als größte Fraktion. Der zentrale Erfolg der Union und hier gemeint der CDU scheint uns darin zu bestehen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Und das scheint zugleich auch der einzige Erfolg zu sein, den die CDU im Rahmen dieser Koalitionsbildung für sich verbuchen kann. Programmatisch hat sich hier, ich glaube daran kann kein Zweifel bestehen, die SPD durchgesetzt. Wenn Sie sich den Koalitionsvertrag anschauen, dann spricht er eigentlich die Sprache von DDR-Fünfjahresplänen. Alles Mögliche wird versprochen. Der Staat soll sich auch noch um die entlegensten Lebensbereiche kümmern und alles richten. Nur bei den politischen Kernfragen. Äußere Sicherheit, innere Sicherheit, Infrastruktur. Da bleibt der Koalitionsvertrag völlig vage und im Unbestimmten. Es ist ein Sammelsurium, es ist kein Programm, keine Leitidee. Wenn es eine Leitidee in diesem Koalitionsvertrag gibt, dann ist es die, mehr Geld auszugeben, mehr Staat, weniger Freiheit. Das könnte eigentlich über diesem Koalitionsvertrag stehen. Und insofern muss man sagen, Deutschland wird sich mit diesem Koalitionsvertrag absehbar weiter selbst blockieren. Zur Migrations- und Flüchtlingspolitik, unser Hauptthema, kann man nur sagen, dass alles so weitergeht wie bisher. Es gibt keine Obergrenze. Das Unrecht geht weiter. Nur haben wir jetzt einen Minister, der vorher gesagt hat, dass das ein Status des Unrechts ist. Und man fragt sich natürlich, nachdem man liest, was Herr Seehofer jetzt alles anfassen will, was er alles ins Schaufenster der CSU jetzt stellt, was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Die CSU war ununterbrochen in der Regierung. Man hätte all das, was Herr Seehofer jetzt wieder zum x-ten Mal ankündigt, ja schon umsetzen können. Da wir die CSU kennen, wie sie ist, jedenfalls Dinge laut ins Schaufenster zu stellen, aber um Gottes Willen nichts zu machen, ist mir völlig klar, dass das eine weitere Ankündigung bleibt. Der Koalitionsvertrag, der heute unterschrieben wird, ist bereits zu dem Zeitpunkt, wo die Tinte trocknet, aus der Zeit gefallen. Der Koalitionsvertrag entspricht nicht mehr dem, was unser Land in einer sich stark verändernden Zeit braucht. Der drohende Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten, die sich abzeichnende Zinswende und die Bemühungen um mehr Wettbewerbsfähigkeit, zum Beispiel in Frankreich, lassen alles, was dort aufgeschrieben wird, zur Makulatur werden. Frau Merkel hat es ein weiteres Mal vermocht, mit Geld als Schmiermittel eine Koalition zusammenzubauen. Eine Koalition, die sich aber vor klaren Richtungsentscheidungen zur Erneuerung dieses Landes drückt. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert die Haushaltslücke zur Realisierung der Vorhaben der Großen Koalition im Jahr 2021 auf 20 Milliarden Euro. Und das in absoluten Boomzeiten für die öffentlichen Kassen. Entscheidend also ist jetzt nicht das, was im Koalitionsvertrag steht, sondern was der designierte Bundesminister der Finanzen daraus in der mittelfristigen Finanzplanung macht. Das wird dann die Stunde der Wahrheit sein, was tatsächlich finanzierbar ist. Und dann wird man rasch sehen, dass die Methode gilt, als Schmiermittel zu nutzen, um notwendige Richtungsentscheidungen zu vermeiden, dass das an ein Ende kommt. Dieser ganze Koalitionsvertrag atmet den Geist einer absoluten Staatsfixierung. Von den Bürgerinnen und Bürgern wird eigentlich nur gesprochen als von den Bedürftigen, von den Schwachen, von den Patienten, um die man sich kümmern muss. Und die breite Mitte im Land, die eigentlich nur gute Rahmenbedingungen erwartet und sich eine Politik erhofft, die es ihnen erleichtert, im Leben voranzukommen, die findet überhaupt gar nicht statt. Dieser Koalitionsvertrag enthält große Lücken, gerade bei den großen Zukunftsherausforderungen. Allen voran der Klimaschutz kommt in dem Koalitionsvertrag nicht vor. Diese Lücke muss gefüllt werden. Es ist ein mehr als deutliches Zeichen, dass einer der Schaffer der Energiewende, Herr Barke, diesen Koalitionsvertrag so nicht mittragen kann. Hier muss insbesondere der Energie und auch die Umweltministerin deutlich, deutlich nachliefern, weil die Pariser Klimaziele, die sind internationales Völkerrecht. Da kann sich auch eine große Koalition nicht drumherum drücken. Die Armutsbekämpfung, auch da klafft eine sehr, sehr große Lücke im Koalitionsvertrag. Auch hier muss in den 100 Tagen deutlich nachgeschärft werden. Und nachgeschärft heißt, man kann nicht bei der Rhetorik nachschärfen, sondern muss bei den Inhalten liefern. Dazu fordern wir die gesamte Koalition zu auf. Und es reicht nicht, wenn ein Pflegeminister den Pflegenotstand beiseite schiebt und anstatt den Pflegenotstand zu beheben, Herr Spahn sich jetzt plötzlich über Arme erhebt. Sein Job ist es, die mehr als 50.000 offenen Stellen im Pflegebereich zu füllen. Auch hier springt der Koalitionsvertrag deutlich zu kurz mit 8.000 geschaffenen Stellen. Auch hier steht keine Finanzierung bereit. Das heißt, hier muss es ein Hand in Hand, insbesondere auch des neuen Finanzministers mit dem Gesundheitsminister in Zukunft geben. Und ich finde es wirklich alarmierend, dass anstatt sich diesen großen Herausforderungen im Pflegebereich, im Schulbereich, im Kita-Bereich und vor allen Dingen im Armutsbereich zu stellen, man jetzt plötzlich von jeder Seite dieser großen Koalition das Feigenblatt Flüchtlinge nochmal erneut sitzt. Die Flüchtlinge in diesem Land sind nicht das Problem, sondern die Armut in diesem Land, die Kinderarmut, die Armut von älteren Menschen und die schlechte Ausstattung von Kitas und Schulen, das ist das Problem. Die Große Koalition hat in den letzten beiden Legislaturperioden versäumt, wirklich was auch im Bereich Kitas und Schule zu machen. Nachdem nun der SPD-Mitgliederentscheid durch ist, nachdem das offizielle Jahr der SPD vorliegt, hat man den Eindruck, brechen bei den Regierungsfraktionen alle Dämme. Vor dem Mitgliederentscheid hat man offensichtlich noch eine gewisse Rücksicht genommen. Jetzt laufen die ersten Spekulationen, dass doch mehr Geld in Rüstung gesteckt werden soll, als schon im Vertrag drinne steht. Und jetzt gibt es von Seehofer und Spahn jeweils Pläne und Äußerungen, die deutlich machen, wofür diese Regierung steht, nämlich für das Treten nach unten. Wir haben immer gesagt, die Inhalte des Koalitionsvertrages kann man in drei Kategorien aufteilen. Zu wenig, nichts und falsch. Ganz falsch läuft es in der Außenpolitik und im Bereich Migration, wo die Obergrenze kommen soll. Und auch wenn man sich die aktuellen Pläne von Herrn Seehofer anschaut, den Masterplan, den er da hat, das erweckt doch stark den Eindruck, dass da eine Paralleljustiz geschaffen werden soll. Und Horst Seehofer behauptet ja, dass der Zuzug den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Wir halten dagegen, nichts zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt so sehr wie gesellschaftliche Ungleichheit. Insofern meinen wir, wenn man etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun sollte, sollte man eher auf Umverteilung setzen anstatt auf Ausgrenzung. Wir sind die soziale Opposition gegenüber dieser Regierung. Wir werden sie angreifen von links. Wir werden gesellschaftliche Bündnisse schmieden, um den Druck auf diese große Koalition, soziale Politik zu machen, zu erhöhen. Und diese Rolle ist dringend notwendig, weil diese große Koalition, die aus einer geschwächten SPD besteht und aus einer ermatteten CDU, wird kein einziges der großen sozialen und ökonomischen Probleme des Landes lösen. Ja, von der Opposition gibt es erwartungsgemäß Kritik. Aber wir wollen das jetzt hier auch noch mal beleuchten. Da haben sich jetzt zwei Parteien zusammengefunden, die eigentlich nicht zusammen wollten. Zumindest vor allen Dingen von einer Seite aus nicht. Müssen sich jetzt zusammenraufen und trotzdem weitermachen. Und viele fragen sich, wie lange hält das Ganze? Ist das ein wackeliges Konstrukt? Ist das stabil? Oder planen einige vielleicht schon vorab, aus dieser Koalition wieder auszutreten? Es ist bisher noch kein Eindruck einer wackeligen Situation entstanden oder eines wackeligen Konstruktes. Also diesen Eindruck vermitteln die Parteien nicht. Ganz im Gegenteil, jetzt bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages ist ja von allen Seiten ganz klar und eindeutig artikuliert worden, dass man davon ausgeht, dass diese Koalition bis zum Ende hält. Was ja nur noch dreieinhalb Jahre sind. Das ist ja eine verkürzte Regierungszeit. Das heißt also ganz offensichtlich, und ich fand das sehr ehrlich und sehr klar, haben alle Parteien vor, diese Koalition eben bis zum Ende so auch durchzuführen. Aber nach zwei Jahren soll ja dann noch wirklich auch formal festgelegt, geguckt werden, machen wir jetzt weiter oder nicht? Ganz genau. Also in die Koalition selber ist eben dieses Element der Evaluierung eingebaut, also der Überprüfung eingebaut. Und das bedeutet zweierlei. Zum einen will man bis dahin sich selbst eben einer Leistungsbilanz unterwerfen. Damit setzt man sich natürlich selber auch sozusagen Ziele und vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Man will, man muss liefern. Aber auf der anderen Seite, und da kommt jetzt so ein Moment ins Spiel, nach der Wahl ist vor der Wahl, muss man natürlich auch ganz klar sehen, nach zwei Jahren bedeutet das jetzt, dass das zweieinhalb Jahre der Regierungszeit wäre, also anderthalb Jahre vor der nächsten Wahl. Und man kann schon davon ausgehen, dass sich dann die Parteien schon wieder anfangen aufzustellen für die nächste Bundestagswahl. Das heißt, Sie halten es für möglich, dass die SPD, wenn zum Beispiel die Umfragewerte an der Stelle prima sind, auch sagt, liebe Frau Merkel, an der Stelle verabschieden wir uns, weil wir finden, dass es doch nicht so gut passt und gehen jetzt in Neuwahlen und vorgezogene? Das ist jetzt die sehr extreme Variante sozusagen, das sehr extreme Szenario. Aber auch das, ich denke, man kann in dieser Situation, das ist ja auch eine neue Situation, die wir hier haben, auch wenn es die vierte GroKo ist, aber trotzdem ist die Konstellation ja doch eine andere, kann man mit allem rechnen. Aber ich denke, auf jeden Fall werden sich, wie gesagt, die Parteien anderthalb, ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl positionieren müssen, aufstellen müssen. Denn auch das würde ich jetzt mal vermuten, niemand wird die GroKo 5.0 anstreben wollen. Das heißt, man muss schon dann anfangen zu planen, wie eine nächste Regierung aussehen könnte. Ja, jetzt gab es ganz lange keine offizielle Regierung in Deutschland und es ist natürlich auch im Ausland nicht unbemerkt geblieben. Angela Merkel hat sich als geschäftsführende Bundeskanzlerin ja mit Telefonaten und Auftritten außerhalb Deutschlands eher zurückgehalten. Jetzt dürfte auf sie einiges zukommen, was bisher liegen geblieben ist. EU-Reformpläne zum Beispiel oder der Handelsstreit mit den USA. Das sind nur zwei Themen, die da auf die Kanzlerin warten. Und dementsprechend wachsam sind auch die Blicke aus dem Ausland auf Deutschland an diesem Tag. Erleichterung auch in Brüssel. Endlich wieder eine handlungsfähige deutsche Regierung. Die Kanzlerin heißt Angela Merkel. Sie ist immer noch die dienstälteste und erfahrenste Regierungschefin in Europa. Doch der Glanz ihrer Krone ist nicht mehr ganz so hell wie früher, denn inzwischen hat ein neuer Shootingstar, Emmanuel Macron, die europäische Bühne betreten. Mit seinen Vorschlägen zur Vertiefung der Eurozone und Europas insgesamt treibt er die anderen Staats- und Regierungschefs vor sich her. Angela Merkel wird in dieser Debatte eher bremsen als Gas geben. Auch beim zweiten großen Thema in Europa, der Flüchtlingspolitik, ist es fraglich, ob Merkel sich durchsetzen kann. Es ist inzwischen Konsens, dass Europa seine Grenzen schließen und abschotten will und Flüchtlinge zurückgeführt werden sollen. Die Debatte über die Quote, über die Verteilung von Flüchtlingen bewegt sich seit Monaten keinen Zentimeter von der Stelle. Merkel wird in den nächsten Monaten alle Kraft aufwenden müssen, um das Europa, das in Nord und Süd und Ost und West zerstritten ist, zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Wenn ihr das gelingt, dann ist die Überschrift über dem Koalitionsvertrag, ein Aufbruch für Europa, tatsächlich berechtigt. Im Manuel Macron wirkt derzeit wie ein Arzt, der dem Patienten mit Namen Eurozone ein Rezept gegen künftige Krankheiten ausgestellt hat und dem jetzt nach monatelanger Verzögerung die Berliner Koalitionskrankenkasse zu sagen scheint, die verschriebenen Mittel überzeugen uns nicht in ihrer Heilkraft und zu teuer sind uns einige davon auch. Viele von Macrons Reformvorstellungen stehen in Berlin im Verdacht einer Vergemeinschaftung der Risiken. Auf dem kommenden EU-Gipfel soll offensichtlich noch kein gemeinsamer Plan vorgestellt werden. Mit Spannung wird hier in Paris auch erwartet, wie raumgreifend sich die Kanzlerin auf der Weltbühne zurückmelden wird. Macron konnte während der monatelangen deutschen Abwesenheit die europäische Hauptrolle glanzvoll besetzen. Jetzt muss aus dem brillanten Vortänzer ein deutsch-französischer Paartänzer werden. Er braucht die Berliner Partnerin, aber sicher auch weiterhin besonders viel Scheinwerferlicht. Staatspräsident Erdogan geht fest davon aus, dass sich die neue Bundesregierung und vor allem Angela Merkel in Kürze mit vielen freundschaftlichen Gesten auf ihn zubewegen. Zum einen, weil nach türkischer Lesart zum größten Teil der vermeintlich antitürkische Wahlkampf in Deutschland für die vielen Misstöne zwischen Ankara und Berlin ausschlaggebend war. Zum anderen, weil der Journalist Deniz Yücel, wie von Berlin immer wieder gefordert, jetzt frei ist. Deshalb glauben Erdogan und seine Regierung, man könnte nun ganz schnell zur Normalität zurückkehren. Folglich sollte Berlin bei den rechtsstaatlichen Problemen in der Türkei am besten beide Augen zudrücken, also nach den vielen tausend inhaftierten Andersdenkenden und sogenannten Terrorverdächtigen gar nicht groß fragen. Konkret wünscht sich Ankara von Berlin Unterstützung bei Rüstungsprojekten und eine schnelle Änderung der verschärften Reisehinweise für das Urlaubsland Türkei. Da die türkische Militäroffensive in Nordsyrien noch läuft und immer noch vier deutsche Staatsbürger hierzulande in Urhaft sitzen, könnte es jedoch bei der türkischen Wunschliste zu Enttäuschungen kommen. Hier in Washington war die Verwunderung groß über den langen Prozess der Regierungsbildung im sonst so effektiven Deutschland. Umso erleichterter reagierten Transatlantiker darauf, dass Angela Merkel mit ihrer vertrauten politischen Handschrift wieder als Kanzlerin regiert. Präsident Trump selbst hat keine eindeutige Haltung zur Kanzlerin. Mal kritisiert er sie scharf für ihre Flüchtlingspolitik, dann wiederum lobt er sie als seine besondere Freundin. Die US-Medien aber haben sie zur Wortführerin der westlichen Welt ausgerufen. Tatsächlich hat Angela Merkel auch in einer aktuellen Studie hier in den USA gute Umfragewerte. Sie gilt als die zentrale Figur für ein starkes Europa. Doch auch hier ist aufgefallen, dass die Große Koalition, Zitat, die wackeligste Regierung seit Jahrzehnten in Deutschland ist und die Kanzlerin geschwächt. Politische Eliten schärfen schon ihren Blick. Wer kommt nach Angela Merkel als treibende Kraft in einem derzeit unruhigen Europa? In ihrem Fokus am ehesten der französische Ministerpräsident Macron. Das Ende der Hängepartie im politischen Berlin ist kein großes Thema in Russland. Es wird vermeldet, allerdings ohne Wertung in die eine oder die andere Richtung. Die Neuauflage der Großen Koalition ist für Moskau ein Stück Kontinuität im Verhältnis zu Berlin. Die Hauptakteurin, Bundeskanzlerin Merkel, meint man zu kennen. Sie ist mittlerweile ja auch so etwas wie ein Dauergegenüber des ewigen Putin geworden. Man kennt sich, man weiß sich einzuschätzen. Man kennt Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegenübers, auch aus vielen Gesprächen und Verhandlungsrunden anlässlich der Beilegung der Ukraine-Krise. Hier in Südafrika sieht man Angela Merkel vor allem als die Kanzlerin eines Landes, das einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Südafrikas ist. Viele deutsche Firmen produzieren hier am Kap und schaffen Arbeitsplätze für Südafrikaner. Auf dem Kontinent ist Südafrika eines der wirtschaftsstärksten Länder, ein Land auf der Schwelle zur Industrienation. Die klassische Entwicklungshilfe spielt hier deshalb keine so große Rolle wie in ärmeren afrikanischen Ländern. Erst kürzlich hat Angela Merkel ihre Afrika-Entwicklungspolitik neu justiert. Merkel will in Afrika künftig stärker dort tätige Unternehmen fördern, so mehr Arbeitsplätze schaffen und damit indirekt den Armen helfen. In manchen ärmeren Ländern wurde das kritisiert. Für das industrialisierte Südafrika aber ist das eher eine gute Nachricht. Und die Wiederwahl Merkels damit vermutlich auch. Ja, das war der Blick aus dem Ausland auf Deutschland auf diesen Tag heute in Berlin. Die Wahl der Kanzlerin, vor allen Dingen in Brüssel, hat man sicherlich sehnlich darauf gewartet, dass sich endlich was tut und sich eine offizielle Regierung formieren kann. Die Reformpläne, die haben ja jetzt eben durch diese lange Regierungsbildung doch sehr gestockt, oder? Ja, definitiv. Das ist erstens halt auch etwas Ungewöhnliches, dass in Deutschland eben eine Regierungsbildung so lange dauert. Damit hat auch in Brüssel und in Europa, in den europäischen Partnerländern ja niemand rechnen können. Genauso wenig wie hier in Deutschland. Das heißt, das hat zunächst mal eben wirklich einiges gelähmt. Weil Deutschland, das muss man einfach sehen, ist natürlich im Zentrum. Ohne Deutschland kann auch Frankreich nichts voranbringen. Also es kommt ja jetzt sehr viel auf diesen deutsch-französischen Motor an. Macron treibt, aber er braucht auch Merkel. Also er braucht Deutschland. Und umgekehrt ist es genauso. Also es hat sich jetzt eine sehr gute Konstellation ergeben, dadurch, dass eben Macron, mit Macron ein sehr pro-europäischer Mann an der Spitze Frankreichs steht, der eben wirklich auch Reformideen hat, der Europa weiterbringen möchte. Das ist eine eigentlich optimale Konstellation, weil das auch im Sinne Deutschlands ja steht. Also insofern, die Bedingungen wären gut oder waren gut. Und jetzt wartet man eben darauf, dass sie sich auch materialisieren können. Dass es endlich losgehen kann. Jetzt haben wir gerade eben von der Korrespondentin gehört, in den USA, in Washington, dass man in Washington selber ein bisschen verwundert nach Deutschland geschaut hat. Warum das da so lange dauert mit der neuen Regierung? Wie wichtig ist es, dass es hierzulande eben eine stabile Regierung, eine stabile Koalition gibt, die Donald Trump auch gegenüber tritt, gerade jetzt angesichts der Einfuhrzölle, die er angedroht hat? Das ist ganz wichtig. Diese Stabilität der Regierung, das ist ja auch der Hauptgrund gewesen, den der Außenpolitiker Steinmeier, der frühere Außenpolitiker Steinmeier, jetzt Bundespräsident, ja auch immer ins Feld geführt hat. Also er hat ja immer damit argumentiert und er hat damit ja recht. Also eine stabile Regierung ist eben wichtig, weil Deutschland innerhalb Europas, aber auch für sich alleine natürlich, wobei es ja immer im europäischen Konzert handelt, auch gegenüber den transatlantischen Partnern wiederum handeln muss. Und gerade eben in Bezug auf die Ereignisse und Entwicklungen eben in den USA, in Nordamerika insgesamt, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt in Deutschland eine stabile Regierung haben und mit einer Person, die dort eben auch bekannt ist und von der alle anderen auch wissen, wo sie steht. Also mit einer klaren Position. Das hat sie zuvor immer auch gezeigt. Marianne Kneuer, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung bis hierhin. Und für uns ist es jetzt wieder Zeit abzugeben nach Berlin zu Erhard Schäfer. Vielen Dank, Marijke Burka. Und Ihnen, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zurück auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages. Die Reihen füllen sich ein klein wenig wieder. Die Sitzung ist ja unterbrochen nach wie vor, bis es dann hier mit der Eidesleistung der Bundeskanzlerin weitergeht. Und wir nutzen diese Zeit weiterhin für Gespräche und Analysen dessen, was bislang hier so geschehen ist. Unter anderem werden wir uns ja auch nochmal beschäftigen mit dem Stimmergebnis für die Bundeskanzlerin. Es haben ja offensichtlich deutlich weniger als möglich Abgeordnete aus der Großen Koalition noch einmal für Angela Merkel gestimmt. Wo dann die anderen Stimmen herkommen, das wird spannend zu erörtern sein. Auch wenn man das wahrscheinlich im Detail nie so richtig wissen wird. Denn diese Wahl war schlicht und einfach auch geheim. Wie gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, bis es im Plenarsaal weitergeht für weitere Gespräche. Und das nächste dieser Gespräche führt Gerd Joachim von Falloa. Ja, vielen Dank, Erhard. Bei mir ist Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU. Herr Dobrindt, heute die Kanzlerin wahl, schon das vierte Mal Angela Merkel. Und zum vierten Mal haben nicht alle für Sie gestimmt. Diesmal gab es sogar relativ viele Gegenstimmen, mutmaßlich aus den eigenen Reihen. Stand die CSU? Es ist ein gutes Ergebnis. Das muss man als erstes mal dazu sagen, dass man nicht alle Stimmen hat. Das gehört zur Demokratie und das war auch in den vergangenen Kanzlerinnenwahlen genauso der Fall. Vor vier Jahren gab es sogar mehr Gegenstimmen, als das heute der Fall war. Und wir haben ja auch eine Situation mit langen Debatten. Erstmal Jamaika gescheitert, dann eine GroKo, wo die SPD nicht mitmachen wollte. Diese ganzen inhaltlichen und dann auch personellen Debatten. Und ja, die führen dazu, dass man in der Tat bei manchen nach wie vor Skepsis spürt. Und bei anderen, da gehören wir dazu, einen großen Willen, diese Koalition zum Erfolg zu führen. Wir waren ja die Ersten, die gesagt haben, ja, wir wollen diese große Koalition. Ich habe übrigens nach der Bundestagswahl schon immer sehr deutlich meine Zurückhaltung gegenüber Jamaika klargemacht. Und deswegen, diese große Koalition hat die Unterstützung der CSU. Die Kanzlerin Merkel hat die Unterstützung der CSU. Wir wollen, dass diese Regierung erfolgreich ist. Zurückhaltung gegen Jamaika ist eine charmante Formulierung. Sie waren sehr, sehr kritisch und jetzt ist die große Koalition da. Sie haben mitverhandelt maßgeblich. Sind Sie denn zufrieden mit diesem Vertrag? Da haben ja Leute ausgerechnet, dass da angeblich 70 Prozent SPD-Politik drin vertreten wird. Also wir sind sehr zufrieden mit diesem Vertrag. Wir haben unsere Inhalte aus dem Bayernplan, die CSU-Politik in diesen Koalitionsvertrag stark hineinverhandelt. Wir sind übrigens sehr erfolgreich auch aus der Verteilung der Ressorts rausgegangen. Vier Minister der CSU jetzt vertreten. Drei Viertel der Investitionen, die in dieser nächsten Wahlperiode stattfinden werden, sind in CSU-Häusern angesiedelt. Im Innenministerium, im Verkehrsministerium, die digitale Infrastruktur und auch im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also daran sieht man, dass wir maßgeblich an der Zukunft dieses Landes an den Investitionen, an den Innovationen mitgestalten. Und deswegen, wir sind ausgesprochen zufrieden. Drei Fachministerien, alle drei mit Männern besetzt. Ich will Doro Bär nicht zu nahe treten, aber als Staatsministerin im Kanzleramt, das ist nur so ein halber richtiger Minister. Also im Grunde genommen, warum haben Sie drei Männer wählen müssen? Also wir haben vier Minister, die drei, die Sie aufgezählt haben. Und Dorothee Bär als Frau, dass eine Staatsministerin keine Ministerin sein soll. Da müssen Sie, glaube ich, noch lange Erklärungsversuche machen. Es ist schlichtweg so, dass sie eine zentrale Aufgabe hat. Die Digitalisierung, von der wir wissen, dass sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch unsere Gesellschaft maßgeblich verändern wird. Und dass es eben eine Ministerin aus den Reihen der CSU ist, die dieses große Thema mitverantwortet. Ja, das finde ich ein doch sehr, sehr gutes Ergebnis. Alexander Durand, danke, dass Sie bei uns waren. Jetzt geht es gleich drinnen weiter. Deswegen gebe ich jetzt erst mal ganz schnell zur Erhard Schärfer. Und ich, meine Damen und Herren, sage Ihnen noch mal, wer sich jetzt die nächsten Minuten betreuen und begleiten wird. Sie haben das zu Beginn unserer Übertragung natürlich alles schon erleben dürfen. Johannes Leithäuser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und die Kollegin Konstanze Abratzky, die führen Sie jetzt durch die nächsten Minuten im Plenarsaal. Bitteschön. Ja, und wir sagen willkommen zurück hier. Hier füllt sich in der Tat das große Halbrund, denn um Punkt 12 Uhr soll es weitergehen. Auf dem Programm steht dann der Eid der Bundeskanzlerin. Eine feierliche Angelegenheit. Das hat Angela Merkel ja auch schon dreimal hinter sich gebracht. Aber es muss ein viertes Mal auch wieder sein. Herr Leithäuser, was ist Besonderes an diesem Eid? Und jetzt, klar, wir haben diese Gottesformel, die alle Bundeskanzler gesprochen haben, außer Gerhard Schröder. Ja, das ist sozusagen die Sache dessen, der den Eid leistet. Dass sie jedes Mal neu vereidigt werden muss, ist Gegenstand von Zeitungskommentaren gewesen. Ich finde es aber nicht so sehr verwunderlich, denn der Eid bezieht sich auf das Amt. Und das Amt endet nach vier Jahren. Das legt die Verfassung fest. Und wenn sie es erneut übertragen bekommt, dann muss sie halt noch einmal vom Bundestagspräsident, der ihr die Formel gleich vorlesen wird, vereidigt werden. Und das, finde ich, hat seine gute Ordnung. Außerdem ist es gar nicht schlecht, dass man sich immer wieder mal daran erinnert, dass man dem Wohle des Landes dienen muss. Ja, und gerade ob das dem Wohle des Landes dann immer ist, da kann man dann ja auch trefflich drüber streiten als Regierung und Opposition. Die Opposition hat ja schon das Öfteren gesagt und zum Teil eben auch die mitregierende Koalition gesagt. Das ist jetzt nicht mehr im Wohle des Landes, was die Regierungschefin da tut. Ja, und offenbar waren ja jetzt bei dieser Wahl auch 35 Stimmen aus dem eigenen Regierungslager, aus dem der Koalitionsparteien, Union und SPD nicht der Ansicht, dass Frau Merkel dieses Land nochmal regieren sollte. Ja, wer waren es? Wer waren diejenigen, die so klar gesagt haben, ach nee, das machen wir mal nicht. Der Gedanke liegt ja nahe, dass ja die größte Zahl der Nein-Stimmen aus den Reihen der SPD kommt, denn da war ja die Zustimmung alles andere als rasant. Na, zumindest war auffällig, dass bei der Verkündung des Wahlergebnisses der Beifall aus den Reihen der SPD relativ spärlich gewesen ist. Und während die Unionsabgeordneten fast alle dann auch aufgestanden sind und stehend Beifall gespendet haben, sind bei der SPD eigentlich alle sitzen geblieben. Aber das alleine lässt, glaube ich, noch keine Schlüsse zu. Ja, naja, wir wissen ja auch, es wurde ja lange diskutiert darüber, ob denn tatsächlich alle Flügel und jeder bedacht worden ist bei der Regierungsbildung, nicht nur in der ersten Reihe, sondern auch in der zweiten und sogar zweieinhalbsten Reihe, wenn es die denn geben kann. Also Staatssekretäre und andere wichtige Posten, die es da noch zu vergeben sind. Jetzt sehen wir gerade einen der neuen frischgebackenen parlamentarischen Staatssekretäre, Peter Tauber, früher CDU-Generalsekretär, der sich da mit Merkel unterhält. Ja, die Regierung ist insgesamt ziemlich groß geworden, 51 Mitglieder, wenn man die parlamentarischen Staatssekretäre alle mitzählt. Wie wichtig sind die denn eigentlich? Wie viel Macht und Einfluss haben die? Das kommt ja ein bisschen immer auf den jeweiligen Minister an. Die meisten haben, glaube ich, nicht sehr viel zu tun und zu sagen. Das muss man sagen, das ist eigentlich ein eher dekoratives Amt. Reden halten. Oder den Minister vertreten, wenn er keine Lust hat, nach Hintertupfingen zu fahren am Freitagnachmittag, um dort irgendetwas einzuweihen oder zu eröffnen. Trotzdem gibt es auch welche, die ganz wichtig sind. Es gibt im Auswärtigen Amt einige Staatsminister, heißen sie da, wie im Kanzleramt auch. Die haben eigene Zuständigkeiten. Kanzleramt beispielsweise Frau Grütters für Kultur. Das ist also schon eigentlich ein veritables kleines Ministerium. Zwei parlamentarische Staatssekretäre im Umweltministerium haben, glaube ich, überschaubar viel zu tun. So, jetzt hat die Glocke geschält, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Wolfgang Schäuble ist auch wieder da und spricht. Sobald Sie Platz genommen haben, würde ich gerne die unterbrochene Sitzung wieder eröffnen. Also, die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Eidesleistung der Bundeskanzlerin. Der Herr Bundespräsident hat mir mit Schreiben vom heutigen Tage mitgeteilt. Gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland habe ich heute Frau Abgeordnete Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin ernannt. Nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leistet die Bundeskanzlerin bei der Amtsübernahme vor dem Deutschen Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Frau Bundeskanzlerin, ich bitte Sie, zur Eidesleistung zu mir zu kommen. Frau Bundeskanzlerin, ich habe hier in Händen die Urschrift unseres Grundgesetzes. Ich darf Sie bitten, den in Artikel 56 vorgesehenen Eid zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Alles Gute. Applaus 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 Ich stelle fest, dass die Frau Bundeskanzlerin den vorgeschriebenen Eid vor dem Deutschen Bundestag geleistet hat. Was ist los? Die Tribüne hat jemanden transparent hochgehalten. Die Transparenz war auf der Tribüne. Gut, wenn Sie bitte auf der Tribüne keine Transparente hochhalten, andernfalls muss ich die Saaldiener bitten, für Ordnung zu sorgen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls hat die Frau Bundeskanzlerin den vorgeschriebenen Eid vor dem Deutschen Bundestag geleistet. Und Frau Bundeskanzlerin, ich darf Ihnen noch einmal alle guten Wünsche auf Ihren schweren Weg mitgeben. Applaus Bevor ich die Sitzung unterbreche, muss ich noch folgenden Sachverhalt ansprechen. Der Abgeordnete Peter Bistron hat in der Wahlkabine den von ihm ausgefüllten Stimmzettel samt seinem Wahlausweis fotografiert und dieses Foto veröffentlicht. Er hat damit bewusst gegen den Grundsatz der Geheimhaltung der Wahl verstoßen. Herr Abgeordneter Bistron, wegen dieser schwerwiegenden Verletzung der Ordnung und Würde des Bundestages verhänge ich gegen Sie gemäß § 37 unserer Geschäftsordnung ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro. Die Sitzung wird um 13.30 Uhr mit der Bekanntgabe der vom Bundespräsidenten ernannten Mitglieder der neuen Bundesregierung und ihrer Vereidigung fortgesetzt. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung. Ja, diese Eides-Leistung, die ist vollbracht. Am Anfang war das Mikrofon ja noch offen und da ging es ein bisschen um die Abstand und die Entfernung zwischen Wolfgang Schäuble und Angela Merkel. Das liegt daran, dass die Bundeskanzlerin diese Eides-Formel abgelesen hat von der Urschrift der Verfassung. Und da muss man natürlich auch tatsächlich in der Lage sein, das klar lesen zu können. Es war eine durchaus bewegte Eides-Leistung, wenn man sowas sagen kann. Nicht nur, dass es offenbar ein Transparent gab auf der Besuchertribüne, was wir von hier aus nicht sehen konnten, was hochgehalten wurde. Deswegen können wir Ihnen auch nicht sagen, was da drauf stand. Aber das ist strengstens untersagt im Bundestag. Und dann hat Wolfgang Schäuble auch noch angesprochen, dass ein Abgeordneter etwas getan hat, was sich absolut nicht mit den Regeln des Parlaments und einer geheimen Wahl verträgt. Und zwar hat er den Wahlzettel und den Abgeordnetenausweis, die Stimmkarte fotografiert und offenbar auch veröffentlicht. Wir haben ein bisschen gehört, wer es denn tatsächlich ist. Es ist Peter Pistra, ein Mitglied der AfD-Fraktion. Ja, also da sieht man, welche Folgen die sozialen Medien haben können. Und auf was man sich einstellen muss, was vorher einfach technisch nicht möglich gewesen wäre. Und tatsächlich ist es so, dass eine geheime Wahl geheim zu sein hat und dass man dann nicht einfach seine Stimmentscheidung der Welt per Handyfoto mitteilen kann. Und jetzt hat es ein Ordnungsgeld und einen Ausschluss aus der Sitzung gegeben für eine Woche. Peter Pistra ist ein Unternehmer aus München, verheiratet zwei Kinder, Landesvorsitzender der bayerischen AfD gewesen, zwei Jahre lang und dann seit Oktober eben Mitglied der ersten Fraktionen. Ihnen müssten allerdings auch die Geflogenheiten einer geheimen Wahl bekannt sein, weil wir machen das ja zum Beispiel, wenn wir den Bundestag wählen. Da muss man allerdings auch sagen, dass die AfD in den letzten Monaten schon sehr oft damit aufgefallen ist, dass sie einfach die Regeln nicht kennt hier in diesem Hause. Und versucht Anträge einzubringen in einer Art und Weise, in der sie nicht eingebracht werden können. Sie versucht Fragen zu stellen in aktuellen Stunden, in denen keine gestellt werden können. Also die Geschäftsordnung ist auch dem parlamentarischen Geschäftsführer, glaube ich, noch nicht so vertraut, wie das für alte Hasen gilt. Vielleicht war er tatsächlich naiv und hat gedacht, das ist so eine Art Schulausflug und jetzt mache ich mal ein Foto. Ja, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Das macht die Wahl jetzt aber nicht ungültig. Aber auch das ist das, glaube ich. Wir sind ja beide keine Juristen, Herr Leuthäuser. Wir sind beide eher Historiker und Politikwissenschaftler. Aber so viel wir wissen, ist damit die Wahl natürlich nicht angefordert. Wir haben schon Wahlen seit Zeiten des römischen Senats beobachtet. Nein, das ist jetzt auch ein Scherz. Aber es ist schon so, dass dieser Tag auch von so kleinen Zwischenfällen gekennzeichnet ist. Als die Kanzlerin das Gebäude verließ, gab es so eine Szene, dass ein Polizeibeamter einen Protestierer überwältigt hat am Eingang des Reichstags. Und jetzt gab es diese Störung auf der Tribüne. Und das entspricht so ein bisschen der Nervosität, die ja doch auch geherrscht hat heute Vormittag. Ja, es ist eine etwas andere Wahl, in der Tat. Und das kann man vielleicht auch diesem Wort herauslesen, dass Wolfgang Schäuble, der Bundeskanzlerin, mit auf den wörtlich sehr schweren Weg gegeben hat. Also er hat ihr gute Wünsche auf ihrem schweren Weg mitgegeben. Da haben wir alle aufgehorcht. Das fand ich auch bemerkenswert, zumal die beiden ja auch eine sehr, sehr lange Geschichte und auch eine sehr kontroverse Geschichte verbindet, die auch nicht frei ist von Demütigungen, die zumindest auf der Seite von Schäuble so empfunden worden sind, wenn man mal denkt, dass er von ihr abgelöst worden ist als CDU-Vorsitzender. Dass er dann Hoffnungen hatte, Bundespräsident zu werden. Eine Hoffnung, die sie nicht erfüllt hat. Und jetzt ist er eben auch nicht mehr Bundesfinanzminister, sondern Bundestagspräsident in ihrer voraussichtlich letzten Amtszeit. Und da schwang eine Anerkennung mit und auch eine Sympathie von Schäuble, der sich sonst ja mal sehr zurückhält mit Gefühlsäußerungen. Vielleicht auch diesen ganz besonderen Tag mit den ganz besonderen Umständen geschuldet. Auch da kommt vielleicht vieles zusammen, dass eventuell ein Wort nicht vorher genau bedacht wurde, sondern aus der Situation heraus geboren wurde. Das kann man sich vorstellen. Und ich finde auch, dass für Schäuble ist das jetzt eine Aufgabe, in der er sich ja nochmal ganz neu bewähren muss. Er hat keinen Riesenapparat mehr, wie das in einem großen Ministerium ist. Und er muss hier, wenn er die Sitzung leitet, tatsächlich, man hat das eben auch wieder gemerkt, als er darauf aufmerksam gemacht wurde, was oben im Saal passierte. Er muss diese 700, mehr als 700 Abgeordneten quasi führen und sich jederzeit bewusst sein, was passiert oder passieren kann im Saal. Und das haben wir auch jetzt im Beispiel AfD gesehen. Das ist schwieriger, als es in allen Legislaturperioden zuvor war, jedenfalls in den letzten. Und ein Job, den man auch so von außen leicht unterschätzen kann, wie wichtig er ist. Wir machen an dieser Stelle hier Schluss, denn die Sitzung ist ja unterbrochen draußen an den Fluren. Da ist noch einiges los. Erhard Schäfer. Naja, Schluss nicht, Konstanze. Ich denke, wir hören Sie nachher auf jeden Fall nochmal. Aber in der Tat, wir sind wieder in der Westlobby der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages und nützen die Zeit der Sitzungsunterbrechung für ein weiteres Gespräch. Ich freue mich, dass Sarah Wagenknecht bei uns ist, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken. Nun haben Sie heute mutmaßlich die Bundeskanzlerin nicht gewählt. Es ist auch nicht Ihre Koalition, die da heute an den Start gegangen ist. Aber welche Bedeutung hat so ein Tag wie der heutige für Sie als Parlamentarierin? Ja, also ich muss sagen, ich finde das natürlich wirklich sehr traurig, dass wir jetzt noch einmal wahrscheinlich vier Jahre Merkel ertragen müssen. Ich meine, man hat ja gemerkt, auch an dem Stimmergebnis, selbst in den Koalitionsfraktionen gibt es keinerlei Enthusiasmus. Es gibt überhaupt keine große Idee, die jetzt von dieser Regierung verkörpert wird. Es wird weitergehen mit dem Aussitzen, mit dem Verschleppen von Problemen. Und das finde ich schon sehr bedauerlich, weil ich finde, dieses Land hat eine bessere Regierung verdient. Mit Ihrem Kollegen Dietmar Bartscher habe ich vorhin immerhin noch so ein paar Punkte entlockt, wo er gesagt hat, okay, ist jetzt nicht unser Koalitionsvertrag, sind aber durchaus Sachen drin, die gut sind für die Leute. Und muss ich dann einräumen, ist zwar nicht das, was wir gerne gemacht hätten, aber muss man durchaus anerkennen, das, was da zumindest versucht wird, beispielsweise im Bereich Bildung. Finden Sie solche Punkte auch? Naja, ich meine, natürlich ist es jede Milliarde, die mehr für Bildung zur Verfügung steht, eine gute Milliarde. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel Deutschland im Vergleich zum Durchschnitt der OECD 30 Milliarden zu wenig investiert im Jahr und es wird 1,2 Milliarden pro Jahr draufgelegt, dann ist das eben ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähnlich ist es zum Beispiel beim Pflegenotstand. Also 8.000 neue Stellen, das kriegen die Pflegeeinrichtungen noch nicht mal, das spüren die noch nicht mal. Also die Dimension, wo Pfleger fehlen, in der Altenpflege ist es in etwa 40.000, bei den Krankenhäusern fehlen massiv Arbeitskräfte. Und da wird auch nichts getan. Und deswegen finde ich, all diese Parteien haben ja große Versprechen gemacht. Also die SPD, auch die CDU haben ja im Wahlkampf versprochen, den Pflegenotstand zum Beispiel aufzulösen. Und wenn ich mir jetzt ansehe, was sie stattdessen im Koalitionsvertrag haben, ist das so mager, dass es mir dann wirklich schwerfällt zu sagen, das wäre ein Schritt nach vorn. Wir haben unseren Zuschauern eben, das ist das kleine Anmerkung zwischendrin gezeigt, die Vorfahrten der zukünftigen Bundesminister auch vor dem Schloss Bellevue. Bellevue werden das auch, sobald das neue Wagen vorfahren, auch immer mal wieder einblenden, das als kleine Information am Rande. Aber machen wir uns mal nichts vor, Frau Wagenknecht, selbst wenn Sie mitregieren würden, wären Sie ja einer der kleineren Partner in einer potenziellen Regierung. Auch da könnten Sie doch das, was Sie gerade vorgeschlagen haben, nicht von einer Legislaturperiode auf die andere umsetzen. Also muss man nicht zumindest zugestehen, dass da durchaus positive Ansätze da sind. Natürlich kann es immer besser gehen, als man sich das im Augenblick anguckt. Die Frage ist doch, versucht man Probleme zu lösen oder versucht man sie auszusitzen. Und ich finde, dass wir in Deutschland, und wir sind ein reiches Land, wir haben eine gut aufgestellte Wirtschaft, die macht auch Gewinne. Wir können doch nicht akzeptieren, dass wir eben unseren Kindern keine gute Bildung bieten. Wir können doch nicht akzeptieren, dass immer mehr alte Menschen in Armut leben, dass Menschen auch Angst haben, davor alt zu werden. Und das sind doch Probleme, die man angehen muss. Unsere Nachbarstaaten sind teilweise besser. In Österreich gibt es ein Rentensystem, da zahlen alle ein. Das ist deutlich vorteilhafter, vor allem auch für Menschen, die vorher weniger Einkommen hatten, die haben deutlich bessere Renten. Und natürlich kann man auch genug Geld in Pflege investieren. Man müsste dann zum Beispiel nur den Mut haben, eine Vermögenssteuer für sehr Reiche auch zu erheben. Das ist ja auch in den Koalitionsverhandlungen noch nicht mal gefordert worden von der SPD. Und das finde ich wirklich so bedauerlich. Man ist zu feige, das Geld da zu holen, wo es das Geld gäbe. Und dann kann man natürlich die Probleme auch nicht lösen. Müsste man aber nicht auch da den Mut haben, in eine Konstellation, in eine Regierung einzutreten, die das Ganze dann irgendwie besser umsetzen kann? Sie dagegen sagen, Rot-Rot-Grün ist tot, haben Sie der Taz gesagt. Und das wäre ja eine Option, überhaupt die einzige Option, in der Sie das, was Sie gerade gesagt haben, umsetzen könnten, eben in einer Rot-Rot-Grün-Konstellation. Also ich wünsche mir eine Regierung, die endlich eine soziale Politik macht. Und dafür stehe ich und das will ich auch durchsetzen. Die Aussage, dass Rot-Rot-Grün tot ist, ist ja schon mal rein rechnerisch einfach nicht zu widerlegen. Also wir sind ja Meilen entfernt von einer Mehrheit. Wir hatten in der letzten Legislatur noch eine Mehrheit mit der SPD und den Grünen. Wir haben immer wieder eingefordert, dass diese Mehrheit genutzt wird. Und zwar nicht nur für die Ehe für alle, sondern für soziale Dinge. Und die SPD hat sich dem verweigert. Die Grünen gehen immer mehr einen Kurs, der eigentlich versucht, bei der Union anzudocken. Und das muss ich zur Kenntnis nehmen. Und gerade deswegen, daher rührt ja die Idee einer neuen Sammlungsbewegung, wo man die Verhältnisse mal wieder wirklich neu aufstellt, einen neuen Aufbruch auch von links erreicht. Ich glaube, das ist wichtig. Ich möchte zusammenarbeiten mit Sozialdemokraten, mit Grünen, aber doch mit Menschen, die auch eine soziale Politik wollen, nicht mit denen, die meinen, die jetzige Große Koalition, das ist sozusagen schon das Nonplusultra. Mehr will man eigentlich gar nicht. Eine letzte Frage, um das zu erreichen, müssen Sie nicht vielleicht auch als Linke etwas geschlossener auftreten? Es gibt extrem unterschiedliche Auffassungen in der Europapolitik, in der Flüchtlingspolitik beispielsweise. Wäre da nicht der erste Schritt, dass Sie bei sich selber mal sagen, wir gehen jetzt ab jetzt in eine Richtung und zwar alle miteinander? Ja, das ist ja auch sehr wünschenswert. Also ich finde, dass es natürlich aufhören muss, dass da von der Parteispitze mit der Fraktionsspitze irgendwelche Kleinkriege geführt werden. Das ist nicht hilfreich und wir haben das jetzt, glaube ich, auch ein Gemaßen im Griff, dass das nicht so weitergeht. Natürlich müssen wir unsere Position möglichst gemeinsam vertreten und zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik ist völlig klar, wir sagen, natürlich ein Recht auf Asyl ist ein Grundrecht für Menschen, die verfolgt werden, aber genauso klar ist doch, dass man darüber hinaus eben nur begrenzt helfen kann. Und dann sollte man überwiegend da helfen, wo die meisten Flüchtlinge sind. Das ist in den Nachbarregionen der Heimat, also der Fluchtzonen. Und das sind Positionen, wo ich eigentlich merke, dass sie in der Linken auch von sehr vielen so vertreten werden, weil offene Grenzen für alle ist wirklich weltfremd. Von sehr vielen in den Linken vertreten, aber noch mutmaßlich doch noch nicht von allen. Frau Wagenknecht, vielen Dank. Wir werden über dieses und weitere Thema sicher noch Gelegenheit haben, in dieser Legislaturperiode noch mal drauf zu gucken. Bei uns geht es weiter mit Gerd von Falloha. Ja, und auch wir gucken hier auf den Monitor und sehen das Gleiche wie Sie, dass jetzt ein Minister nach dem anderen vorfährt hier vor dem Schloss Bellevue. Gerade Frau Giffey, die hier vorgefahren ist. Und neben mir steht jetzt Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen. Normalerweise wären Sie da vielleicht jetzt auch vorgefahren als Ministerin. Wenn Herr Lindner das Ganze nicht gestoppt hätte, ist ein bisschen einfach gesagt, aber wie sauer sind Sie eigentlich auf Christian Lindner? Nein, das ist jetzt vorbei und keine Krokodilstränen mehr. Wir stellen uns jetzt ein, auf dreieinhalb Jahre wird diese Koalition, die ja jetzt stolperig und schwach losgegangen ist mit dem Wahlergebnis, wird sie sicher halten, weil das sind drei schwache Partner. Und die halten sich dann aneinander fest. Und ich freue mich auf eine Oppositionszeit. Wir werden zeigen, dass wir die Alternative sind. Das bietet sich auch an. Die AfD sollte nicht regieren. Die Linkspartei kann nicht. Die FDP will nicht. Also ist klar, wo kommen die alternativen Konzepte her von Bündnis 90 Die Grünen? Und hier rätseln alle in den Gängen, wo kommen die Gegenstimmen her? Zumal wohl schon der ein oder andere aus der AfD wohl zu erkennen gegeben hat, dass er eventuell doch für Frau Merkel gestimmt hat. Das würde bedeuten, noch mehr Gegenstimmen. Frau Merkel hat bisher immer viele Gegenstimmen bei ihren Wahlen bekommen. So ist es nicht. Aber die Mehrheiten waren meistens ordentlich. Diesmal sind die gar nicht so ordentlich. Rechnen Sie eigentlich damit, dass Angela Merkel und ihre Regierung in den nächsten dreieinhalb Jahren in schweres Fahrwasser geraten, was diese Abstimmungen angeht? Davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Aber ich glaube trotzdem, das bleibt stabil. Weil das ist jetzt ein Schuss vom Bug gewesen. Das hat jetzt auch jeder verstanden, dass es eben knapper ist, als es in der Vergangenheit war. Deswegen denke ich, die Abstimmungsergebnisse, die werden am Ende schon immer irgendwie stehen. Da wird man sich versuchen durchzuretten. Was aber auch klar ist, das werden dreieinhalb Jahre Übergangsregierung sein, weil ganz viele der Zukunftsfragen werden nicht angegangen. Und das ist das, was ich vor allen Dingen hochproblematisch finde. Sei es der Klimaschutz oder sei es diese unsägliche Debatte, die wir gerade über Armut haben. Da geht es nicht um die Menschen hier im Land, ihre Fragen, ihre Probleme, sondern es geht nur darum, was irgendwie vielleicht für die eigene Partei wichtig ist oder dass man sich noch einmal hinüberrettet. Ja, und hier im Parlament geht es natürlich darum, wie stark sich die Opposition präsentiert. Die hat mal gleich ein Problem, weil mit der Linken und der AfD sitzen zwei Parteien und der FDP sitzen zumindest zwei von den drei Parteien hier im Parlament, mit denen es nur schwierig zusammenzuarbeiten ist, vor allem mit der AfD. Wie stellen Sie sich da die Zukunft unter diesen Parteien vor? Da wird es eine Opposition geben, in der Opposition. Da muss man sich gar nichts vormachen, sondern es wird eine andere Situation sein, als beim letzten Mal, wo es vor allen Dingen Opposition gegen die Große Koalition gab. Wir werden uns hart auseinandersetzen mit der AfD. Da sind Rassisten unterwegs, da sind Leute, die die Demokratie ablehnen. Das erleben wir jede Parlamentswoche neu. Und deswegen wird es da eine heftige Auseinandersetzung geben. Aber es wird natürlich auch jetzt nicht eitel Sonnenschein geben mit der FDP. Die haben auch eine andere Haltung zur Europapolitik, zu der Frage, wie man sozialen Zusammenhalt gestaltet, wie man Freiheit und Würde miteinander verbindet. Und natürlich werden wir auch Auseinandersetzungen nach wie vor mit der Linken haben. Also insofern, das ist eine doppelte Oppositionsrolle. Jetzt werden Sie gleich vereidigt, die Minister. Hand aufs Herz. Wie lange hält die Regierung? Ich glaube, das hält dreieinhalb Jahre. Das sind so schwache Partner, die müssen sich irgendwie aneinander festhalten, um sich zu stützen. Und deswegen stelle ich mich darauf ein. Danke, Frau Göring-Eckardt. Und weiter geht es mit Erhard Schärfer. Ja, wir werden uns vorübergehend wieder verabschieden aus dem Reichstagsgebäude, aus dem Deutschen Bundestag. Wir haben die zweite Etappe dieser Regierungsbildung heute hinter uns. Mit der Vereidigung der Bundeskanzlerin fehlt natürlich die Vereidigung der Bundesminister. Aber die müssen vorher erst mal ernannt werden, im Schloss Bellevue. Und deswegen machen wir hier eine kleine Auszeit und geben vorübergehend zurück ins Sendezentrum nach Bonn. Ja, vielen Dank, Erhard Schärfer. Und Sie sehen, wir haben gewechselt hier im Studio. Von meiner Seite begrüße ich Sie auch ganz herzlich zu unserer Dauersendung heute bei Phoenix. Heute, 171 Tage nach der Bundestagswahl, wurde Angela Merkel zum vierten Mal als Bundeskanzlerin mit 374 Jahrstimmen wiedergewählt. Das sind neun Stimmen mehr als nötig, denn die Kanzlermehrheit lag bei 355 Stimmen. Das Ergebnis zeigt aber auch, nicht alle Abgeordneten der Großen Koalition haben für Angela Merkel gestimmt. Denn die schwarz-rote Koalition hätte 399 Stimmen gehabt. 9.53 Uhr weiß sie, es war knapp, aber es hat gereicht. Der Bundestag hat Angela Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt. Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Merkels Mutter und ihr Ehemann sind auf der Zuschauertribüne dabei, als die frisch gewählte Kanzlerin Glückwünsche aller Fraktionen entgegennimmt. Von vielen herzlich, von manchem etwas unterkühlt. Die Wahl war geheim und vielleicht deshalb fiel das Ergebnis überraschend knapp aus. Mit 364 Ja-Stimmen. Von 709 Bundestagsabgeordneten brauchte Angela Merkel eine Stimme mehr als die Hälfte, also mindestens 355. Die Große Koalition hat zusammen 399 Stimmen. Diese hätten ihr eigentlich sicher sein müssen. Bekommen hat Merkel jedoch nur 364. Das heißt, es gab 35 Abweichler. Auf den Fluren des Reichstags schieben sich hinterher Union und SPD gegenseitig den schwarzen Peter zu. Es ist auf jeden Fall bedauerlich, das ist schon ganz klar. Natürlich sind die Abgeordneten frei in ihrer Entscheidung, aber aus Gründen der Fairness sollten sie ihren jeweiligen Fraktionsführungen im Vorhinein anzeigen, was sie zu tun gedenken. Und in der SPD-Fraktion jedenfalls hatte das niemand vorher angezeigt. Jeder hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht bei der Union, aber am Ende weiß man nicht, wer wie abgestimmt hat, denn es ist eine geheime Wahl und das ist auch gut so. Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn jetzt Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei sagen, wer wie gestimmt hat. Das weiß niemand und das ist auch richtig so. Ein Fehlstart für die neue Koalition, sagt die Opposition. Bei der Kanzlerwahl ist eine so hohe Zahl von Abweichlern schon ein sehr deutliches Signal der Unzufriedenheit. Es ist auch ein Autoritätsverlust für die Kanzlerin. Nur neun Stimmen über dem Dost, das ist in der Tat ein holpriger Start für Angela Merkel und für diese Regierung. Da war Angela Merkel schon unterwegs zum Schloss Bellevue, wo sie vor wenigen Minuten vom Bundespräsidenten offiziell zur Kanzlerin ernannt wurde. Tja, das neue Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nun zum dritten Mal eine neue große Koalition anführt, steht. Die neue Bundesregierung, die aus Kanzlerin und 15 Ministerinnen und Ministern besteht, ist jünger und weiblicher als die Vorgängerregierungen. 2013 nahmen noch zehn Männer und sechs Frauen am Kabinettstisch Platz und jetzt sind es neun Männer und sieben Frauen. Tja, und dieses Kabinett soll nun in den nächsten Minuten im Schloss Bellevue ihre oder seine Ernennungsurkunden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten. Und vor dem Schloss Bellevue in Berlin steht meine Kollegin Janett Clark. Janett, sind denn in der Zwischenzeit alle Minister vorgefahren oder schon angekommen? Ja, also wenn wir richtig gezählt haben, sind die 15 Ministerinnen und Ministern hier bereits im Schloss Bellevue angekommen. Also ein erhöhtes Limousinenaufkommen hier im Tiergarten vom Reichstag hier zum Schloss Bellevue des offiziellen Amtssitzes des Bundespräsidenten Horst Seehofer übrigens. Das war der erste, der hier angekommen ist. Das ging so schnell, dass wir etwas überrascht waren. Wir haben eigentlich erst so ab 20 nach 12 mit den ersten Ministern gerechnet, weil die Ernennung der Minister, die soll ja dann um 12.30 Uhr sein. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dann zunächst eine kurze Ansprache halten und wird dann allen Ministerinnen und Ministern ihre Ernennungsurkunde übergeben. Das neue Kabinett will seine Arbeit ja mit großem Tempo aufnehmen, haben wir gehört. Also das hat auch Horst Seehofer, nachdem der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, wurde auch noch mal betont, welche Aufgaben und Termine stehen denn für die einzelnen Minister in nächster Zeit an? Ja, also wenn man auf heute schaut, heute Nachmittag, wenn dann die Ernennung und Vereidigung im Bundestag, die Regierungsbildung sozusagen damit zumindest abgeschlossen ist, dann muss sich das neue Kabinett konstituieren, wird zu seiner ersten Kabinettssitzung zusammenkommen um 17 Uhr und dann wird in der Tat hier die Arbeit aufgenommen werden. Inhaltlich, das haben die Großkoalitionäre schon gesagt, da werden sie einiges sehr schnell anpacken müssen, zum Beispiel den Haushalt für 2018, denn im Moment haben wir nur eine vorläufige Haushaltsführung. Der Bundestag muss diesen Haushalt erst beschließen und dann wird es ja erst Geld für neue Projekte geben. Also das ganz klar, das wird eines der ersten Projekte sein und dann stehen auch schon die ersten Termine und die ersten Reisen an. Beispielsweise wird die Bundeskanzlerin am Freitag nach Paris reisen, zu ihrer Antrittsreise nach Frankreich, denn es gibt ja einiges zu besprechen mit dem französischen Präsidenten Macron vor dem Gipfel, vor dem Gipfel in Brüssel am 22. und 23. März. Ja, in diesem Moment kommt die Bundeskanzlerin hier als Letzte ins Schloss Bellevue gefahren. Das ist ja ein bisschen ein Pendelverkehr heute. Sie war ja zunächst alleine hier um 11 Uhr und wurde ernannt und jetzt wird sie wieder im Empfang genommen vom Chef des Bundespräsidialamtes, vom Staatssekretär Stefan Steinlein und es ist wieder dabei ihre enge Mitarbeiterin Eva Christiansen, die Sie hier sehen. Und dann wird es in einigen Minuten oben im großen Saal des Schloss Bellevues losgehen, wenn dann alle dort vor die Kameras treten werden. Also wir waren gerade dabei zu schauen, was die ersten Termine sind. Ich habe es gesagt, die Bundeskanzlerin wird am Freitag nach Paris reisen. Frankreich insbesondere wartet ja darauf, dass Deutschland eine Bundesregierung jetzt endlich hat, eine neue, nicht nur eine geschäftsführende wie in den vergangenen Monaten. Denn der französische Präsident Macron, der hat ja eine umfassende Reform der Europäischen Union eingefordert und hofft darauf, dass er deutsche Unterstützung bekommt. Und eigentlich hat man auf dem EU-Gipfel im Dezember gesagt, das haben die Bundeskanzlerin gesagt und auch der französische Präsident, dass man im März auf dem EU-Gipfel, der also nächste Woche stattfindet, erste gemeinsame Vorschläge zu einer Reform der Europäischen Union vorlegen wird. Da geht es ja beispielsweise um ein eventuell gemeinsames Eurozonenbudget, um einen eigenen Haushalt für die Eurozone und um die Idee eines europäischen Finanzministers. Am Wochenende war übrigens zu hören, dass es eventuell jetzt auf diesem Gipfel doch keine ersten Beschlüsse beziehungsweise ersten Festlegungen geben wird, weil doch die Regierungsbildung hier in Deutschland die Abstimmung etwas verzögert hätte, die Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich. Aber das soll jetzt mit großen Schritten vorangetrieben werden, am Freitag dann bei einem ersten Gespräch bilateral mit dem französischen Präsidenten. Auch Olaf Scholz, übrigens der neue Bundesfinanzminister, wird am Freitag nach Paris reisen, um sich dort mit seinem französischen Amtskollegen abzusprechen. Da geht es auch um die Vorbereitung des EU-Gipfels in der nächsten Woche. Und Olaf Scholz, der hat auch schon den nächsten Termin dann direkt ein, zwei Tage später muss er zum G20-Gipfel nach Buenos Aires. Also es gibt hier für die neuen Minister keine Schonfrist, sondern diese lange Regierungsbildung, diese sechs Monate, die drängen eben jetzt sozusagen, dass jetzt mit aller Macht gearbeitet wird in der Bundesregierung. Wenn man auch darauf schaut, dass beispielsweise der Bundestag im Dezember 2017 Auslandsmandate der Bundeswehr sieben Stück an der Zahl nur für drei Monate verlängert hat, um den internationalen Bündnisverpflichtungen nachzukommen, aber der Bundesregierung einer neuen Bundesregierung nicht vorzugreifen, dann sieht man, dass auch hier die Zeit drängt. Die Bundeswehrmandate, zum Beispiel vier an der Zahl, die werden morgen direkt im Bundestag beraten werden. Und das wird natürlich auch ein Termin sein, wo wir dann den neuen Außenminister Heiko Maas sehen werden und auch die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die werden dann natürlich im Bundestag sein, wenn es dort um die Beratung geht, um diese Auslandsmandate, um die Verlängerung der Auslandsmandate der Bundeswehr. Heiko Maas übrigens, das ist einer der ersten, bei dem heute die Amtsübergabe ansteht im Auswärtigen Amt. Das ist immer eine große Zeremonie im Weltsaal des Auswärtigen Amtes und diese Übergabe, ja, die ist politisch ja ein bisschen delikat, weil sein ehemaliger Parteichef Sigmar Gabriel wäre ja bekanntermaßen Außenminister geblieben, wird jetzt das Amt an Heiko Maas weitergeben. Sigmar Gabriel, der hat gesagt, Heiko Maas, der wird das exzellent machen und es ist ja auch ein bisschen eine politische Ironie, denn es war Sigmar Gabriel, der 2013 Heiko Maas nach Berlin geholt hat aus dem Saarland zur Überraschung vieler Sozialdemokraten und ihn damals 2013 zum Justizminister gemacht wird. Jetzt also wird Heiko Maas heute Mittag schon das Amt von Sigmar Gabriel übernehmen. Also das sind so einige der Termine, die anstehen. Man könnte das jetzt noch weiter fortsetzen. Jens Spahn beispielsweise fällt mir noch ein, der neue Gesundheitsminister, der hat auch gleich morgen einen Termin, da trifft sich nämlich die deutsche Pflegebranche in Berlin und Jens Spahn wird da die Eröffnungsrede halten und da wartet man natürlich auch ganz gespannt, was der neue Gesundheitsminister zu sagen hat, wie die Pflege zukunftsfest gemacht werden soll. Im Koalitionsvertrag steht ja ein Pflegesofortprogramm, 8000 neue Stellen, in der Pflege, wie die Bundesregierung auf den Weg bringen. Also das beispielsweise auch morgen ein Termin, der bei dem neuen Gesundheitsminister dann ansteht. Bei dem neuen Gesundheitsminister, der auch der jüngste Minister in dem neuen Kabinett ist, Jens Spahn mit 37 Jahren, der ein nicht ganz einfaches Kabinett, ein nicht ganz einfaches Ministerium führen wird, das Gesundheitsministerium. Lassen Sie uns doch bitte noch mal auf die Zusammensetzung dieses neuen Kabinetts schauen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, ein Kabinett zu bilden. Das eine ist das sogenannte Technokratenmodell, also möglichst viele Fachleute an die Spitze der Ministerien zu setzen und dem gegenüber steht das Proporzmodell. Ein Kabinett, das aus möglichst vielen soziodemografischen Faktoren zusammengesetzt sein soll, also Region, Geschlecht und Lebensalter. Was würden Sie sagen, wenn wir mal die Parteien an sich anschauen, bei der CDU, nach welchem Modell ist Angela Merkel-Verfahren? Ja, in diesem vierten Kabinett Angela Merkel, da steckt sicher viel Proporz drin, in der Tat. Ich möchte nicht sagen, dass kein Fachwissen drin steckt, aber es steckt ein ganz großes Maß an Proporz drin, wenn man darauf schaut. Sie haben es gesagt, das Kabinett ist jünger, weiblicher und es sind viele neue. Dabei kann man sagen, wann war es einmal anders, dass nicht verschiedener Proporz befriedigt werden musste, beispielsweise aus den Landesverbänden. Aber ich glaube, gerade wenn man auf die CDU schaut, die Sie ja angesprochen haben, dann war der Druck in diesem Jahr wesentlich höher, dass es zu einer Verjüngung der Regierungsmannschaft kommt, gerade auch von CDU-Seite. Und es war auch klar, dass die CDU ihre Ministerposten paritätisch besetzen wird, also drei Männer und drei Frauen. Und dem ist Angela Merkel nachgekommen. Aber ja, da spielte Proporz eine Rolle, wenn wir zum Beispiel auf Anja Karliczek schauen, die größte Überraschung bei der Nominierung der CDU-Minister. Sie soll ja neue Ministerin für Bildung und Forschung sein, ein relativ unbekanntes Gesicht. Sie sitzt erst seit vier Jahren im Deutschen Bundestag, war dort zuständig, bislang für die Finanzpolitik. Also sie saß für die Fraktion im Finanzausschuss und war auch parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion. Sie hat aber zwei Proporzfaktoren erfüllt. Sie kommt zum einen aus dem großen und wichtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen und sie ist eine Frau. Und da schien sie als geeignete Kandidatin, als man schaute, wie kann man diese Ministerriege zusammenstellen. Also da ist ein ganz großes Maß an Proporz zu sehen. Der zweite aus Nordrhein-Westfalen ist ja Jens Spahn. Auch da ist Angela Merkel den Kritikern aus ihrer eigenen Partei ein Stück entgegengekommen. Jens Spahn ist der jüngste Minister mit 37 Jahren und erfüllt in der Tat dieses Kriterium des Proporzes, denn es war aus der CDU eine Verjüngung des Kabinetts der CDU-Minister gefordert worden und dem ist man nachgekommen. Daher musste ein anderer aus Nordrhein-Westfalen gehen, Hermann Gröhe, der vorherige Gesundheitsminister, der ist so ein bisschen diesem Proporz bei der CDU beispielsweise zum Opfer gefallen. Ja, schauen wir mal auf die andere Partei, auf die SPD. Da hat man als Beobachter den Eindruck, dass sie sich gerade offensiv für das Proporz-Modell als Auswahlkriterium entschieden hat, oder? Mit Heiko Maas, Frau Giffey und Svenja Schulze, die jetzt überraschend für den einen oder anderen einen Ministerposten erhalten haben. Ja, bei Svenja Schulze ist es auch so, der große Landesverband Nordrhein-Westfalen Svenja Schulze kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, kommt aus der Landespolitik, war für die SPD in Nordrhein-Westfalen Generalsekretärin, war auch schon mal Ministerin unter Hannelore Kraft, allerdings nicht für Umwelt, das soll sie ja jetzt hier in Berlin werden, sondern für Bildung und Forschung, war aber jahrelang umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen und die SPD-Spitze. Daraus ist auch gar kein Geheimnis gemacht worden, hat nach dem Proporz der Landesverbände natürlich auch die Posten verteilt, Nordrhein-Westfalen und auch beispielsweise Niedersachsen hatte ein gewichtiges Wort mitzureden, wen dort die Landesverbände ins Kabinett schicken würden. So, Sie sehen es jetzt im großen Saal, der füllt sich mit dieser Ministerriege, die 15 Ministerinnen und Ministern plus die Bundeskanzlerin und jetzt werden wir gleich sehen, dass der Bundespräsident auch mit dazukommen wird. Da wird noch ein bisschen geordnet. Sie sehen es, neben der Kanzlerin steht Olaf Scholz, der Finanzminister werden wird. Auch gleichzeitig Vizekanzler, so kann man vielleicht diese Reihenfolge erklären. Jetzt hören wir aber erst mal Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ansprache. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren Bundesminister, ich habe in den vergangenen beiden Tagen meinen Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen nachgeholt, den ich Ende November nach dem Scheitern der ersten Sondierungsrunde absagen musste. Gestern Abend beim Empfang von Ehrenamtlichen in Arnsberg kam einer der Teilnehmer auf mich zu und begrüßte mich mit sauerländischer Direktheit. Willkommen, Herr Bundespräsident, das wurde aber auch Zeit. Ich bin nicht ganz sicher, ob er im Kern mich gemeint hat. Jedenfalls würde dasselbe vermutlich heute sagen. Willkommen, Bundesregierung. Das wurde aber auch Zeit. Mit anderen Worten, vergangene Woche ging bei den allermeisten ein Aufatmen durchs Land und das war deutlich zu spüren. Es ist gut, dass die Zeit der Ungewissheit und Verunsicherung vorbei ist. Und es ist gut, dass drei Parteien bereit und willens sind, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Wer Verantwortung in der Demokratie übernimmt, hat zunächst einmal Respekt verdient. Diese Regierung, die jetzt ihre Arbeit aufnimmt, hat denselben Vertrauenskredit verdient, den alle vorherigen Bundesregierungen gleich welcher Couleur auch genossen haben. Dem widerspricht nicht, dass die neue Regierung von den Parteien gebildet wird, die auch die Vorgängerregierung getragen haben. Eine erneute Verständigung auf diese Konstellation verwirkt nicht den Anspruch der neuen Bundesregierung und ihrer Mitglieder, zunächst einmal ernst genommen zu werden, mit dem Ziel, Gutes für das Land zu bewirken. Und dennoch eine erneute große Koalition ist keine Selbstverständlichkeit. Es stimmt ja, die Parteien, die jetzt miteinander regieren werden, haben in der letzten Bundestagswahl Stimmen verloren. Und schon deshalb gilt, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wird ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen. Diese Regierung muss sich neu und anders bewähren. Bewähren nicht nur an der Größe der Aufgaben, sondern auch am Umgang mit Parlament und Öffentlichkeit, ganz besonders im direkten Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, gerade mit denen, die Vertrauen verloren haben. Die Regierung ist gut beraten, genau hinzuhören und hinzuschauen, auch auf die alltäglichen Konflikte im Land, fern der Weltpolitik, wo Gewissheiten geschwunden sind und das Leben schwieriger geworden ist. Nur so können Sie, nur so kann Reden und Handeln der Regierung die Fragen beantworten, die die Bürgerinnen und Bürger wirklich stellen. Und ich weiß, viele dieser Fragen sind ebenso kontrovers wie emotional, Gerechtigkeitsfragen, Flüchtlingspolitik und Migration, Integration und Heimat und vieles andere mehr. Über all das brauchen wir offene und ehrliche Debatten. Und natürlich endet das legitime Debattenspektrum nicht an den Außengrenzen der Regierungsmeinung. Grenzen allerdings zieht das Grundgesetz und ziehen menschliche Anstand und Respekt. Wo sie missachtet, sogar verachtet werden, durch Bedrohung, Hass und Gewalt, auch in der Sprache, da müssen Demokraten wachsam und bereit sein, sich zu zeigen und Demokratie zu schützen. Möglichst überall. Aber kein Ort ist dafür so zentral wie der Deutsche Bundestag. Dort gehören die Debatten hin. Und im Koalitionsvertrag war zu lesen, dass sich diese Regierung mehr als in der Vergangenheit der Auseinandersetzung im Parlament stellen will. Das ist ein gutes Signal. Meine Damen und Herren, nach dem Aufatmen kommt der Blick nach vorn. Weg von den noch vom Wahlkampf geprägten Kontroversen hin zu den großen Aufgaben unseres Landes. Sie sehen eine wachsenden Polarisierung in den meisten Gesellschaften Europas, aber durchaus auch bei uns ins Auge. Und die spielt sich ja nicht nur an der Essener Tafel ab, sondern landesweit. Ein Bildungssystem, wo immer noch viele auf der Strecke bleiben, während Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Im Kampf um bezahlbaren Wohnraum in den Städten, während in manchen ländlichen Gegenden Leere ausbreitet und die Hoffnung schwindet. Sie wissen um den digitalen Nachholbedarf, nicht nur bei Infrastruktur und Investitionen, sondern auch bei den gesellschaftlichen Folgefragen, damit technologischer Wandel die soziale Ungleichheit eben nicht verschärft, sondern Chancen für alle bringt. Und Sie wissen um den Erneuerungsbedarf Europas. Den haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag ganz nach vorn gestellt und den wollen Sie gemeinsam mit Frankreich und anderen EU-Partnern zügig anpacken. Das ist gut und richtig. Frau Bundeskanzlerin, verehrte Bundesministerinnen und Bundesminister, dies sind Bewährungsjahre für die Demokratie. Die liberalen Demokratien des Westens sind Anfechtungen ausgesetzt, äußeren wie inneren. Autoritäre Gegenmodelle treten sichtbar selbstbewusster auf. Ein Kampf jeder gegen jeden macht sich wieder in der Weltpolitik breit, ganz aktuell auch in der Handelspolitik. Und auch in Teilen Europas werden mit Abschottung, Nationalismus und Kompromisslosigkeit Wahlen gewonnen. Dieser Weg ist nicht unser Weg, weil wir ein demokratisches, weltoffenes, friedliches und wirtschaftlich erfolgreiches Land sind und bleiben wollen. Und auch die Erwartungen unserer Freunde und Partner sind riesengroß, ganz besonders in Europa. Viele hoffen darauf, dass wir in Deutschland zeigen, dass liberale Demokratien handlungsfähig und zukunftsfähig sind. Dafür haben wir in Deutschland bessere Voraussetzungen als anderswo. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir uns aus schwierigsten Situationen mit Mut und Entschlossenheit befreien können. Wir in Deutschland, wir müssen das bewahren, was uns stark gemacht hat, die Balance von sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Vernunft. Diese unter sich verändernden Bedingungen immer wieder neu herzustellen, diese Balance, daraus entsteht Zukunft. Meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, verehrte Damen und Herren Bundesminister, nehmen Sie sich dieser Aufgabe an und trauen Sie sich das zu. Im Interesse unseres Landes wünsche ich Ihnen dafür gutes Gelingen. Vielen Dank. Herr Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen. So, einige von Ihnen kennen das Prozedere. Die erste Urkunde werden wir jetzt mit dem gesamten Text zur Verlesung bringen. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Herrn Olaf Scholz zum Bundesminister der Finanzen Berlin, den 14. März 2018, der Bundespräsident. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir das einmal gemeinsam nach vorne halten. Ja, Olaf Scholz, jetzt Bundesfinanzminister hier im Kabinett Merkel, im vierten Kabinett von Angela Merkel. Er kehrt nach sieben Jahren zurück in die Bundespolitik, war ja Hamburger Regierender Bürgermeister und übernimmt, dass der CDU abgerungen eine wichtige Finanzressort und wird zugleich Vizekanzler. Jetzt Horst Seehofer, der neue Superminister sozusagen, übernimmt das Innenministerium, was ja erweitert wurde um die Bereiche Bau und Heimat. Gestern ist er als Ministerpräsident, als Bayerischer zurückgetreten. Und am Freitag soll ja Markus Söder in Bayern als sein Nachfolger gewählt werden. Und Heiko Maas, der künftige Außenminister. Er ist der erste, der heute die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Sigmar Gabriel übernehmen wird. Heute Mittag gibt es im Auswärtigen Amt entsprechend diese Amtsübergabe. für Wirtschaft und Energie. Peter Altmaier ist jetzt der Nächste, der neue Wirtschaftsminister. Auch auf ihn kommt ja vor allem zu, sich auseinanderzusetzen mit der drohenden US-Handelspolitik. Frau Dr. Katharina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Reisen nach Washington sollen schon terminiert sein. Und Katharina Barley von der SPD, die jetzt neue Justizministerin wird. Sie war ja Bundesfamilienministerin relativ kurz, hatte ja von Manuela Schwesig übernommen, als die als Ministerpräsidentin nach Mecklenburg-Vorpommern gewechselt ist und war auch geschäftsführend Arbeits- und Sozialministerin jetzt in der letzten Zeit, als Andrea Nahles ja schon Bundestagsfraktionsvorsitzende wurde. Und Hubertus Heil für die SPD, der neue Minister für Arbeit und Soziales. Er wird künftig den größten Etat verwalten im Bundeshaushalt und wird auch für die SPD einige Herzensprojekte umsetzen müssen. Und jetzt sehen wir hier die dienstälteste Ministerin, Ursula von der Leyen, bleibt Verteidigungsministerin, sitzt seit 2005, wenn auch in unterschiedlichen Funktionen mit in der Regierung. Frau Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Sie war die dienstälteste Ministerin, war ja Familienministerin, war Ministerin für Arbeit und Soziales und seit 2013 eben Verteidigungsministerin. Das bleibt sie auch jetzt. Julia Klöckner, ein Neuzugang aus Rheinland-Pfalz. Julia Klöckner war ja schon mal in der Bundespolitik, war schon mal parlamentarische Staatssekretärin in ihrem Ressort, was sie jetzt übernimmt. Das für Agrar und kennt sich in diesem Bereich bestens aus. Jetzt die wahrscheinlich größte Überraschung auf SPD-Seite. Franziska Giffey ist das, die Bezirksbürgermeisterin aus Neukölln hier in Berlin. Ein relativ unbeschriebenes Blatt auf der bundespolitischen Bühne, möchte man sagen. Sie wird neue Familienministerin. Und die SPD setzt da viel Hoffnung in diese neue Familienministerin. Und jetzt Jens Spahn, der Jüngste im Kabinett, wird Bundesgesundheitsminister. Er war ja in den vergangenen Jahren parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Aber Gesundheitspolitik, das hat er lange als Sprecher der Unionsfraktion gemacht. Und ja, einer der größten Kritiker von Angela Merkel wurde immer wieder betont in den letzten Jahren. Jetzt ist er in die Kabinettsdisziplin eingebunden. Andreas Scheuer für die CSU wird neuer Bundesverkehrsminister. Und jetzt geht's schon ganz schnell weiter. Svenja Schulze, Neuzugang für die SPD aus Nordrhein-Westfalen, wird ja Bundesministerin für Umwelt und Nachfolgerin von Barbara Hendricks. Barbara Hendricks, ja, die ist ein bisschen dem Verjüngungsprimat zum Opfer gefallen. Svenja Schulze kommt auch aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, übernimmt jetzt das Ressort von Barbara Hendricks. Jetzt Anja Karliczek, neue Bildungsministerin und Forschungsministerin. Die größte Überraschung auf der CDU-Seite. Anja Karliczek hat selbst gesagt, sie war überrascht von dieser Ernennung. Bisher hat sie Finanzpolitik gemacht und jetzt muss sie sich ganz schnell in Bildung und Forschung einarbeiten. Gerd Müller, einer von zwei Ministern, die auf ihrem Posten bleiben. Außer Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin behält Gerd Müller das Ressort für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja und jetzt Helge Braun, der Kanzleramtschef, der am nächsten an der Bundeskanzlerin dran sein wird sozusagen als wichtiger Koordinator im Bundeskabinett, dann wird er eine sehr wichtige Position annehmen. Übrigens auch für die Digitalisierung, da gibt es ja kein eigenes Ministerium, was viele gefordert hatten, sondern die Digitalisierung, die wird ja aufgeteilt, beziehungsweise ist noch aufgeteilt auf viele Ministerien. Es gibt eine neue Staatssekretärin Dorothee Bär von der CSU im Bundeskanzleramt mit Kabinettsrang. Aber das letzte Wort, das soll wohl koordinierend Helge Braun haben, der neue Chef im Bundeskanzleramt. Ja, jetzt stellt sich das Kabinett hier zum Gruppenfoto auf. Das ging relativ schnell 15 Ministerinnen und Ministern an der Zahl. Es ist ein jüngeres Kabinett, 51 Jahre im Durchschnitt. Das sind gut drei Jahre weniger als in der letzten Legislatur und es sind in der Tat doch viele neue Gesichter dabei. Heute Mittag gibt es dann um 17 Uhr die erste Kabinettssitzung in dieser Zusammenstellung und dann soll es ja ganz schnell losgehen mit der Arbeit. Denn in der Tat, die Zeit, die Große Koalition hat jetzt doch allerhand zu tun, weil vieles ist liegen geblieben. Denn es wurden ja keine Gesetze verabschiedet jetzt während dieser Zeit der geschäftsführenden Bundesregierung. Das muss also die Große Koalition jetzt in der Tat anpacken. Und damit wird es losgehen. Morgen ist eine ganz reguläre Bundestagssitzung, auch am Freitag. Und da steht einiges an, was die neuen Minister dann anpacken werden müssen. Vielen Dank, Jeanette Clark aus Berlin. Ja, die neuen Minister im Kabinett, Angela Merkel im vierten Kabinett. Angela Merkel haben ihre Ernennungsurkunden erhalten. Ich möchte über dieses Kabinett sprechen und auch über die Regierungsarbeit, die auf das Kabinett zukommt und zwar mit meinem Studiogast. Marianne Kneuer ist bei uns weiterhin aus Hildesheim, von der Universität Hildesheim. Sie waren selber auch Referentin im Bundespräsidialamt unter Roman Herzog seinerzeit. Lassen Sie uns doch noch mal auf diese Ansprache von Frank-Walter Steinmeier an das neue Kabinett eingehen. Es war einerseits zu hören, der Aufruf, diesem Kabinett Vertrauen entgegen zu bringen. Andererseits aber auch eine Mahnung wurde, hat er formuliert. Nämlich, dass es kein Neuaufguss sein darf, dieses neue Kabinett oder die Regierungsarbeit des neuen Kabinetts. Richtig. Die Macht des Bundespräsidenten ist ja das Wort und das hat er hier genutzt, was aber auch zu erwarten war. Also es war damit zu rechnen, dass der Bundespräsident diese Gelegenheit jetzt nutzen würde, um noch einmal eine starke Botschaft zu senden. Und das hat er getan. Aber die Botschaft ist tatsächlich vielfältig und an mehrere Adressaten ja gerichtet gewesen. Zum einen an die neue Bundesregierung, an das neue Kabinett. Es ist eine ermutigende Botschaft, eben die Arbeit auch zu tun. Es ist aber auch eine Botschaft, sage ich jetzt mal, an die Öffentlichkeit, auch an die breitere Öffentlichkeit, vielleicht auch an an die Medien und an andere Akteure, eben diese Regierung auch, dieser Regierung eine Chance zu geben. Also sie eben bewähren zu lassen, aber eben auch wiederum die Mahnung des Bundespräsidenten, dass sie sich bewähren muss. Aber ich fand auch, dass da noch eine andere staatspolitische Komponente mit drin war in dieser Ansprache, die doch sehr stark nochmal auch die Verantwortung in der Demokratie unterstrichen hat. Und das ist ja ein Tenor, den er auch schon in seiner kurzen Mahnung seinerzeit nach dem Scheitern der Jamaika-Koalitionen aufgenommen hatte. Also dieses Unterstreichen der Verantwortung für die Demokratie. Und das ist, fand ich jetzt sehr wichtig, eben auch wiederum an alle Akteure. Also auch da hat er sich ja an die Bundesregierung gewandt, aber auch an alle anderen. Er hat auch darüber gesprochen, dass wir offene und ehrliche Debatten führen müssen. Gleichzeitig aber in diesen Debatten Respekt zueinander, füreinander zeigen müssen. Und hat damit eben auch eine ganz klare Absage an all diese Hate Speech und anderen Phänomene getan, die wir ja auch erleben. Wie bewerten Sie denn die Qualität oder die Fähigkeiten dieses neuen Kabinetts? Auch genau, gerade unter diesen eben genannten Gesichtspunkten von Frank-Walter Steinmeier. Es hat sicherlich Spuren hinterlassen, dass die neue Regierungsbildung so lange gedauert hat. Ist dieses neue Kabinett, diese neue Regierung denn stabil genug, um diese Herausforderungen, die Frank-Walter Steinmeier genannt hat, anzugehen und zu erfüllen? Ja, er hat ja von Erleichterung und von Aufatmen gesprochen. Und ich glaube, das spiegelt sehr gut wieder, was alle empfinden. Und auch hier wieder, es ist, das betrifft sowohl die Parteien als auch alle anderen politischen Akteure. Denn niemand kann ja so einen Stillstand wirklich dauerhaft wollen. Aber es betrifft auch die Bürger natürlich und auch alle anderen Mitspieler sozusagen. Das heißt also, ja, Erleichterung, Aufatmen. Aber ich glaube, er hat indirekt auch nochmal darauf hinweisen wollen, dass es ja ein schwerer Weg war. Es war ja eine schwierige Geburt und da sind natürlich auch Schatten noch liegen auf dieser Koalitionsbildung. Nicht zuletzt Schatten, auf die er selber hingewiesen hat, nämlich das Übernehmen von Verantwortung, eben auch nicht nur die Partei an erste Stelle zu setzen und die Interessen der Partei, so wie es ja manche Parteien auch gemacht haben im Zuge der Versuche von Koalitionsbildung, also FDP oder teilweise eben dann am Anfang auch die SPD. Das heißt also, auch das steckt irgendwo in dieser Rede ja mit drin, also diese Schatten, die immer noch da sind. Er möchte, dass das eben auch aus demokratischem Verständnis heraus sozusagen nicht noch einmal vorkommt. Stabil? Ja, also ich denke, dass diese Regierung selber auch erstmal stabil sein möchte. Sie hat ihr Programm und sie möchte das Programm jetzt angehen. Und wir werden sehen, wie gut sie das angeht. Vielen Dank erstmal für den Moment, Frau Kneuer. Ja, ein knappes halbes Jahr hat es gedauert, bis Deutschland wieder eine Regierung bekommt. Am Montag haben Union und SPD den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Union und SPD koalieren erneut, obwohl sie bei der Wahl zusammen fast 14 Prozentpunkte weniger erhielten als 2013. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass auf eine große Koalition die nächste folgt. Das neue Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nun zum dritten Mal eine große Koalition anführt, steht, mit dem Beginn der vierten Amtszeit Merkel endet die langwierigste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden. Dann feiern wir noch ein bisschen alle gemeinsam. Mein erster Gedanke war, das kann doch nicht wahr sein, aber die Wahlurne lügt nicht. Und deshalb ist es für uns alle heute eine ganz bittere und herbe Enttäuschung. Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition. Nach einem Scheitern ist ein Neuanfang möglich. Vielen Dank dafür. Wir werden darüber reden, wie wir dem Rassismus Paroli bieten, aber auch wie wir dafür sorgen, dass der alte Satz, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, Realität in der deutschen Politik wird. Darüber werden wir sprechen. Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir werden gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen. Wir stehen jetzt vor einer Situation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, also seit immerhin fast 70 Jahren, noch nicht gegeben hat. Das ist der Moment, in dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung überdenken sollten. Alle in den Bundestag gewählten politischen Parteien sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie dienen unserem Land. Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält. Jetzt habt ihr mich mit 81,94 Prozent ausgestattet. Ich wünsche mir, dass auf der Grundlage dieses Ergebnisses bessere Zeiten kommen. Genossinnen und Genossen, auf den Inhalt kommt es an, nicht auf die Form. Wir müssen nicht um jeden Preis regieren. Aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können. Eine Partei, die darüber diskutiert, ob das Wort essenziell in einem Antrag steht oder dort nicht eher von roten Linien die Rede sein müsste, die ist in einer Vertrauenskrise, weil sie kein Vertrauen darin hat, dass die bloße Benennung als essenziell ausreicht, um Punkte wirklich verhandlungssicher zu machen. Und es ist diese Vertrauensdiskussion, die sich Bahn gebrochen hat in den letzten Wochen. Was darauf zurückgekommen ist, sind Worte wie, gestern in Papieren zu lesen, es gäbe hier eine Art Oppositionsromantik. Ich glaube, das ist am Thema vorbei. Leute, die sowas sagen, haben nichts verstanden. Nichts an Opposition ist romantisch. Und ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Und das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir, die wir hier in fünf, zehn, zwanzig Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt. Ich bitte euch, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns die Zeit für diesen Erneuerungsprozess nehmen, die wir dafür brauchen. Die Erneuerung der SPD wird außerhalb einer großen Koalition sein oder sie wird nicht sein. Davon bin ich überzeugt. Wir geben, Leute, wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren. Und wenn wir das in der Vergangenheit nicht gut genug gemacht haben, unsere eigene Position, und das haben mir viele vorgetragen, dann habt ihr recht. Ich sage das für mich selbst. Ich war sehr ehrgeizig im Abarbeiten der Verhandlungsergebnisse, weil ich gedacht habe, das bringt uns am Ende genug Profil. Und das ist nicht so. Das ist die eine Wahrheit. Wir haben tatsächlich nicht genug Eigenprofil gehabt. Wir haben auch kommunikative Fehler möglicherweise gemacht. Ja, es ist aber genauso richtig, dass wir gleichzeitig sehr erfolgreich waren in vielem, was wir umgesetzt haben. Auch richtig. Die dritte Wahrheit ist aber, und damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass es tatsächlich so ist, dass wir auch in der letzten Opposition nur von 23 auf 25,7 Prozent gekommen sind. Da kann man nicht von einer blühenden Erholung in der Opposition reden. Und die Wahrheit ist auch, dass viele unserer europäischen nachbarssozialdemokratischen Parteien, ob sie nun regiert haben oder nicht, in derselben Malässe hängen. Denn offensichtlich, und das ist das, was wir an Erneuerung brauchen, ist es uns bisher nicht gelungen, genügend Antworten auf die Zukunft zu geben, den Leuten die Ängste zu nehmen und mehr Vertrauen zu generieren. Aber was um alles in der Welt hat, hat mit der Merkel, dem blöden Dobrindt und den anderen zu tun, das ist ausschließlich unser Problem, das wir lösen müssen. Und zwar jetzt das Einzige, was ich euch hier versprechen kann, allen. Wir werden die Koalitionsverhandlungen ernst nehmen, verhandeln. Heißt auch wieder über sachgrundlose Befristung, auch wieder über Achtefallklausel, heißt auch für mich über Bürgerversicherung. Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Ich weiß auch nicht, ob wir dann 100 Prozent von dem, was wir gerne wollen, nach Hause holen. Nein, das werden wir wahrscheinlich auch dann nicht. Aber wir werden verhandeln und wir werden weitere gute Sachen rausholen. Und dafür lohnt es sich, am Ende heute mit Ja zu stimmen. Vielen Dank. Okay, dann frage ich jetzt, wer mit Nein stimmt. Es sind 642 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 362. Mit Nein 279. Und eine Enthaltung. Damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen. So! Applaus Führen wir, es muss gelingen, mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht die neue Zeit. Es waren Tage intensivster Verhandlungen im wahrsten Sinne des Wortes, in denen wir Einigungen geschafft haben, auch wenn es uns und unseren Verhandlungspartnern wahrscheinlich auch manchmal recht schwer gefallen ist. Aber ich will sagen, es hat sich gelohnt. Ich weiß, dass Millionen von Bürgerinnen und Bürgern uns auf diesem langen Weg der letzten Wochen genau zugesehen haben. Sie hatten dabei zwei berechtigte Forderungen an uns. Erstens bildet endlich eine Regierung, und zwar eine stabile Regierung. Und zweitens denkt in euren Gesprächen an die wirklichen Bedürfnisse und Interessen der Menschen. Ich bedanke mich zunächst einmal bei all denjenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Koalitionsverhandlungen, die wir heute abgeschlossen haben, nach meinem Kenntnisstand die kürzesten waren, die es in der Geschichte solcher Verhandlungen in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Wir haben in etwas mehr als einer Woche diesen Koalitionsvertrag erarbeitet. Das hat vielen viel abverlangt. Und ich will mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Meine Damen und Herren, ich war mit dem Sondierungsergebnis hoch zufrieden und bin es heute auch mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Wer diese 177 Seiten liest, und ich hoffe, das wird in großer Breite geschehen, der wird feststellen, dass wir eine ganze Menge Gutes für die Leute in unserem Lande vorhaben. Ich scheide ohne Bitterkeit und ohne Groll aus diesem Amt. Ich habe es knapp ein Jahr versehen. Ich habe in diesem Amt Höhen und Tiefen erlebt, wie man sie in der Politik in dieser Form selten erlebt. Das ist schon so. Und das bleibt einem auch nicht in den Klamotten hängen. Manches geht auch unter die Haut. Aber unsere Vorfahren wussten schon genau, was sie uns weitergegeben haben an Volksweisheiten. Zeit heilt Wunden. Und natürlich bekommt man Wunden mit, aber die Zeit wird sie heilen. Und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wird, da bin ich ganz sicher, mit Andrea Nahles an ihrer Spitze. Und ich hoffe, mit der Zustimmung ihrer Mitglieder in der Bundesregierung zu alter Kraft zurückfinden. Wenn ich mit meinem Amtsverzicht ein Stück dazu beitragen kann, dann hat er sich gelohnt. Es ist eine Verantwortung für unser Land, denn ich werde mich für den Eintritt in die Große Koalition aussprechen. Ich werde dafür werben und ich werde mich voll reinhängen, damit das auch gelingt. Und es ist aber auch eine große Verantwortung für die SPD als Partei, die traditionsreichste, die älteste demokratische Partei Deutschlands. Das begreife ich als große Ehre. Und deswegen hat es mich auch gefreut, dass dieses Votum heute so einhellig, so einmütig und klar war. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie gehen wir jetzt in dieser Übergangsphase miteinander um. Ich glaube, wir haben uns heute entschieden, den Parteitag wirklich da sehr starkes Wort der Mitsprache zu ermöglichen. Denn es ist ein Statement für sich, wenn wirklich dann auch meine Wahl durch den Parteitag erfolgt. Und das ist etwas, was sicherlich uns helfen wird, auch mit diesem Parteitag ein Aufbruchsignal hinzubekommen. Und dass sich Olaf Scholz bereit erklärt hat, in dieser Übergangszeit jetzt auch Mitverantwortung zu übernehmen und das mitzumanagen, das finde ich eine sehr gute Lösung. Damit kann ich auf jeden Fall sehr gut leben. Es geht nicht in die Hose und mein Schicksal verknüpfe ich mit Goanix. Danke. Im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag gab es den verständlichen Wunsch, natürlich auch, weil Politik ja nun mal von Menschen gemacht wird, auch zu wissen, wie sieht die zukünftige Personalaufstellung der christlich-demokratischen Union in einem möglichen Kabinett einer großen Koalition aus. Peter Altmaier soll Bundesminister für Wirtschaft und Energie werden. Er hat einen breiten Erfahrungsschatz im Kanzleramt sammeln können. Er war vorher Umweltminister, als zu dem Umweltministerium noch der Bereich Energie gehört. Und ich will sagen, nach dem Schmerz, den wir haben, dass das Finanzministerium nicht mehr von der CDU besetzt werden kann, glauben wir sehr fest, dass das Ministerium Ludwigs Erhards gerade im 21. Jahrhundert, wo es auch um eine Neuausrichtung der sozialen Marktwirtschaft geht, ein ganz wichtiges Ressort ist. Helge Braun wird in die Fußstapfen von Peter Altmaier dann eintreten. Er hat jetzt schon im Bereich Bürokratieabbau, Digitalisierung, Bund-Länder-Koordinierung, Koordinierung mit der Fraktion Erfahrung sammeln können als Staatsminister und wird in Zukunft als Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes tätig sein. Anja Karliczek wird Bundesministerin für Bildung und Forschung. Anja Karliczek ist jetzt parlamentarische Geschäftsführerin in dem Team von Volker Kauder. Ich bin überzeugt, dass sie die Aufgabe, die ja neu für sie jetzt ist, sehr gut ausfüllen wird. Sie hat eine beachtliche Biografie. Sie hat Bankkauffrau gelernt, später dann im Hotelbetrieb gearbeitet, dort die Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht und dann mit drei Kindern im Fernstudium Betriebswissenschaften studiert. Und das ist eine große Anstrengungszeug von klarem Willen. Sie hat in der Fraktion sich schnell in sehr, sehr schwierige Themen eingearbeitet. Und sie ist sozusagen das lebendige Beispiel dafür, wie man berufliche Bildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, akademische Bildung auch auf neuen und ungewohnten Bildungswegen sehr, sehr gut vereinbaren kann. Und ich denke, sie wird auch ein großes Herz für die Wissenschaft haben. Julia Klöckner wird Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, wenn der Bundespräsident meinem Vorschlag folgen würde. Julia Klöckner ist in der Bundestagsfraktion gerade in den Bereichen ländliche Räume, Entwicklung, Ernährungssicherheit immer schon verankert gewesen. Sie verlässt jetzt ihre Funktion in Rheinland-Pfalz als Fraktionsvorsitzende und kommt zu uns auf die Bundesebene. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ursula von der Leyen wird weiter als Bundesministerin der Verteidigung arbeiten. Sie hat eine Vielzahl von Reformen angestoßen. Jeder weiß, dass das Ressort alles andere als einfach zu bewerkstelligen ist. Aber gerade in dem Bereich der Verteidigung haben wir eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Manchmal ist jetzt öffentlich dieses Amt so ein bisschen auch negativ charakterisiert worden. Ich kann nur sagen, wenn wir uns in der Welt umgucken, dann ist die Verteidigungsfähigkeit, die Verteidigungsbereitschaft und auch eine moderne Bundeswehr sind von allergrößter Bedeutung. Und die Reformen sind noch nicht beendet. Und deshalb ist es gut, wenn Ursula von der Leyen bereit ist, diese Arbeit fortzusetzen. Und sie wird meine ganze Unterstützung haben. Jens Spahn wird Bundesminister für Gesundheit. Sie wissen vielleicht, dass Jens Spahn, bevor er parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium wurde, bei Wolfgang Schäuble, viele Jahre in der Gesundheitspolitik gearbeitet hat. Das Ressort Gesundheit und Pflege ist von allergrößter Bedeutung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, für die Generationengerechtigkeit. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag eine Vielzahl von Aufgaben, die hier zu lösen sind, weil wir auch eine Menge Probleme zu lösen haben. Und ich halte Jens Spahn, gerade auch als Vertreter der jüngeren Generation, für sehr, sehr gut geeignet, im Sinne auch der Generationengerechtigkeit diese Themen anzugehen. Im Übrigen wird manchmal etwas unterschätzt, wie groß die Dringlichkeit ist, auch gerade in dem Bereich die Digitalisierung voranzubringen. Ich sage nur die Themen Telemedizin und das Thema der Gesundheitskarte. Also gibt es hier viele wichtige Aufgaben zu erfüllen. Schon die Überschrift des Koalitionsvertrages macht deutlich, dass dieser Vertrag die richtigen Antworten geben will und damit auch Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis zieht. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Ja, und wir hatten auf dem Weg zu diesem Vertrag harte und intensive Verhandlungen zu führen. Und das im Grunde zweimal. Einmal für eine Jamaika-Koalition, zuletzt für die Bildung einer großen Koalition. Wir haben hart gerungen, wir mussten Kompromisse eingehen, aber wir haben auch viel durchgesetzt. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag. Ich bitte Sie dazu, Ihre blaue Stimmkarte zu nehmen. Und ich frage, wer stimmt dem Koalitionsvertrag zu? Den bitte ich um das Handzeichen. So, dann mache ich einmal die Gegenprobe. Wer stimmt gegen den Koalitionsvertrag? Das sind sechs, sieben, können wir die mal zählen? Ich schätze mal 25. Ich würde vorschlagen, wir zählen Sie mal aus. Damit wir ganz präzise bleiben. 27. Damit ist der Koalitionsvertrag bei 975 anwesenden Stimmberechtigten bei 27 Nein-Stimmen angenommen. Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und die Nein-Stimmen waren entsprechend 33,98 Prozent. Die Mitglieder der SPD sind mit sehr großer Mehrheit dem Vorschlag des Parteivorstandes gefolgt. Wir haben jetzt Klarheit, die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten. Wir stellen weiterhin den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der eine hervorragende Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren, der eine ganz wichtige Funktion für uns erfüllt hat, für die Bundesrepublik Deutschland, in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Bekämpfung von Fluchtursachen mit seinem Afrika-Marschallplan. Und er hat hohe Anerkennung in allen betroffenen und beteiligten Bereichen erworben. Und deshalb freut es mich, dass Gerd Müller wieder zum Bundesminister vorgeschlagen ist und nächste Woche dann auch ernannt wird. Wir stellen, wie bisher, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und hier kommt es zu einer Neubesetzung, nämlich der künftige Bundesminister, Andy Scheuer. Dann haben wir, darüber bin ich besonders froh, auch ein Stückchen stolz, weil es wichtige Verhandlungen waren, aber nicht so, wie sie in diesen Tagen veröffentlicht worden sind. Das war nicht Gegenstand eines Deals, Geschäftsverteilung gegen Person, sondern ich habe in einem der vielen Vier-Augen-Gespräche mit der Kanzlerin schlicht und einfach haben wir uns die Frage vorgelegt, welche Person kann welche Aufgabe am besten erfüllen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, die Doro Bär, die jetzige parlamentarische Staatssekretärin, ist als Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitales genau richtig. Sie ist in der Szene ebenfalls hoch anerkannt, in der Sache so bewandert, dass ich mit ihr über die Sache eigentlich am liebsten keine Diskussion führen möchte. Dann schaue ich vielleicht noch älter aus. Jedenfalls, sie ist jetzt oder wird Staatsministerin. Da war die Besonderheit, dass die Staatsministerin im Kanzleramt jede Woche am Kabinettstisch Platz nimmt. Sie ist also Teil dieser Kabinettssitzung. Und das hat natürlich ein bisschen Klärungsbedarf auch mit unserem Koalitionspartner ausgelöst. Den Klärungsbedarf haben wir aber gestern abschließend nach drei Tagen gewährt. Und das war nach einer Falschmeldung im Spiegel nicht ganz einfach, weil diese auch Falschmeldungen manchmal Wirkung entfalten. Leute zu überzeugen, dass das alles nicht so ist, war nicht einfach. Aber wir haben es überwunden. Und das zeigt ja auch den Geist, der in der Koalition herrscht, dass man sich durch sowas nicht aus der Bahn werfen lässt. Wir haben uns vorgenommen, ein gutes Team aufzustellen, das hervorragend zusammenarbeiten kann. Ein gutes Team aus Leuten mit hoher Fachkompetenz und der Fähigkeit, große Apparate zu führen. Und ein Team, das paritätisch besetzt ist, aus Männern und Frauen. Und das gleichzeitig auch in der Lage ist, die Aufgaben zu lösen, die dann von uns insgesamt gelöst werden sollen. Zunächst einmal Katharina Barley. Sie hat schon im letzten Jahr zweimal bewiesen, dass sie sehr kurzfristig in der Lage ist, ein Ministerium zu übernehmen. Nach dem Wechsel von Manuela Schwesig nach Mecklenburg-Vorpommern als Ministerpräsidentin ist sie in das Familienministerium gekommen. Nachdem Andrea Nahles Fraktionsvorsitzende wurde, hat sie das Ministerium für Arbeit und Soziales übernommen. Und jetzt wollen wir sie dort einsetzen und ihre Arbeit entwickeln lassen, wo sie große, große Kompetenz aus ihrem ganzen beruflichen Lebensweg mitbringt. Katharina Barley ist promovierte Rechtswissenschaftlerin. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht und Richterin. Und sie bringt das mit, was man braucht, um eine hervorragende Leiterin des Justizressorts zu sein. Franziska Giffey ist eine Frau, die schon in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie durchsetzungsfähig ist an einem der Orte, in dem das bestimmt mit am kompliziertesten ist. Ich weiß nicht, ob ein Bundesministerium schwieriger und herausfordernder ist als der Bezirk Neukölln. Auf alle Fälle ist es ein großes Testfeld für Aufgaben und Herausforderungen, die man zu bewältigen hat. Und sie ist dabei konfrontiert worden mit all den Themen, um die es in der Zukunft geht. Um die Frage der Kinderbetreuung, um frühkindliche Förderung, um die Frage des bürgerschaftlichen Engagements, um Fragen der Gleichstellung, zum Beispiel bei Migrantinnen, um die Begleitung unter Menschen in die Ausbildung und in eine berufliche Tätigkeit. Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit soll Svenja Schulze werden. Sie ist eine erfahrene Landesministerin und war in Nordrhein-Westfalen sieben Jahre lang für den Bereich Innovation, Wissenschaft und Forschung zuständig und hat dort große Reformen auf den Weg gebracht, zum Beispiel auch die Studiengebühren abgeschafft. Olaf Scholz gehört seit vielen Jahren zu den profiliertesten Finanzpolitikern Deutschlands. Zuletzt hat er das noch mal unter Beweis gestellt bei den mehr als schwierigen Verhandlungen über den Bund-Länder-Finanzausgleich. Er hat aber vor allem eine große Leidenschaft, das ist es gut zu regieren. Und das ist ihm gelungen in Hamburg über die letzten Jahre und gerade auch da mit einem ganz wachen Auge auf die Finanzen, nämlich Haushaltsdisziplin auf der einen Seite, aber eben auch Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur das kann man dieser Stadt auch ansehen. Und deswegen bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er aus seiner verantwortlichen Position, die er da an der Spitze der Stadt hatte, sich entschlossen hat, hier wieder zurück nach Berlin zu kommen. Und ich möchte hinzufügen, dass er als Vizekanzler die Koordination übernehmen wird für alle Minister der SPD. Er wird diese Aufgabe wie immer umsichtig, kompetent und als guter Verhandler leisten können. Und ich bin ganz sicher, dass wir sehr davon profitieren. Und ich möchte sagen, ich glaube, Olaf Scholz ist ein großer Gewinn für die Bundespolitik. Als zweiten Minister möchte ich Heiko Maas vorstellen, muss ich ihn ja nicht mehr bitten, nach vorne zu kommen. Er soll Minister werden im Auswärtigen Amt. Er war bisher Minister der Justiz und für Verbraucherschutz. Hier hat er eine hervorragende Arbeit gemacht. Ich möchte sagen, diplomatisches Geschick hat er auch als Justizminister immer wieder bewiesen, aber auch Standfestigkeit und eine klare Haltung, gerade wenn es darum ging, Rassismus zurückzuweisen. Und ich glaube, beide Fähigkeiten, sowohl das diplomatische Geschick als auch die Standfestigkeit, wird er brauchen. Denn gerade Deutschland ist in dieser in Ordnung geratenen Welt oft als Vermittler gefragt. Ich glaube, Heiko Maas wird ein sehr guter Außenminister. Und ich möchte aufrufen den Bundesminister für Arbeit und Soziales. Das ist ein Kernressort für die deutsche Sozialdemokratie. Hubertus Heil hat langjährige Erfahrungen. Er ist als stellvertretender Fraktionsvorsitzender über viele Jahre mit dem Thema Wirtschaft, Bildung und Arbeit befasst gewesen. Insbesondere hat er sich da auch um das Thema Weiterbildung bemüht. Ich glaube, die Kombination aus Arbeit und Bildung ist für die Zukunft unseres Landes von größter Bedeutung. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass er aus einer Region, Region Braunschweig kommt, wo die Transformationsprozesse, die durch die Digitalisierung angestoßen werden, sich dort jeden Tag spüren lassen. Und dass es da wesentlich auch darum geht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen in diesem Wandel mit berücksichtigt werden. Dafür steht Hubertus Heil. Ich mag Ihnen die Bücher, ja. Nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem Buch? Ja, genau. Gültige Stimmen 688, mit Ja haben gestimmt 364, mit Nein haben gestimmt 315, Enthaltungen 9. Frau Dr. Angela Merkel hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erhalten und ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zur Bundeskanzlerin gewählt. Ich frage Sie. Applaus Applaus Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Applaus Frau Bundeskanzlerin, ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, von Herzen Kraft und Erfolg und Gottes Segen bei der Bewältigung Ihrer großen Aufgabe. Und nach dieser aktualisierten Chronik der Kollegin Eva Wormit, die sich die ganze Regierungsbildung noch einmal vorgenommen hat und chronologisch dann Ihnen auch nochmal vorgeführt hat, was sich da alles ereignet hat in den vergangenen Wochen und Monaten, sind wir wieder live zurück auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages. Zwei Kapitel haben wir ja schon hinter uns. Zwei davon haben Sie eben auch schon in dieser Zusammenstellung gesehen. Ein drittes Kapitel fehlt uns noch und das ist die Vereidigung der Bundesminister, nachdem Sie Ihre Ernennungsurkunden im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier ja schon bekommen haben. Und das bedeutet alles in allem, dass in weniger als einer halben Stunde die bislang längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik zu Ende sein wird. Das werden wir natürlich live auch weiterhin für Sie verfolgen, beobachten und kommentieren. Und das machen heute an diesem heutigen Tag in bewährter Manier Johannes Leuth, Leithäuser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Konstanze Abratzky. Und genau dahin gebe ich jetzt wieder ab. Ja und hier ist das Plenum wieder gut gefüllt und die bereits ernannten Minister haben auch schon mal Platz genommen auf der Regierungsbank. Zwar noch nicht alle, jetzt sehen wir es zwar gerade nicht, aber Horst Seehofer hat sich gerade eben da schon hingesetzt, wo er demnächst sitzen geht. Da geht auch eine Frau spazieren, die da gar nichts zu suchen hat, nämlich Katrin Göring-Eckardt geht da durch die Reihen. Ja, aber da sehen wir jetzt gerade Angela Merkel, die hat da was zu suchen. Wir wollten noch etwas anders sagen, wer auch hier war heute Morgen, nämlich nicht auf der Regierungsbank, sondern auf der Besuchertribüne. Wir haben es eben auch noch mal kurz in dem Zusammenschnitt gesehen. Es war nämlich auch die Mutter von Angela Merkel da. Das stimmt, ja. Herlind Kasner, 89 Jahre, saß neben ihrem Schwiegersohn bzw. dessen Sohn, dem Sohn von einem Ehemann, Joachim Sauer von Angela Merkel, der aus der ersten Ehe ein Kind hat und schaute da wirklich aufmerksam und sehr geduldig dem Prozedere zu. Ja, wir können von hier aus, von unserer Position aus, das leider nicht sehen, wer auf der Besuchertribüne sitzt, weil wir sozusagen direkt unter der Besuchertribüne platziert sind. Dafür haben wir einen prima Blick in den Saal hinein und können sehen, dass jetzt in der Tat sich alle hinsetzen, auch auf der Regierungsbank Platz genommen wird. Und Wolfgang Schäuble wird jetzt die Vereidigung der Minister vornehmen und auch die Sitzung dann wieder eröffnen. Er hat nämlich gerade noch einmal darum gebeten, dass alle Platz nehmen. Genau, jetzt kommt der letzte Akt. Des heutigen Tages, hier an dieser Stelle. So, dann eröffne ich die unterbrochene Sitzung wieder und rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf. Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung. Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mit Schreiben vom heutigen Tage mitgeteilt. Gemäß Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland habe ich heute auf Vorschlag der Frau Bundeskanzlerin ernannt, Herrn Olaf Scholz zum Bundesminister der Finanzen. Herrn Horst Seehofer zum Bundesminister des Innern für Bau und Heimat. Herr Heiko Maas zum Bundesminister des Auswärtigen. Herr Peter Altmaier zum Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Frau Dr. Katharina Barley zur Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Herrn Hubertus Heil zum Bundesminister für Arbeit und Soziales. Frau Dr. Ursula von der Leyen zur Bundesministerin der Verteidigung. Frau Julia Glöckner zur Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Dr. Franziska Giffey zur Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herr Jens Spahn zum Bundesminister für Gesundheit. Herr Andreas Scheuer zum Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Frau Svenja Schulze zur Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Frau Anja Karliczek zur Bundesministerin für Bildung und Forschung. Herr Dr. Gerd Müller zum Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. sowie Herrn Dr. Helge Braun zum Bundesminister für besondere Aufgaben. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, Eidesleistung der Bundesministerinnen und Bundesminister. Nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leisten die Bundesministerinnen und Bundesminister bei der Amtsübernahme vor dem Deutschen Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Die Eidesformel lautet, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich werde nun die Bundesministerinnen und Bundesminister in der Reihenfolge der Ministerien zu mir zum Vereidigungs... Es heißt tatsächlich Vereidigungsmikrofon. Und zu diesem Mikrofon werde ich die Bundesministerinnen und Bundesminister in der Rangfolge der Ministerien bitten. Die Leistung des Eides erfolgt mit den Worten, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, oder ich schwöre es. Ich rufe zunächst auf, Herrn Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz. Ich schwöre es, Herr Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frau Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Katharina Barley. Ich schwöre es. Herr Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frau Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frau Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Glöckner. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frau Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frau Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, Svenja Schulze. Herr Präsident, ich schwöre es. Frau Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Bundesminister für besondere Aufgaben, Dr. Helge Braun. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder der Bundesregierung haben den nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes vorgeschriebenen Eid vor dem Deutschen Bundestag geleistet. Ich spreche allen Mitgliedern der Bundesregierung noch einmal persönlich und im Namen des Hauses die besten Wünsche für die übernommenen Aufgaben aus. Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags ein auf morgen Donnerstag, den 15. März 2018, 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ja, Habemus Regierung, es ist soweit. So ist es. Und das geht jetzt hier ganz geschäftsmäßig zu Ende. Und am Schluss ist man fast ein bisschen verblüfft, dass es so geschäftsmäßig ist und dass jetzt nicht noch irgendein feierlicher Moment stattfindet. Wenigstens die Nationalhymne vielleicht für die Leute, die uns jetzt dreieinhalb Jahre lang regieren sollen. Das ist eben eine sachliche, eine ganz nüchterne Art und Weise, wie Deutschland geführt wird und die Regierung bildet. Jetzt werden die Minister in die Ministerien gehen und dort eben auch die Amtsübergabe mehr oder weniger zelebrieren. Da gibt es zumindest wahrscheinlich Blumen und wer weiß, vielleicht auch einen Orangensaft oder ein Wasser. Immerhin, es gab ja so ein paar Besonderheiten hier auch in diesem heutigen Tag. Es gab ein paar Störungen. Das hat man auch öfter mal so, das Transparent oben. Und es gab einige ganz nette Versprecher, die jetzt eben von Wolfgang Schäuble, als er von dem Verteidigungsmikro sprach, statt des Vereidigungsmikros. Das Verteidigungsmikro für die Vereidigungsministerin. In der Tat, es gab auch einige Stimmen zu wenig für die Bundeskanzlerin bei ihrer Wahl. Das wird im Laufe der Zeit dann auch in Vergessenheit geraten. Aber heute war es doch ein Dämpfer und zeigt ein bisschen so einen kleinen Nachhall der Mühen, unter denen diese Koalition aus Unionsparteien und SPD wieder zusammengekommen ist. Und man wird sehen, ob das auf das Regierungshandeln einen Schatten wirft in den nächsten Wochen und Monaten. Morgen ist jedenfalls geht es gleich wieder los mit der Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen um 9 Uhr bis 9.45 Uhr. Tagesordnungspunkt 5, Stabilisierung des Iraks und dann munter weiter Afghanistan und folgende. Da ist der Alltag dann gleich wieder da. Ja, und der wird ja auch heute Nachmittag schon stattfinden um 17 Uhr. Erste Kabinettssitzung mit allen neu vereidigten Bundesministern auch. Dann wird ja auch schon wirklich sofort losgelegt werden. Oder was heißt hier sofort? Das ist ja fast übertrieben, das zu sagen nach dieser langen Zeit des Wartens. Und der Bundespräsident, der hat bei der Ernennung der Minister eigentlich nochmal ziemlich deutlich in die Richtung gezeigt, wo es hingehen soll und dem Kabinett ziemlich klar etwas mit auf den Weg gegeben. Das fand ich auch erstaunlich. Ich fand, es war eine sehr gute Rede, die Frank-Walter Steinmeier gehalten hat. Und ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, eine Bewährungsprobe für die Demokratie, hat er gesagt. Und das ist auch ein Gefühl, das man haben kann, wenn man in diesen neuen Bundestag hineinschaut, dem es wirklich rauer zugeht als in der vergangenen Legislaturperiode, dass wir innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, auch das hat Steinmeier ja angesprochen, in Zeiten stehen, in denen man nicht so weiß, wie es weitergeht und tatsächlich eine kluge und umsichtige und auch handlungsfähige Regierung braucht. Er hat den drohenden Handelsstreit mit den Amerikanern angesprochen, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Ecken der Welt, in denen kein Friede herrscht und in denen man nicht genau abschätzen kann, was die Zukunft bringt. Ja, er hat auch gesagt, dass in der Tat der Umgang im Parlament zu beachten ist und dass es um Anstand und Respekt geht bei der politischen Debatte, dass es natürlich immer andere politische Meinungen geben soll und muss und dass es auch absolut wichtig ist, das Ausdiskutieren. Aber der Anstand oder zu wahren sind eben Anstand und Respekt, insbesondere eben gerade in diesem Haus, aus dem wir heute berichten. Das stimmt und da hat sich der Ton auch sehr geändert, was vor allen Dingen am Einzug der AfD-Fraktion liegt, die immer wieder versucht, auch durch gezielte Provokationen herauszufinden, wie weit sie gehen kann, ohne sich einen Ordnungsruf des Präsidenten einzuhandeln. Heute war ein Vorfall, da ging es zu weit, als ein AfD-Abgeordneter seine Stimmkarte und sein Abstimmungsergebnis in der Wahlkabine fotografiert hat, was gegen die Geschäftsordnung des Bundestages beim Vollzug einer geheimen Wahl verstoßen hat. Ja, da gab es dann sofort eine Sanktion dagegen. Der Bundespräsident hat aber auch nochmal gesagt, also eins ist aber auch richtig, diese Bundesregierung hat genau wie alle anderen einen Vertrauenskredit verdient. Auch wenn es die alte Große Koalition ist, es ist eben nicht mehr die alte. Es sind neue Gesichter, es sind neue Projekte, es sind neue Vorhaben. Also auch da gibt es bitte etwas zu bedenken und nicht sozusagen... Ja, sind es die 100 Tage, die tatsächlich... Die Opposition hat ja gesagt, wir wollen diese 100 Tage, also zumindest haben das alle außer der AfD gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe, wir wollen das durchaus zugestehen. Oder meint Steinmeier mit Vertrauenskredit noch etwas anderes? Er meint, glaube ich, mehr damit. Und man muss ja sagen, ich glaube, noch nie ist eine Bundesregierung so sehr auch das Kind eines Bundespräsidenten gewesen wie diese. Denn es war Steinmeier, der sich nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen zwischen Unionsparteien, FDP und Grünen wirklich bis an die Grenze des Möglichen, glaube ich, mit seinen Ermahnungen dafür eingesetzt hat, dass ein weiterer Versuch einer Regierungsbildung mit der SPD unternommen werden muss. Und die SPD hat sich da ja am Anfang sehr schwer getan. Und insofern richteten sich seine Worte wahrscheinlich auch an die Sozialdemokraten, auch an diejenigen, es gab ja einen Mitgliederentscheid bei der SPD, an das Drittel der Mitglieder, das sich gegen die Neuauflage der Großen Koalition gewandt hat. Und wir haben ja jetzt ein halbes Jahr geschäftsführende Regierung hinter uns und viele haben vielleicht das Empfinden gehabt, naja, eigentlich ist das ganz gut gegangen. Ja, es ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Keine großen Schäden. Aber eben auch keine großen Handlungen. Und das ist tatsächlich so, egal wie man den Koalitionsvertrag bewertet. Ups, jetzt ist hier gerade, gab es gerade kurz Schwarzbild, aber wir sind noch da, denn es tut sich durchaus noch was hier im Plenum. Es werden noch Selfies geschossen, es wird sich gegenseitig noch beglückwünscht. Glückwünscht, Julia Klöckner empfängt hier gerade die Gratulation, Glückwünsche. Da ist Frau Giffey. Frau Giffey, die wir ja auch schon hier im Phoenix-Interview gesehen haben. Frau Bär, die jetzt ins Kanzleramt geht. Ja, hier unten gerade ein bisschen verdeckt. Gibt da Küsschen Herrn Bareis, der auch parlamentarischer Staatssekretär wird. Also den ganzen Tag ist hier doch auch so ein bisschen Vorfreude zu spüren gewesen, zumindest derjenigen, die jetzt in Ämter kommen und die jetzt, da stehen die Gratulanten vor Horst Seehofer, die jetzt tatsächlich ein neues Büro beziehen. Ja, für Horst Seehofer ist das jetzt auch mal wieder ein absoluter Einschnitt. Also er hätte ja sonst immer auf der anderen Seite des Präsidiums gesessen in den letzten Jahren als Ministerpräsident. Jetzt ist er wieder zurück auf der Regierungsbank. Diesmal vorne in der ersten Reihe mit einem Ministerium, was seinesgleichen sucht. Das stimmt und trotzdem ist ihm der Abschied von München nicht leicht gefallen. Er hat ja auch einige bittere Kommentare abgegeben in den letzten Wochen. Das ist Dorothea Bär mit. Bär bei ihm, ja. Und er muss jetzt tatsächlich auch, das ist für ihn auch eine neue Herausforderung, das Innenministerium in Zeiten, in denen die Bedrohungslage in jeder Hinsicht gestiegen ist in Deutschland, in denen die Folgen des Flüchtlingsthemas weiter zu behandeln sind, in denen jetzt noch zusätzliche Aufgaben, Bauen und Heimat, bei Heimat weiß ja noch keiner so genau, was sich dahinter verbirgt, dazugekommen sind. Da wird er viel Stehvermögen, lange Arbeitszeiten und noch Fantasie brauchen und Einfälle, um das zu bewältigen. Gerade das Innenministerium ist ja schon so ein Riesenhaus eigentlich gewesen, vorher geleitet von Thomas de Maizière, der ja viele Verwaltungserfahrung hatte. Jetzt haben wir hier wieder mehr so einen Homopolitikus. Es ist auch eine der seltenen Fälle, in denen der Amtsinhaber keine juristische Ausbildung hat, der dieses Ministerium führt. Das hat es in Deutschland eigentlich, glaube ich, vorher nur ein einziges Mal gegeben. Sonst ist es so der ungeschriebene Kommand, dass Justiz ohnehin, aber auch Innenministerium, eigentlich einen Juristen brauchen als Hausherrn. Da ist die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, die sich jetzt darauf einstimmst, die kleinste Oppositionspartei zu führen in diesem Parlament. Ja, denn auch mit der Wahl der Ernennung und der Vereidigung der Regierung ist dann jetzt ja schließlich auch das zementiert, wie hier diese Machtverhältnisse im Parlament sind. Wir haben vor uns nochmal ausgedruckt den bunten Überblick der Sitzverteilung im Deutschen Bundestag und da ist eben der blaue Block der AfD ziemlich klar und Manifest daneben auch nicht ganz klein. Die FDP und wirklich als kleinste Oppositionspartei sind wir die Grünen dort. Das stimmt und ich glaube, das ist denen auch noch nicht so richtig klar geworden. Die waren ja schon auf dem halben Weg, selber ein paar Plätze auf dieser Regierungsbank zu besetzen. Und waren sehr hoch gestimmt nach der Bundestagswahl, weil sie mit einem schlechteren Abschneiden, noch schlechteren Abschneiden gerechnet hatten. Und jetzt wird sich eben zeigen, dass bei vier Oppositionsparteien, AfD, FDP, Linkspartei und Grüne, die Konkurrenz groß ist. Und auch das Verständnis, wie man die Bundesregierung kritisieren soll, ganz unterschiedlich ist. Also alle werden sich da erst in ihrer Rolle finden müssen und tatsächlich wird die AfD das Privileg haben, als größte Oppositionspartei immer als erste zu antworten auf Regierungserklärungen oder Stellungnahmen der Minister. Auch das wird neu sein. Und sie besetzt ja den Haushaltsausschuss im Vorsitz. Genau, das ist halt das Recht, das der Oppositionspartei oder der Größten automatisch quasi auch zufällt. Wir haben ja schon darüber, oder Sie sagten es ja schon zum früheren Zeitpunkt, dass jetzt der erste große Schritt sein muss, tatsächlich einen Haushalt in trockene Tücher zu wickeln. Es gibt ja einen Entwurf noch aus der vergangenen Legislaturperiode. Warum steht das noch so ein bisschen mit Fragezeichen, dass das tatsächlich vor der Sommerpause passiert? Also eigentlich ist es einfach, weil tatsächlich die letzte große Koalition einen Entwurf hinterlassen hat. Es haben aber ja in vielen Ressorts die Amtsinhaber gewechselt und natürlich haben sich die Prioritäten verschoben durch den Koalitionsvertrag. Das heißt, es wird nochmal wirklich noch ein bisschen nachverhandelt? Alles aufmachen, wieder neu bewerten, mit neuen Kennzahlen versehen wieder zubinden. Und das heißt, es wird dieses Baukindergeld geben beispielsweise. Das muss dann mit dem Finanzminister verhandelt werden jetzt, wie das eingesetzt wird, welcher Kostenrahmen und viele andere Posten auch. Und das wurde nicht schon im Rahmen der Koalitionsverhandlungen sozusagen schon ein bisschen eingepreist? Oder wird da jetzt wirklich nochmal so hart gerungen hinter den Koalitionsvertrag? Ja, die Staaten sicherlich. Aber wir haben gerade vorhin gesehen, dass sich die Wirtschaftsprognose eines Wirtschaftsinstituts erhöht hat. Danach werden sich dann auch die Haushaltszahlen verschieben können. Also das muss alles noch einmal nachgerechnet werden. Und der Amtsinhaber im Finanzministerium ist neu, Olaf Scholz, der wird sich damit erstmal vertraut machen müssen. Jetzt grüßt Horst Seehofer, alte Bekannte. Zur anderen Seite rüber, da grüßt der Armin Laschet, den NRW-Ministerpräsidenten. Das ist Herr Krings, Parlamentarstaatssekretärinnenministerium. Ja, so langsam lösen sich die Grüppchen. So langsam lichten sich jetzt hier die Reihen und alle gehen in ihre Ministerien oder wohin auch immer in der Tat. Genau, dass nur Frau von der Leyen kann einfach weiterarbeiten, jetzt noch zwei Stunden, bevor sie zur ersten Kabinettssitzung muss, da sich für sie nichts ändert. Und Herr Müller kann das auch, denn für ihn ändert sich auch nichts. Für eine Auslandsreise wird die Zeit zu knapp bis um 17 Uhr. Und um die Beschaffungsprobleme der Bundeswehr zu lösen, das wird Frau von der Leyen auch nicht hinbekommen, trotz aller ihrer Energie. Vielleicht sollten wir noch einen Blick darauf werfen, was die SPD hat ja sozusagen in diese Koalitionsverhandlungen etwas, was man als Sollbruchstelle verstehen könnte, hineingebracht. Also sozusagen, wir wollen mal so eine Halbzeitbilanz ziehen. Also als wäre das ein Fußballspiel, diese Regierungszeit und nach der Hälfte, schauen wir mal, ob wir uns irgendwie neu positionieren müssen oder was auch immer. Wie lesen Sie das? Ich glaube tatsächlich, das war ein Mittel, um die Unzufriedenen dazu zu bewegen, Zähneknirschen doch zuzustimmen. In denen man ihnen sagt, also wir werden halt eine Art Zwischenbilanz machen, Evaluierung oder wie immer man das nennt mit modernen Politikbegriffen. Ich glaube aber, praktisch wird es ohne Bedeutung sein. Es war in der vergangenen Legislaturperiode schon so, dass der größte Teil des Pensums, was im Koalitionsvertrag stand, abgearbeitet war nach zwei Jahren. Dann kamen nämlich zwei Jahre mit vielen Landtagswahlen und wenig politischen Fenstern, in denen man wirklich handeln konnte. So ähnlich wird das jetzt auch sein. Und ich glaube, um die Koalition dann zu verlassen, muss man immer noch einen Grund finden, einen aktuellen Grund finden, der sich verkaufen lässt und der die Mehrheit im Land überzeugt. Das ist wahnsinnig schwer. Ja und dann auch noch zum Schluss, bevor wir uns dann hier aus dem Plenarsaal verabschieden, Herr Leithäuser, wird denn, was ist Ihre Prognose, wird denn die Bundeskanzlerin die ganze Amtszeit durchstehen? Ich weiß, Vorhersagen mit der Zukunft sind ganz besonders schwierig. Also in der Tat. Ich glaube tatsächlich, sie wird länger bleiben als die Hälfte. Ich bin auch überzeugt, sie wird in zwei Jahren nochmal antreten, um Parteivorsitzende der CDU zu werden. Und sie wird im letzten Jahr eine Entscheidung treffen, also 2020. Und damit sagen wir Tschüss, Johannes Leithäuser. Vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Abratzky. Dass wir hier zusammen gemeinsam diese Zeit überstehen konnten. Erhard Schäfer ist da für uns. Und ich sage vielen Dank, Konstanze Abratzky. Und vielen Dank, Johannes Leithäuser. Und bei mir steht schon der Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, mit dem ich das abschließende Gespräch an diesem Übertragungstag und an diesem Tag der Wahl der Kanzlerin und der Vereidigung der Minister führen werde. Aber vorher müssen wir uns ganz, ganz kurz noch mit Style- und Fashionfragen beschäftigen. Da gucken wir mal kurz rein und dann lösen wir das auf. Und jetzt kann ich nur hoffen, ja, dass es zur Koalition kommt. Und das verspreche ich jetzt. Wenn es zu dieser großen Koalition kommt, trete ich in Berlin in meiner roten Lederjacke auf. So, Herr Kauder, jetzt haben Sie nur das Bild gesehen und den Ton nicht gehört. Aber ich vermute mal, dass Sie die Szene erkannt haben. Und ich vermute auch mal, dass Sie wissen, worum es darin geht. Und jetzt frage ich mich, wann sehen wir Sie in roter Lederjacke? Ja, warten Sie es mal ab. Da müssen Sie noch ein bisschen warten, aber es kommt. Aber die Große Koalition ist da. Jetzt müssen Sie auch liefern quasi. Die Große Koalition ist schon seit der Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag da. Jetzt kommt erst mal Ostern und danach werden wir das dann schon mal besichtigen können. Wir nehmen das jetzt mal als vorsichtigen Hinweis auf einen möglichen Termin an, an einem Tag wie heute, wo zwei Sondierungen vorausgegangen sind, intensive Koalitionsverhandlungen auch. Wie geht es Ihnen an so einem Tag wie heute? Ich bin sehr zufrieden, dass wir es jetzt geschafft haben, wieder eine richtige Regierung ins Amt zu bringen. Es sind jetzt ja sechs Monate her und wir müssen jetzt viel Zeit aufholen. Wir haben große Herausforderungen international, wenn ich an den Nahen Osten denke, in Europa. Aber auch bei uns in Deutschland, die Digitalisierung ist ein Riesenprojekt. Und da müssen wir jetzt richtig arbeiten und müssen schauen, dass wir das hinbekommen. Ich bin da zuversichtlich. Sie sind zuversichtlich, einige sind offenbar skeptisch, denn die Bundeskanzlerin hat nicht alle Stimmen dieser Großen Koalition offenbar bekommen. Es war eine geheime Wahl gewesen, aber einige schlaue Leute haben nachgerechnet und festgestellt, nicht alle aus dieser schwarz-roten Koalition haben auch für die Bundeskanzlerin gestimmt. Ist das ein Makel gleich zu Beginn für diese Koalition? Überhaupt nicht. Wir haben bei allen Wahlen von Bundeskanzlern immer wieder die Situation, dass wir nicht alle Stimmen bekommen haben. Und das ist ja alles vom Ergebnis her zu sehen. Wir haben die Bundeskanzlerin im Amt und das ist das Entscheidende. Der Bundespräsident hat diese neue Regierung ermahnt. Es könne nicht sein, dass er einfach nur einen Aufguss der bisherigen ans Werk gehe. Was bedeutet diese Mahnung für Sie konkret? Der Bundespräsident wird damit gemeint haben, dass wir jetzt die Aufgaben, die vor uns liegen, anpacken sollen. Denn die Regierung sieht ganz anders aus als die letzte. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Gesichtern. Wir haben neue Aufgaben, wenn ich nur an die Digitalisierung denke. Auch die Außenpolitik. Und dann kommt hinzu, in jeder Koalition, die ich erlebt habe, war die größte Herausforderung etwas, was nicht im Koalitionsvertrag stand, sondern das einfach so gekommen ist. Da denke ich an die Finanz- und Wirtschaftskrise. Da denke ich an das Thema Flüchtlinge. Und da bin ich mal gespannt, was auf uns noch zukommt in dieser Regierung. Man hätte sich gar nicht so viel Mühe machen müssen um diese 177 Seiten oder weil sowieso vieles anders kommt. Das ist ja die Grundlage. Das ist die Grundlage und da sind ja auch wichtige Punkte drin, die wir umsetzen wollen und auch umsetzen müssen. Aber ich sage auch, wir müssen auch damit rechnen, dass andere Aufgaben kommen. Und dann ist gut, wenn eine solche Regierung gut zusammensteht bei allen Unterschieden und bei allen Versuchen und Notwendigkeiten, sich auch selbst zu profilieren, dass man aber weiß, zunächst kommen die Menschen, dann kommt das Land und dann kommt erst die Partei. In den vergangenen Tagen ist häufiger mal vom Geist dieser Koalition oder vom Geist dieses Koalitionsvertrags gesprochen worden und die Rede gewesen. Das, was Sie gerade angedeutet haben, ist das das, was Sie auch unter Geist dieses Koalitionsvertrags verstehen? Oder was könnte das sein in den nächsten dreieinhalb Jahren, was das ausmacht? Ja gut, wir haben ja eine klare Überschrift, neue Dynamik, neuer Aufbruch für Europa und neuer Zusammenhalt in unserem Land. Das sind die drei großen Themen, unter die sich alles einordnet, was wir in diesem Koalitionsvertrag haben. Abschließend, beide oder sagen wir mal alle Parteien, die an dieser Koalition beteiligt sind, wollen in dieser Koalition gleichzeitig zwar zusammenarbeiten, aber auch ihr Profil schärfen. Was macht das bedeutend für die nächsten dreieinhalb Jahre, für die politische Auseinandersetzung auch innerhalb dieser Koalition? Nun, das ist eine ganz besondere Aufgabe, die natürlich nicht nur jetzt im Parlament liegt, sondern auch in den Parteien selber. Da bin ich froh, dass wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine neue, starke Generalsekretärin haben. Und wir haben ein neues, wie man heute sagt, Format vereinbart, nämlich eine Orientierungsdebatte zweimal im Jahr, wo wir unabhängig von der Koalition zu einem Thema unsere jeweils unterschiedlichen Auffassungen darstellen. Bin mal gespannt, wenn das zum ersten Mal geschieht. Das wird natürlich schon die Möglichkeit zum Profil geben, aber natürlich auch durch die unterschiedlichen Projekte, die wir in der Koalition haben. Da gibt es welche, die fallen mehr in dem Bereich, was die Sozialdemokraten mögen und andere gibt es in dem Bereich, für die uns wichtig sind. Da wird es schon noch genügend Gelegenheiten geben, zu zeigen, wer wer ist. Herr Kauder, vielen Dank, dass Sie uns das schon mal erläutert haben und am Ende dieser Übertragung nochmal unser Gast gewesen sind. Wir, meine Damen und Herren, beenden damit unsere Sendung hier von der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages, von der Wahl der Bundeskanzlerin, ihrer Vereidigung und von der Vereidigung der Bundesminister. Wir werden jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren sehr genau beobachten müssen, wie denn das alles umgesetzt wird, was in diesen 177 Seiten des Koalitionsvertrages steht und wie Volker Kauder eben gesagt hat, was dann auch noch dazukommen wird. Denn das, was dazukommen wird, da können wir ziemlich sicher sein. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir geben von Berlin aus zurück zu Phoenix nach Bonn. Vielen Dank.